Hallo, ich würde gerne euch um eure Aufmerksamkeit bitten und vielleicht könnten alle, die draußen sind oder in der Tür stehen, mal die Leute reinholen, die draußen sind, weil die Orga hat hier was vorbereitet und ich glaube, das sollte jeder mitbekommen. Und dann würde ich dem André und der Nicole kurz die Regie übergeben. Es ist wichtig, dass wir mit unseren Themen in das Bewusstsein der großen Parteien kommen. Sobald die großen Parteien Stimmen an uns verlieren, werden sie unsere Themen aufnehmen. Verwaltung und Politik transparenter machen, die Vorratsdatenspeicherung abschaffen. Der Innenminister für die Piraten der natürliche Feind. Flughafenausbau und G8 die Themen der großen. Die Spitzenkandidatin der Piraten meint, die wirklich wichtigen Themen fielen dabei unter den Tisch. Die konkreten Dinge sind zum Beispiel die Sicherheit des Einzelnen, dass er sich bewegen kann, sowohl in seinen Privaträumen als auch in der Öffentlichkeit, ohne damit rechnen zu müssen, dass sein Verhalten in irgendeiner Form registriert wird. Egal, was er tut. Dass sie auf dem Stimmzettel zur Landtagswahl ganz weit unten stehen, stört die noch junge Partei nicht. Trotzdem, sagen sie, haben immerhin 7000 Hessen die Piraten vor einem Jahr gewählt. 0,3 Prozent waren das. Sie sehen sich als Vorreiter in Sachen Datenschutz, als echte Experten. Und hier in dieser Partei haben sich sehr viele dieser Spezialisten zusammengefunden, die erkannt haben, wohin die Entwicklung geht und die sehr zeitig das erkannt haben. Deswegen ist es wichtig aufzuklären, dass diese Entwicklung in allen Bereichen unserer Gesellschaft momentan Fuß fasst. Für ihre Themen wollen die Piraten kämpfen, auch wenn ihnen dafür wenig Zeit bleibt. Dem Überwachungsstaat entgegentreten, Datenspeicherung verhindern. Die Landtagswahl, nach Meinung der Piratenpartei, die letzte Möglichkeit. So, schönen guten Morgen und einen schönen Towel Day. Ich begrüße euch herzlich im Bürgerzentrum in Eschborn-Niederhöchstadt zum Landesparteitag der hessischen Piraten. Bevor ich jetzt noch mal kurz was zu Olga sage, wir haben noch ein paar Übrigbleibsel von Lola. Und zwar wurde noch eine Uhr gefunden oder liegen gelassen. Wem die gehört, ich habe ein Ladekabel mit einem weißen Adapter und einem USB-Kabel und es gibt noch einen Schal. Also, wenn diese Sachen irgendwie bekannt vorkommen, einfach Bescheid geben. Ja, ich kann es auch gerne versteigern, wenn es niemand möchte. So, die Orga-Sachen. Also, Toiletten, wer sie noch nicht gefunden hat, sind genau gegenüber ein Stockwerk tiefer. Da wir noch nicht so viele sind, könnt ihr auch gerne noch einen Stuhl auf die Seite stellen, wenn es euch zu eng wird in den Stuhl rein. Wir haben beim Essen diesmal die Selbstversorgung gewählt. Nebenan gibt es ein Rewe. Es gibt auch hier ein paar Flyer von Lieferdiensten. Ich kann den Tongtai sehr empfehlen, sehr lecker. Der verlangt auch keine Anfahrtskosten. Es gibt Kaffee und Tee hinten in der Ecke und ich hätte gerne noch ein bis zwei Kaffeebeauftragte, die immer dafür sorgen, dass genügend Kaffee da ist. Fredo? Es gibt Plastikbesteck, es gibt ein paar Teller, ich glaube, es gibt auch wenige Tassen. Also bedient euch einfach. Es gibt Jokoriegel für 50 Cent das Stück, für eine Spende von 50 Cent. Die Schatzkasse steht hinten, da dürft ihr gerne was einwerfen. Dann möchte ich noch Danke sagen für die Helfer, die im Vorfeld und auch gestern beim Aufbau geholfen haben. Und zwar großes Dankeschön geht an den Timo. Vielen Dank. Also wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr gerne an Timo oder an mich. Der AGE hat geholfen, der Joachim, der Günni, ich weiß nicht, ob er schon da ist. Vielen Dank an Henning, der sitzt oben mit dem Herrn Rotärmel und macht den Ton. Natürlich wie immer Danke an die Netzwerktechnik mit dem Brauscher, dem André, wer ist noch dabei? Der Markus. Danke an den Tibor, den Sepp, den Streaming-Sepp. Vielen Dank an Fredo für die Kaffeemaschine und an den MIP für die Kaffeespende und an die Becherspende. Dann, wie gesagt, großes Dankeschön an den Hausmeister Herrn Rotärmel, der uns hier wirklich hervorragend betreut. Und ein großes Dankeschön an die Stadt Eschborn und den Herrn Hopp, der uns hier das Bürgerzentrum zur Verfügung gestellt hat. Der Herr Bürgermeister Speckhardt hat leider keine Zeit, aber so wie ich gehört habe, ist er eh nicht mehr lange im Amt. So, von meiner Seite war es das. Wenn Fragen sind, dann kommt bitte auf uns zu, wenn euch noch irgendwas fehlt. Ansonsten übergebe ich an den Thumay und wünsche euch ganz viel Spaß. Danke für die Orga von der Nicole, auch an der Stelle, denn ohne die Nicole hätten wir jetzt hier gar nicht diese schöne Aufbauten. Und die gesamte Orga auch von Henning, der hat ja auch hier viel mit dem Sepp gemacht und der Technik. Und ja, auch nochmal von mir alles Gute zum Towel Day. Ich hatte mir jetzt mal spontan eine kleine Rede überlegt gehabt, weil ich wollte doch nochmal auf etwas eingehen, was wir auch jetzt schön in diesem Einspieler gesehen hatten, nämlich anders sein. Wir haben damals und auch jetzt vorhin uns darüber gefreut, über 0,3 Prozent, die wir mal gehabt haben. Heute schlagen wir uns um alle möglichen Verhaltensweisen, wie wir miteinander umgehen und so weiter. Und ich glaube, wir sind heute innerlich viel weiter weg von einer in irgendeiner Art und Weise gestalteten Grenze wie heute. Ich würde gerne fragen, also reicht es uns aus, Subkultur zu sein, um anders zu sein? Und ich glaube nicht, dass uns das ausreicht, sondern was uns anders macht, ist auch nicht, weil wir denken, wir werden anders, oder dass wir davon reden, wir sind anders, sondern das, was uns ausmacht, was uns auch letzten Endes, glaube ich, in der Vergangenheit sehr, sehr stark auch Zustimmung gebracht hatte, war, dass wir einfach anders sind, indem wir es tun und nicht darüber viel reden und schwadronieren. Und das sagen halt auch die etablierten Parteien, dass die ja auch anders sind, die haben ja auch jede Partei für sich, hat ihr Programm und glaubt über die Programme und die Antworten, die sie den Menschen geben, sich da voneinander abzuheben. Wenn man tatsächlich in die Politik schaut, glaube ich, sieht man zwar viele Worthülsen und tolle Diskussionen und wieder das Reden, aber praktisch kommt bei den Menschen in der Gesellschaft davon ziemlich wenig an. Und was wir auch gesehen haben, ja, Menschen, also Piraten in dem Fall, die auf die Straße gehen, die für ihre Ziele und Ideale bereit sind, auch Hand anzulegen, das überzeugt, also wirklich das Tun. Und an der Stelle möchte ich einfach auch nochmal an alle appellieren, wahrscheinlich sind hier genau die Falschen, das sind wahrscheinlich diejenigen, die genau das machen, nämlich die gehen auf die Straße, die gehen auf Infostände, die sprechen mit den Leuten, die versuchen die Piratenidee in die Gesellschaft zu tragen und darüber auch einfach aufzuklären, weil ich glaube auch, dass wir Piraten der gegenwärtigen Politik ein Stück weit voraus sind. Also unsere Themen, die tun den Menschen noch nicht wirklich weh. Und wenn wir davon reden, Vorratsdatenspeicherung oder Bestandsdatenauskunft, wenn man mit Leuten darüber redet, dann kriegt man ja oft immer die Aussage, naja, ist doch nicht schlimm, ich habe doch nichts zu verbergen und halt das, was man ja alles immer wieder hört. Und deswegen ist es für uns, glaube ich, auch sehr, sehr schwer, unsere teilweise sehr abstrakten Themen auch den Menschen näher zu bringen. Und unsere Aufgabe ist es eben, diese Themen mit den Menschen und mit ihrem Alltag zu verknüpfen, dass sie verstehen, worum es eigentlich geht. Und da war das Bild mit der Stasi 2.0 vorhin in dem Vorspann und ich glaube, dass das eigentlich etwas ist, was die Menschen auch durchaus verstehen, zumindest, ich sage mal, die mittlere Generation, mit den Jüngeren vielleicht nicht mehr so. Was die Etablierten ja auch sehr gerne machen, ist, andere Ideen und andere Denkweisen auszugrenzen. Wir Piraten sind angetreten mit der, auch mit dem Slogan, es ist völlig egal, wer die Ideen von uns umsetzt, Hauptsache die Idee ist umgesetzt. Und wir waren auch bereit, sogenannte Themenkoalitionen zu machen, und zwar unabhängig, was jemand für ein Parteibuch trägt, sondern uns war es wichtig, dass die Sachthemen in den Vordergrund kommen und nicht persönliche Animositäten immer eine Rolle spielen. Das vermisse ich mittlerweile bei uns Piraten intern, dass wir eben nicht sagen, wo sind denn die Ideen, die guten Ideen, sondern man guckt, von wem kommt denn eine Idee, wer sagt denn was, ist das eine Region sogar, aus der das kommt, und wir fangen an uns gegenseitig hier im Grunde genommen schlimmer, also wir sind intern unsere ärgsten Feinde und eigentlich finde ich das sehr schade, weil an der Stelle, also ich wünsche mir da wirklich, dass wir wieder anfangen, uns auf die Themen zu konzentrieren und zu sagen, anders ist man nicht, weil wir darüber reden, sondern anders sind wir, weil wir gemeinsam die Dinge angehen und auch umsetzen. Ich meine heute, leider ist das ein bisschen blöd mit der Zeit, aber in Frankfurt findet heute eine Demo statt gegen Saatgutmonopol von Mosanto, ich weiß nicht, wer das mitbekommen hat, wäre eigentlich genau auch unser Thema, aber wir sind uns leider, wir sind sehr mit uns selber beschäftigt an der Stelle, damit meine ich nicht den LPT, sondern auch mit anderen Dingen. Gut, stimmt, der Volker geht als Redner hin, aber ich sage mal, das ist total gut und wichtig, freut mich, aber ich hätte mir auch gewünscht, dass wir das als Piratenpartei mit der Überschrift auch offiziell zum Beispiel bewerben und nicht nur jetzt einen Redner dahin schicken, weil dann sind wir wieder bei dem Reden und nicht beim Tun. Ja, ich würde gerne diesen Landesparteitag trotz aller Differenzen, die wir haben, auch intern, auch als Gelegenheit nutzen für uns alle, um zu gucken, wie können wir neue, frische Ideen entwickeln, beziehungsweise die sind schon entwickelt, als Vorschläge dann vielleicht auch verabschieden und auch anbieten. Und der Parteitag ist insofern auch sehr wichtig, um einfach auch zu zeigen, wofür die Piraten halt stehen und neben den vielen, vielen anderen Dingen, die wir sowieso schon im Programm haben. Aber ich will jetzt auch gar nicht mehr so lange rumstammeln, wünsche ebenfalls ein gutes Gelingen, versucht vielleicht nicht so sehr zu gucken, von wem bestimmte Dinge kommen, aus welcher Region die Sachen kommen, sondern schaut auf die Inhalte, lasst uns wirklich wieder thematisch arbeiten. Denn die Themen, für die die Piraten stehen, die sind so unendlich wichtig, dass es einfach sehr, sehr schade wäre, wenn wir das mit irgendwelchen Querelen, persönlicher Natur, ja, im Grunde genommen uns da selber in den Weg stehen. Und auch an die Leute, die immer nach Professionalisierung rufen, also professionell ist man in meinen Augen nicht, indem man irgendwie jemand mit einer Ausbildung, mit Geld oder sowas hinstellt und Sachen machen lässt, sondern professionell ist man in meinen Augen, indem man sagt, okay, man stellt das Thema in den Vordergrund und wir arbeiten gemeinsam an dem Thema. Man muss nicht miteinander ein Bier danach trinken gehen, aber jetzt geht die Sache, um die geht es und deswegen sind wir hier. Das ist hier kein soziales Netzwerk, das entwickelt sich vielleicht daraus. Es ist schön, wenn man tolle Freunde oder Menschen findet hier, habe ich auch schon gefunden, aber das ist nicht der erste Grund, warum man hier ist. Und wir sollten arbeiten zusammen. Okay. Von daher, ja, macht was draus. Ich bin ja Vorstand und deswegen an der Stelle lasse ich euch den Vortritt. Und ja, und auch, also dann gehe ich jetzt mal dazu über, euch jetzt Vorschläge für Versammlungsämter vorzustellen. Es gibt einmal den Stefan Schiemanowski als Vorschlag und es gibt den Marc Saunus aus Niedersachsen. Vielleicht können beide kurz mal hier hochkommen, was zu sich sagen und dann entscheidet ihr. Guten Morgen. Ich habe das schon öfter gemacht. Wir sind vorbereitet. Wir haben ein Team. Wird alles laufen, wird alles gut werden. Hi, ich heiße Mike Saunus, komme aus Niedersachsen, bin als Gast hier und gefragt worden, ob ich vielleicht antrete. Ich mache Wahl- und Versammlungsleitung auf Landesparteitagen, Regionalversammlungen und das auch schon seit über einem Jahr. Also bekomme ich bestimmt auch hin. Okay, dann möchte ich zur Abstimmung bitten, ihr habt eure Akkreditierungspäckchen gehabt oder habt sie und da fangen wir erstmal an. Wer möchte für den Stefan, dass er den Versammlungsleiter macht, dann bitte die blaue Karte heben. Okay. Dann, wer ist, Entschuldigung, ich hatte Marc gesagt, das stand falsch bei mir auf dem Zettel. Ja, ja, alles gut. Genau. Und wer möchte, dass der Mike das macht? Können wir mal eine Gegenprobe machen? Alle, die für den Stefan sind, bitte dann die rote Karte nochmal. Einfach und die blaue Karte für den Marc. Nein, nein, einfach nicht mit Ja und Nein jetzt bitte verwechseln, sondern einfach, damit ich ein Gefühl kriege, wie sich das verteilt. Also auf mich wirkt es, dass rot mehr ist. Also vielleicht könnt ihr mal kurz mitgucken. Ich stimme gerade gegeneinander ab oder ich will ein Gefühl haben, indem die Farbe rot für den Stefan und blau für den Mike gehoben wird, um zu sehen, wer hat jetzt mehr Stimmen. Weil im Moment war es gerade nicht wirklich klar. Also deswegen, bitte. Lass uns mal ganz kurz. Ja. Okay, ich lasse mal kurz die Versammlungsleiter. Wir haben uns aufgrund der Tatsache und der Absprache kurz dazu entschlossen, dass wir das gemeinsam machen können als Team. Ihr hättet dann zwei Versammlungsleiter und würden das dann gemeinsam als Team machen, wenn das der Versammlung passt. Wir würden jetzt einmal darüber abstimmen, genau alle die blauen Kärtchen hoch, die dafür sind. Ja, okay. Also wir haben jetzt gehört, die beiden würden es als Team machen. Bitte jetzt um Abstimmung. Ist die Versammlung damit einverstanden? Okay, vielen herzlichen Dank. Damit habt ihr jetzt den Job. Ja, vielen Dank. Und dann viel Spaß. Test, ah. Okay, alles klar so, Henning? Gut, das Mikro hakt ein wenig, Henning. Dann begrüßen wir erstmal RTL. Schönen guten Morgen. Okay, wir fangen an mit den Versammlungsämtern mal. Wir haben zwei Freiwillige für das Protokoll. Das ist die Isabel und der Karl-Heinz. Gibt es noch mehr Freiwillige? Die Isabel macht das nur heute. Wir brauchen im Zweifelsfall morgen noch jemanden. Das finden wir dann morgen. Wer ist denn dafür, dass die beiden das Protokoll machen? Wer ist dagegen? Dann viel Erfolg. Dann brauchen wir Wahlleiter. Die Janett und die Nicole haben sich bereit erklärt, das zu machen. Gibt es sonst jemanden, der Wahlleiter machen möchte? Okay. Wer ist denn für Janett und Nicole als Wahlleiter oder Wahlleiterinnen vielmehr? Wer ist dagegen? Alles klar, passt doch. Wir fangen relativ schnell an mit Wahlen. Ihr könnt schon mal alles mögliche vorbereiten. So, gibt es irgendwelche Einwände gegen die ordnungsgemäße Einladung? Möchte jemand Einspruch erheben gegen irgendetwas? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir jetzt über die Zulassung von Gästen ab. Hat jemand was gegen Gäste? Das wäre schlecht, dann muss der Mike wieder gehen. Okay. So, Streaming, Audio und Videoaufzeichnung. Der Sepp hat schon alles aufgebaut. Wer ist denn dafür, dass wir hier streamen und aufzeichnen? Wer ist dagegen? Der Sepp ist dagegen. Alles klar. Gut, schlechte Nachrichten habe ich auch für euch. Die CDU hat jetzt einen Internetbus. Wir sind jetzt überflüssig. Allerdings hat die CDU keine Handtücher. Dann kommen wir, wer pusht denn hier rum, zur Abstimmung über die Tagesordnung. So, wenn ich das jetzt lesen könnte. Das ist natürlich relativ groß. Kann man das irgendwie scrollen? Also ich sage mal grob, worum es in der Tagesordnung geht. Es gab eine Umfrage, welche Themenfelder beliebt sind, welche Anträge beliebt sind. Wir machen das wie letztes Mal in Butzbach, dass jedes Themenfeld 30 Minuten Zeit hat und eventuell um 30 Minuten erweitert wird. Die Reihenfolge berechnet sich anhand der Umfrage. Ich glaube, der Ernst und der Thumai haben das ins Wiki gestellt. Und bevor wir das machen, machen wir erstmal die Konsolidierungsanträge, um das Programm, das wir jetzt haben, geradezuziehen. Wir beginnen aber gleich mit der Nachwahl des Schiedsgerichts, beziehungsweise der Ersatzrichter. Das ist ganz grob die Tagesordnung. Gibt es dazu Fragen, Einwände? Knut? Eine Frage schickt es, dass der letzte Richter des Landesschiedsgerichts mittlerweile auch zurücktreten ist. Kann da irgendjemand was zu sagen? Okay, ist eigentlich jemand vom Schiedsgericht hier? Falls es noch jemand gibt. Ah, da kommt gerade jemand. Ah, hallo Julia, du bist jetzt im Schiedsgericht. Ah, hallo Ruben. Ruben, eine Frage an dich. Wie viele Mitglieder hat das hessische Schiedsgericht im Moment? Nur dich, alles klar. Weitere Fragen oder Anmerkungen zur Tagesordnung? Dann, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr übrigens ans Mikro gehen, bevor ich euch frage, ob ihr Fragen habt. Ich gelobe Besserung. Es gab im Wiki noch drei, also für die tatsächliche Reihenfolge der Anträge, die wir bearbeiten werden, gab es drei verschiedene Fassungen noch. Ist das jetzt hier schon der Beschluss, der das dann mit beschließen soll? Weil es steht ja hier nicht. Also die Reihenfolge der Anträge ist ja eigentlich Teil der Tagesordnung. Was beschließen wir jetzt genau? Die Reihenfolge der Tagesordnung steht tendenziell auch in dieser Tagesordnung drin, die Reihenfolge der Anträge. Ich gucke mal hier gerade im Wiki. So, und da geht es. Wir machen erst die Konsolidierungsanträge, dann die Top Ten der beliebtesten Einzelanträge und dann Durchlauf der Themenfelder und Einzelanträge in Reihenfolge der Abstimmung. Sonstige Anträge kommen am Ende der Tagesordnung und irgendwann kommen auch mal die Satzungsanträge, sind bei den Themenfeldern dabei. Ich glaube, die Frage war, ob über die eigentliche Reihenfolge mit abgestimmt wird oder ob die weiter zur Disposition steht. Wenn die Reihenfolge bekannt ist, möchte ich, dass die bitte schön zum Beispiel projiziert wird oder anderweitig bekannt gegeben wird. Die Reihenfolge steht im Wiki. URL bitte projizieren. Es gab Einladungen mit allen möglichen Informationen und links ins Wiki und da hätte sich auch jeder informieren können. Das steht alles in der Einladung. Danke. Ja, ich glaube, oder darf ich reden? Du darfst. Danke. Ich glaube, die Frage, die der Jörg meint, ist, weil wir von der Konsolidierung haben, ja die Reihenfolge, die in der Umfrage abgefragt worden ist, ein Stück weit modifiziert, weil eben Teile unserer Anträge da drin waren, die eigentlich in den Konsolidierungsblock hängen. Deswegen stehen im Wiki auch zwei Alternativen. Einmal die von der Umfragenteam in der ursprünglichen Form und unsere, wo die gesamten Konsolidierungsanträge rausgezogen sind und der Rest so geblieben ist, wie es nach der Umfrage ist. Und ich glaube, das war die Frage von Jörg, welche der beiden Varianten wir nehmen. Ralf, komm doch mal bitte hier hoch. Ich zeige dir mal meine Wiki-Seite und dann schaust du da drauf und erklärst allen mal hier, was wir gleich abstimmen. Okay, Markus, wir haben dieses, im Wiki ist irgendwo der Vorschlag, konsolidierte Antragsreihenfolge, genau das. Warte, Markus, wir würden diese gerne abstimmen im Grunde, aber ja, wir haben zwei Alternativen. Okay, Ralf, geh doch mal bitte ans Mikro und erkläre uns, warum wir die Alternative, Antragsreihenfolge, Konsolidierung, warum das jetzt ganz toll ist. Also, ob es ganz toll ist, müsst natürlich ihr am Ende entscheiden, nicht wir, die es als Angebot vorbereitet haben, aber wir hatten uns halt als Team Gedanken gemacht, wie die Struktur unseres Programmes ist. Wir haben das in mehrere Teile aufgeteilt, einmal so die strukturelle Konsolidierung, dass wir das Programm restrukturieren, Blockanträge und als Einzelanträge und dann haben wir ein paar inhaltliche Korrekturen gemacht, wie zum Beispiel, dass jedes Kapitel einen kurzen Einleitungssatz hat und so weiter und so fort und wir haben uns halt überlegt, wie wir das am möglichst schmerzfreiesten, einfachsten und schnellsten halt präsentieren. Deswegen dachten wir eigentlich, das wird in der Umfrage halt beachtet, da ist es ein bisschen auseinandergerissen worden und alle Einzelanträge standen zur Abstimmung, was ein bisschen unglücklich war. und wir würden halt euch gerne diesen Shortcut, den wir angeboten haben, das sind, ich glaube, acht Blockanträge, das würden wir gerne vor allen anderen neuen Anträgen vorziehen, damit wir einfach, wenn wir neue Anträge machen, einfach einen Stand des Programmes haben, das kann man da vorne an der Wand dann auch sehen, wie es sein würde, wenn wir alles zustimmen, um einfach eine Basis zu haben, um das schnell integrieren zu können und auch am Ende des Parteitages noch einen weiteren Antrag, den wir haben, diesen PA 09A LPT, um die Reihenfolge festzulegen, weil dann können wir am Sonntagabend mit Beschlüssen hier rausgehen, dass wir ein vollständiges Programm haben, mit dem wir uns halt auch in der Öffentlichkeit bewerben können. Das wäre unser Plan und deswegen ist die Idee, die Konsolidierung vor den Anträgen zu ziehen, hinterher die Reihenfolge festzulegen und fertig werden wir. Danke. Ich wollte nur kurz anmerken, meine Nachfragen bezogen sich nur darauf, dass das mal hier nochmal klar gezeigt wird, welche Wiki-Seite es ist und so weiter, weil ich finde den Vorschlag von Ralf sehr gut und ich biete dafür, um den anzunehmen. Danke. Okay, das ist die Tagesordnung, die wir gerne abstimmen würden. Gibt es hier noch weitere Anmerkungen zu? Gut, dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für bzw. gegen diese Tagesordnung? Die Tagesordnung ist angenommen. Ich habe schon einen GO-Antrag hier liegen, dann habe ich eine Frage ans Antragsbüro. GO-Anträge auf Änderung der Tagesordnung müssen schriftlich eingereicht werden mit zehn Unterstützern. Hat dieser Antrag zehn Unterstützer? Die GO von Putzbach ist gültig im Moment. Haben wir zehn Unterstützer? Dann haben wir keinen GO-Antrag. Okay, dann kommen wir zur Abstimmung über die Wahl- und Geschäftsordnung. Das ist maßgeblich die von Putzbach. Da gibt es minimale Änderungen. Während Putzbach war, erinnert sich noch an die Kröten. Der Antrag ist rausgeflogen. Wir haben diesmal keine Kröten. Ansonsten ist die so ziemlich ähnlich eigentlich wie letztes Mal. Hat jeder die GO gelesen? Die steht im Wiki. Gibt es Fragen zur GO? Gibt es Anmerkungen zur GO? Da ist ja eben wohl ein Änderungsantrag versucht worden. Könnten wir den vielleicht zur Diskussion bringen? Ich weiß nicht, wer wollte den einreichen? Können wir den mal fragen? Der Antrag wurde nicht vorhin, wenn es eingereicht wurde, dass man für einen Unterstützer hat. Wer hat den denn? Wer wäre denn der Urheber? Knut, willst du das mal erklären? Nein, der hat nicht gehört. Ach so. Ach so. Ach so. Darum diskutieren wir auch nicht mehr darüber. Aber ja, verstehe ich. Wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, stimmen wir über die Geschäftsordnung ab. Wer ist für bzw. gegen die Geschäftsordnung? Dann haben wir eine Geschäftsordnung. Dankeschön. Und dann kommen wir jetzt schon direkt zur Nachwahl der Ersatzrichter. Da brauche ich doch direkt mal die Wahlleiter hier oben. Wo ist denn die Janett? Wo ist denn die Nicole? So. Erstmal. Ihr habt das Wort übrigens. So. Wir kommen zur Nachwahl der Ersatzrichter. Gibt es Vorschläge? Gibt es Bewerber? Die Lara. Der Volker. Weidmann. Deinen Namen weiß ich. Martin. Kommt ihr ja dann einfach nach vorne, bitte. So. Der Timo wird vorgeschlagen. Timo. Wo ist er denn? Timo, du bist vorgeschlagen als Ersatzrichter. Möchtest du? Nein. Okay. Okay. Ja. So. Der Florian wird noch vorgeschlagen zum Kellerquast. Der Brandleb. Der ist aber noch nicht da. Der ist noch in der Anreise. Reinhard Schaffert wird noch vorgeschlagen. Der ist, ist der noch? Der ist auf dem Weg her. Der ist auch auf dem Weg. Okay. Hallo. Ja. Ich schlage den Markus Dränger vor. Markus. Ja, nein. Ja. Sascha. Mein Kandidat steht schon da. Ach so. Wer schreibt denn die Kandidatenliste? Der andere ist, glaube ich, dran. Hat jemand die Telefonnummer vom Brandleb? Okay. Wir gucken halt, dass wir die, die noch nicht da sind, dann ans Ende stellen für die Befragung und Vorstellung. Also die, die vorher dran sind, dürfen gerne lang und ausführlich sich bewerben. So. Gibt es noch weitere? Noch ein kleiner Hinweis zur Wahl. Wer wählen möchte, muss akkreditiert sein. Der muss sein Wändchen irgendwo an einem Körperteil befestigt haben. Und auch gut sichtbar. Ihr dürft es nicht an Kleidungsstücke festmachen. Und ihr braucht dann eure blaue Ja-Karte zum Ankreuzen bei den Wahlhelfern. Und apropos Wahlhelfer. Wer möchte denn? Der Christoph? Der Thumai? Henning? Sag. Michael. Ernst ist noch da. Ruben? Ruben? Okay. Astrid? Herbert? Okay. Sind genügend. Gebt ihr bitte noch den Protokollanten eure Namen? So. Kommt der Markus noch? Markus Dränger? So. Ich lese nochmal vor. Die Lara, der Brandleb, Martin, Zindl, Volker Weidmann, Reinhard Schaffert, Markus Dränger. So. Sind das alle? So. Wir warten noch schnell, bis die Kandidatenreihenfolge feststeht. Dann fangen wir an mit der Vorstellung. So, die Reihenfolge steht fest. So, ich rufe nochmal auf. Letzte Chance. 3, 2, 1. Dann schließe ich die Kandidatenliste und ihr dürft anfangen, euch vorzustellen. Bitte in der Reihenfolge, wie sie auf dem Beamer angezeigt ist. Ja, moin. Ich stehe jetzt hier, weil ich vorgeschlagen wurde. Ich bin kein Jurist, bin aber ein Satzungsnerd und würde das möglichst neutral machen. Ich habe gehört, wir wählen, glaube ich, zwei Leute, die direkt nachrücken im Schiedsgericht und dann nochmal zwei Leute, die dann als Ersatzrichter zur Verfügung stehen. Das würde ich gerne machen und würde gerne, dass ihr direkt im Schiedsgericht die Lara und den Florian wählt. Danke. Hallo zusammen. Ich bin die Lara, halt Lara Pschenni und ich bewerbe mich als Richterin am Landesschiedsgericht. Also zunächst zu meiner Person, für die von euch, die mich noch nicht kennen. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin in Italien geboren und ich wohne seit 2005 in Deutschland und ich studiere Jura hier in der Uni in Frankfurt im vierten Semester. Okay, dann zur Frage, was mich als Richterin im Landesschiedsgericht für euch qualifiziert. Also wie gesagt, ich studiere Jura im vierten Semester. Ich habe meine Zwischenprüfung schon hinter mir, auch wenn ich noch keine Volljuristin bin. Ich beherrsche das juristische Handwerk. Außerdem hatte ich sowieso schon vor, mich im Herbst für sein Schiedsgericht zu bewerben. Und deshalb verfolge ich auch schon seit einiger Zeit die Urteile auf Bundes- und Landesebene. Und ich kenne mich mit der SGO aus. Also abgesehen davon, dass ich qualifiziert bin, würde ich es auch total gerne machen. Und deshalb bitte wählt mich. Dankeschön. Ich nehme mal an, dass Fragen an die Kandidaten gestattet sind. Sind keine Fragen an die Kandidaten gestattet? Achso. Ja, hallo. Wie ihr feststellt, bin ich nicht rein in der Schaffert. Der ist auf dem Weg hierher. Ich versuche jetzt einfach mal proxymäßig ein bisschen was über ihn zu sagen. Er hat mir das erlaubt. Ja, was sage ich denn? Ja, der Rainer arbeitet als, in der Verwaltung vom Krankenhaus, ist Mediator und auch Vertrauenspirat. Und er kann ziemlich gut schlichten. Und ich glaube, er wäre der Richtige für den Job, weil er eine umgängliche Person ist, aber im Notfall auch hart durchgreifen kann. Moin Piraten. Hallo, ich bin der Volker Weidmann aus Rossbach im Wetteraukreis. Ich bin 52 Jahre alt und mittlerweile im Ruhestand. Ich habe Maschinenbau studiert und bei uns in der Firma war ich in der Schwerbehindertenvertretung aktiv. Ich war viele Jahre in verschiedenen Vereinen aktiv als Schatzmeister und dergleichen mehr und kenne mich da mit den Satzungen auch aus. Auch mit unserem Landeschiedsgericht hatte ich schon meine Händel gehabt und musste denen klar machen, dass das Bundesgesetzbuch auch für uns hier gilt. Jedenfalls, ich trete an für den Kandidat, als Kandidat für das Landeschiedsgericht, weil ich der Ansicht bin, dass das Landeschiedsgericht eine wichtige Institution ist. Wir brauchen die, um Urteile zu sprechen, aber auch zum Schlichten und nicht immer nur, um den Streit zu eskalieren, sondern endlich auch mal wieder Ruhe in den Laden zu kriegen. Und deswegen trete ich hier dafür an. Danke. Ja, hallo, ich bin Martin Zindl aus Marburg-Biedenkopf. Ich habe keine juristische Ausbildung, ich hatte zwar einige Punkte, aber es war eher in Richtung Wirtschaftsrecht. Ich habe in der Vergangenheit in anderen Projekten, war ich in, sagen wir mal, eher Schlichtungsausschlüssen drin, habe also mit Streitigkeiten da einigermaßen Erfahrung, allerdings eben nicht aus dem, wer hat Rechtssinn, sondern eher im Sinne, wie schlichtet man das und unter Berücksichtigung der Rechtslage. Ja, danke. Kannst du gleich mein Telefon über den Anschluss vom Laptop auf die Anlage legen, dann können wir den Anruf quasi abspielen. Wenn es das Laptop ist, das auch auf Video ist, dann müsste das gehen, ja. Julia, kannst du vielleicht den Florian kurz vorstellen? Hallo, hallo. Hallo. Hallo, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Sorry für die spontane Vorstellung, jetzt nur per Telefon, eigentlich wollte ich schon da sein. Mir kamen aber einige Dinge dazwischen. Ich bin Florian Zunkelak-Quast, aktuell Jurastudent, nebenher noch und früher Softwareentwickler. Manche kennen mich aus dem Netz als Brandnet. Ich bin aktuell Vorsitzender der Jungen Piraten, war davor im Landesvorstand Baden-Württemberg, war im Bundesschiedskirch der Jungen Piraten, habe da einiges an Erfahrung schon gesammelt, was Umgang mit Satzungen, Satzungen und die ganzen zugehörigen Gesetze, gerade für Parteien und Vereinsrecht angeht, angeht. Und ich würde gerne diese ganzen Kenntnisse, die ich erworben habe, ins Landeschiedskirch einbringen, einfach auch um eine saubere Arbeit zu gewähren, um eine saubere Dokumentation zu gewähren. Das Bundesschiedskirch ist ein gutes Vorbild. Das Landesschiedskirch kann dann noch mehr tun und das sind so Punkte, die ich gerne einbringen will. Und wenn ihr noch Fragen habt oder sowas, könnt ihr auch versuchen, mich jetzt über diesen Weg zu befragen. Ja, der Fairness halber habe ich einfach eine Frage an alle Kandidaten. Wie gedenkt ihr denn aus dem Landesschiedsgericht wieder ein ordentliches Landesschiedsgericht zu machen, was entsprechend unserer Satzung ein ordentliches Organ ist und kein politisches Hilfsorgan? Danke. Markus Dränger. Das ist ja Frage an alle, ne? Ja. Markus Dränger. Also zum einen, indem wir uns ganz streng an die Schiedsgerichtsordnung halten, aber zum anderen sehe ich das auch schwer, weil alle Themen oder alle Sachen, die verhandelt werden im Schiedsgericht, sind irgendwo emotional geladen. Aber ich glaube, ja, wenn ihr mich wählt, ich bin da ganz cool und entspannt und werde gucken, dass keine Emotionen überkochen. Dankeschön. Ja, schönen guten Tag erstmal und Entschuldigung für die Verspätung. Es hat länger gedauert, als ich vorhatte. Zu der Frage, zunächst mal muss das Schiedsgericht wieder handlungsfähig sein. Dafür braucht es erstmal zwei, mindestens zwei Richter. Dafür stehen wir hier, glaube ich, alle zur Verfügung. Die Frage, was ordentlich ist und was nicht, ist natürlich teilweise Ansichtssache. Ich glaube, es geht einfach darum, die Satzung am Hand des Satzungstextes auszulegen und diese auch gut zu begründen. Das mache ich in anderen Zusammenhängen, auch beruflich. Dafür stehe ich auch zur Verfügung, zu versuchen, aus einem Gesetzestext heraus eine Begründung zu finden oder aus einem Satzungstext heraus eine Begründung zu finden, warum man sich für die eine oder andere Richtung entscheidet. Es ist ja schon gesagt worden, was vor Schiedsgericht kommt, ist in der Regel strittig. Das heißt, man muss eine Entscheidung treffen, die in der Regel immer eine von beiden Seiten oder häufig eine von beiden Seiten nicht unbedingt befriedigt. Aber dafür ist das Schiedsgericht da und dafür stehe ich auch ein. Also, Ralf, ich weiß nicht, was du jetzt unter einem ordentlichen Gericht verstehst. Wie gesagt, das Problem ist, eben schon angesprochen worden, vor dem Schiedsgericht landen Dinge, die strittig sind. Dazu haben wir uns selbst Regeln gegeben, die Satzung. Es gibt Regeln in Form von Gesetzen, mögliches Gesetzbuch, Parteiengesetz und dergleichen mehr. Und da muss man entsprechend nachschauen und gucken, was steht da drin, wie müssen wir es auslegen. Und ja, wenn das alles nicht weiterhilft, reicht es vielleicht ab und zu mal, den gesunden Menschenverstand einzuschalten und zu überlegen, was sollte man überhaupt erreichen damit und nicht nur nach den Buchstaben des Gesetzes vorgehen. Danke. Also, wenn ich die Frage richtig verstanden habe, ging es um ein ordentliches Gericht. Ein Schiedsgericht ist kein ordentliches Gericht, sondern man bleibt ein Schiedsgericht. Wir werden jetzt zwei Ersatzrichter wählen und die werden dann automatisch nachrücken in das Schiedsgericht. Und danach können wir nochmal zwei Richter wählen, die dann Ersatzrichter bleiben, falls ein Richter befangen wird. Das ist sozusagen die zwei Wahlgegen, die wir machen können. Und dann haben wir ein handlungsfähiges Schiedsgericht in Hessen und müssen unsere Fälle nicht nach NRW oder nach Brandenburg abgeben. Ja, im Prinzip ist jetzt alles schon gesagt worden. Ich kann mich den meisten sagen, eigentlich fast allem da anschließend, vielleicht noch ergänzend, dadurch, dass das Schiedsgericht jetzt ja fast neu zusammentritt mit neuen Personen, ist, dass, sagen wir mal, die Querelen, die es jetzt vorher gab, denke ich, auch vom Tisch. Und man kann wie in so einer Art Neustart das ja auch machen. Um das Landesschiedsgericht zu einem richtigen Organ zu machen, nicht zu einem Hilfsorgan, gehört vor allem, dass das Landesschiedsgericht sehr sauber arbeitet. Dazu gehört, dass die Arbeit des Landesschiedsgerichts extrem gut nachvollziehbar ist, weil das Landesschiedsgericht entscheidet nun mal in Streitfragen. Bei Streitfragen ist es naturgemäß so, dass selten ein Kompromiss gefunden wird, der alle zu 100 Prozent glücklich macht. Und damit hat irgendwer immer Konsequenzen zu tragen, die ihm nicht ganz gefallen. Und diese Konsequenzen müssen aber auch gut begründet werden. Die müssen wir als Schiedsgericht den Urteil gut begründen, damit auch alle letztendlich zufrieden sind und damit leben können. Und ich denke, dann zeigt sich das Landesschiedsgericht als richtiges Organ arbeitet. Und entsprechend müssen wir vorgehen. Saubere Arbeit, gute Begründung. Ja, hey, hat einer von euch, beziehungsweise es ist eine Frage an alle, habt ihr schon mal einen Gesetzeskommentar in der Hand gehabt und wenn ja, welche? Und habt ihr sowohl die hessische Landessatzung als auch die Bundessatzung und die Schiedsgerichtsordnung vollständig gelesen? Die Frage ist, ob Sie sie verstanden haben. Ja, die Satzung habe ich gelesen und ich hatte schon irgendwie sieben, acht Kommentare zum Part G in der Hand und zu diversen anderen Gesetzen. Also aufgrund meines Studiums habe ich mich schon mit eigentlich mit allen Kommentaren auseinandergesetzt. Ich glaube, ich kann keinen nennen, den ich noch nicht in der Hand hatte. Auch schon mit dem Parteiengesetzbuch-Kommentar. Die SGO habe ich auch gelesen und im hessischen Kommunal- und Verwaltungsrecht kenne ich mich auch aus. Ja, wie gesagt, beruflich beschäftige ich mich mit Krankenhausgesetzgebung. Ich verfolge in dem Zusammenhang Gesetzgebungsverfahren, lese auch Gesetze und entsprechende Kommentare aus dem Bereich des Gesundheitswesens. Das hat jetzt nicht viel mit Satzung zu tun. Die Satzung habe ich auch schon gelesen. Zugegebenermaßen müsste ich mich da tiefer noch reinarbeiten. Trotzdem traue ich mir zu, auch in Satzungsfragen Entscheidungen treffen zu können und die anhand der Satzung und der entsprechenden Kommentare oder Auslegungen begründen zu können. Ja, also Satzung dergleichen haben wir alle schon durchgelesen. Mehr als nur einmal durchgeackert. Diverse Kommentare, Palland und sonst was, haben wir natürlich auch zur Verfügung stehen. Auch die Landesschiedsgerichtordnung habe ich schon mal durchgearbeitet und hat euch damals gesagt, welche Fehler ihr bei meinem Prozess gemacht habt. Das sollte reichen. Satzung ja, ist logisch. Die anderen Sachen nein. Ich habe schon alle möglichen Arten von Kommentaren und Gesetzen in der Hand gehabt. Ich habe angefangen bei einem BGB bis zum Grundgesetzkommentar und natürlich auch im Parteiengesetzkommentar. Ich kann damit umgehen. Das war unter anderem auch meine Aufgabe. Eine meiner Aufgaben im Landesvorstand in Baden-Württemberg. Sämtliche Sachen, wo uns irgendwer mit rechtlichen Sachen trollen wollte oder ins Wein zinkeln, waren erst mal meine Aufgabe im Vorstand ein erstes internes Gutachten zu erstellen für den Rest. Ansonsten, ich kenne die Satzung der Piratenpartei relativ gut. Ob Schiedsgerichtsordnung oder allgemeiner Satzungsteil ist dabei egal. Auf sämtlichen Siederungsebenen. Aber für ein konkretes Urteil muss man sich eh immer den Wortlaut anschauen, um ihn korrekt und genau auszulegen. Und den kann keiner auswendig. Ich habe eine Frage an Lara. Lara, du bist im Vorstand im Kreisverband Frankfurt. Wirst du dieses Amt niederlegen dafür? Ja, ich werde das Amt niederlegen und niederlegen müssen. Und der Zeitpunkt ist ein bisschen ungünstig, weil ich ja gerade erst als Beisitzerin in den KV Frankfurt gewählt wurde. Allerdings, als ich gewählt wurde, war noch nicht abzusehen, dass sowohl der Bernhard als auch der Jan zwei Wochen später ihr Amt niederlegen. Aber ja, wenn, aber dann wäre der KV Frankfurt doch immer noch handlungsfähig. Ich habe eine Frage an alle. Ich gehe erst mal davon aus, dass ihr alle, wenn ihr den Richter seid, Streitigkeiten erst mal schlichten wollt und dann beilegen. Die Frage, die ich jetzt konkret habe, wer von euch würde sich denn als Richter auch dazu befähigt fühlen oder es machen wollen, rechtliche Beurteilungen von Satzungsbestimmungen zu beurteilen und dann entsprechend einstweilige Anordnungen zu geben? Natürlich wird man sowas ausgiebig prüfen müssen, bevor man sowas tut. Man sollte es sehr gut begründen können. Das ist der Hauptpunkt daran. Und da würde ich auch akribisch daran arbeiten, damit es ein recht neutrales und möglichst gut begründetes Urteil oder Anordnung gibt. Und was sozusagen die Vorarbeit angeht, vor einem Verfahren, würde ich hoffen, dass die anderen beiden Richter dann schlichten können, weil ich dafür momentan recht wenig Zeit habe. Also wenn es dann um ein Verfahren geht, wo ich mich darum kümmern muss, werde ich es tun. Aber sozusagen, weil ich auch jetzt Kandidaten und recht viel Zeit im Wahlkampf stecken werde, werde ich mich nicht um Schlichtungsdinge kümmern wollen. Knut, ich muss dich leider enttäuschen, weil in der Schiedsgerichtsordnung steht, dass nur das Schiedsgericht erst angerufen werden darf, wenn Schlichtungsversuche gescheitert sind. Und daraus kann man ja entnehmen, dass das Schiedsgericht nicht die Aufgabe hat, die wir den Vertrauenspiraten gegeben haben, nämlich erst mal auf die Leute zuzugehen und zu gucken, ob man nicht irgendwie miteinander klarkommt. Das Schiedsgericht kommt als Instanz erst danach. Und ansonsten, was Satzungsfragen angeht, kann ich mich der tollen Antwort von Markus nur anschließen. Dankeschön. Ja, zur Schlichtung wurde ja schon einiges gesagt. Ich habe in meiner Funktion als Vertrauensberat allerdings festgestellt, dass das wenig in Anspruch genommen wird, vorher zu schlichten. Und auch in vielen Bereichen gar nicht wirklich möglich ist, weil eine echte Bereitschaft dazu, das gehört dazu, wenn man einen Schlichtungsversuch macht, dass beide Seiten auch bereit sind, auch aufeinander zuzugehen und den anderen anzuerkennen, dass das häufig gar nicht gegeben ist. Und gerade deswegen habe ich mich dazu entschlossen zu sagen, okay, dann gehe ich ins Schiedsgericht um eben, oder bewerbe ich mich um das Schiedsgericht, um eben auch auf Grundlage unserer Satzung dann auch Entscheidungen in Konflikten treffen zu können. Ja, ich denke, das ist Aufgabe der Richter, eben die rechtlichen Standpunkte zu betrachten und dort ein Urteil zu fällen. Du hast angesprochen, eine einstweilige Verfügung, das kann immer nur eine Notmaßnahme sein, um einen weiteren Schaden zu verhindern. Aber man muss dann prüfen, ob dann wirklich eine einstweilige Verfügung sinnvoll ist und nicht, dass der irgendwo nach dem Motto, wir machen jetzt mal schnell eine Einweisverfügung, stellen Tatsachen in den Raum und lassen das dann einfach mal so wirken. Das kann ja so funktionieren. Ja, ich möchte mich dem anschließen, was der Markus vorhin gesagt hat, aber auch dem, was der Reinhard gesagt hat. Also für mich ist es schon so, dass diese Schlichtung im Vorfeld auf einer ganz anderen Basis stattfindet wie vor einem Schiedsgericht. Und dass auch ein Schiedsgericht, finde ich, die Aufgabe haben sollte oder logischerweise hat, erstmal eine Schlichtung in diesem Rahmen zu probieren, eben wie ich vorhin so sagte, mit den rechtlichen Belangen dazu und dass es die Mischung daraus ausmacht. Mit einer einstweiligen Verfügung, was ja die Ursprungsfrage war, muss ich sagen, mit solchen Sachen tue ich mich im Prinzip schwer, weil das ja immer nur die letzte Möglichkeit ist. Da bin ich recht froh, dass das Schiedsgericht, der logischerweise aus mehreren Leuten besteht und das gemeinsam abgeglichen worden muss. Wenn es so einen Fall allerdings geben sollte, bin ich durchaus bereit, es auch durchzuziehen. Eine, was mit der Frage nichts zu tun hat, Nachbemerkung, weil vorhin gefragt worden ist von Lothar. Ich bin auch im Vorstand in Marburg-Biedenkopf, ein Schatzmeister, und hatte da eigentlich kein Problem damit gesehen, dass das, also wenn sich das widersprechen sollte, dann mich nicht wählen, weil ich wollte als Schatzmeister nicht weggehen. Dann nehme ich die Kandidatur zurück, da habe ich vorhin nicht dran gedacht, dann Entschuldigung. Ich traue mir durchaus zu, Satzungen anzuschauen und korrekt zu beurteilen im Maßstab. Satzungen sind zwar zu beurteilen, nicht nach dessen wie Maßstäben höherrangiger Gesetze, die müssen sie nur erfüllen, sie sind nur aus sich selbst auszulegen. Aber wir haben bei uns in der Partei durchaus schon eine gewisse Historie, die auch hilft, die Satzungen zu verstehen anhand der bisherigen Urteile. Und entsprechend muss dann im konkreten Fall eine rechtsgültige Abwägung gemacht werden, ob eine einstweilige Anordnung korrekt ist oder ob sie übers Ziel hinausschießt. Da ist halt der Punkt Rechtsschutzabwägung, das hängt vom konkreten Fall ab, aber ich traue mir das durchaus zu, eine Satzung korrekt einzuschätzen. Zu diesem Urteil ist schlussendlich auch schon zum Beispiel das Amtsgericht Holtenburg gekommen, nachdem ich Ihnen meinte, Ihre Auffassung stimmt nicht. Sie sagten, okay, warum? Ich habe Ihnen meine Begründung und danach haben Sie es akzeptiert. Also ich kenne, dass ich durchaus meine auslegende Satzung sehr gut verargumentieren kann, sodass ich sehr gut nachvollziehbar ist, warum ich zu diesem Schluss gekommen bin. Ja, gut, dann blicke ich einfach mal los, vielleicht hört der Florian das ja auch schon. Ja, einmal an alle und einmal eine Frage direkt an Markus. Okay, erstmal kurz die Frage an Markus. Markus, du stehst auf Listenplatz 3 für die Bundestagswahl. Meinst du, dass du das zeitlich bei dem, was dann noch auf dich zukommt, managen kannst, Schiedsgericht und Listenplatz gleichzeitig abzudengeln? Und dann die Frage an alle ist, ich bin ein führistischer Vollnub, ja, aber wirklich total. Könntet ihr mir in zwei, drei, maximal vier Sätzen ganz kurz erklären, was an diesem Satzungsparagrafen zum VMB jetzt nach eurer Meinung falsch ist, wenn ihr das interpretieren müsstet. Applaus Was an dem Satzungsparagrafen ist, die VMB immer bekannt. Ach so. Kannst du erstmal das mit dem... Will ich mich das veräußern, Frau Herr? Als Satzungsparagrafen, oder? Ich bin ja nachher befangen. Okay, also ich hoffe zum einen, dass wir jetzt die nächsten vier Monate nicht mit hunderten von Schiedsgerichtsverfahren uns beschäftigen müssen, sondern dass, wenn es eins oder wenn es zwei gibt, werde ich die Zeit dafür aufbringen. Ich habe auch das Ziel, eigentlich Ersatzrichter zu werden und nicht Richter. Deswegen, ihr könnt mich gerne im zweiten Wahlgang wählen, aber nicht im ersten. Das Risiko minimieren, dass ich eingesetzt werden muss. Und zum Satzungsparagrafen, ich sehe das Problem, dass es kein Organ ist. Also das Parteiengesetz schreibt vor, dass Organe explizit in der Satzung erwähnt sein müssen. Das ist das VMB nicht. Und das ist da das größte Problem. Ansonsten könnt ihr, glaube ich, den Rest auch in der Begründung vom Landeschiedsgericht durchlesen. Das Problem ist, dass wir das VMB in der Form, wie wir es benutzt haben, dass wir ihm Eigenschaften zugerechnet haben, die wir in der Satzung nicht festgeschrieben haben. Das lässt sich aber ganz einfach heilen, indem wir heute einen Satzungsänderungsantrag annehmen. Es liegen ja mehrere vor, die eben diesen Fehler heilen und dem VMB halt entweder den Status eines Organs geben oder es unverbindlich machen oder ich weiß gar nicht mehr, was alle Möglichkeiten waren, die heute vorgestellt werden. Und wenn wir, nur noch mal kurz an alle so zur Erinnerung, ich hätte jetzt auch gerne ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, keiner guckt mal hierher. So, hier spielt die Musik. Wenn wir heute, ja, hallo, wenn wir heute einen der Satzungsänderungsanträge annehmen, kommt es auch mit dem VMB bezogen nicht mehr zu einer Hauptverhandlung beim Schiedsgericht, weil dann die Sache gegessen ist. Das solltet ihr euch vielleicht alle nochmal im Hinterkopf behalten, wenn ihr heute abstimmt. Dankeschön. Ja, Lara hat es schon beschrieben. Das Problem ist die Positionierung, die so nicht nach Ansicht der Richter nicht ganz korrekt in der Satzung festgeschrieben war oder ist bisher und das Problem ist heilbar über die Änderung der Satzung. Ja, über das VMB wurde jetzt schon eine ganze Menge geredet. Wie gesagt, es muss klipp und klar in die Satzung geschrieben werden, dann ist es in Ordnung. Allerdings würde ich in diese Baustelle VMB nicht mehr so viel Energie investieren. Wir haben auf dem Bundesparteitag diese Mitgliedsbefragung beschlossen. Die gilt bundesweit und ich denke, das sollten wir dann irgendwo mal für Hessen auch ausbauen. In drei Sätzen die komplette Komplexität des Sachverhalts zu erfassen und wiederzugeben. Aber grundsätzlich halte ich die Entscheidungsrichtung, das Landesschiedsgericht hier Rechtsschutz zu gewähren, für tendenziell richtig. Das Landesschiedsgericht hat ein Urteil zur einstweiligen Anordnung erlassen, das ich glaube zwölf Seiten lang ist oder so. Und entsprechend, ja die Begründung von mir kann das hier nicht ausstecken. Ja, was fällt euch zu dem Grundsatz Nebis idem in Deutsch nicht zweimal in derselben Sache ein? Und was bedeutet das vor allem in Bezug auf Ordnungsmaßnahmen? Ja, das Problem hatten wir in der Piratenpartei öfter mal, auch mit Mitgliedern aus Rheinland-Pfalz, dass Leute mehrmals wegen einem Sachverhalt Ordnungsmaßnahmen bekommen sollten. Da wurde zum Beispiel eine Rüge ausgesprochen und anschließend konnte man jemanden nicht doppelt bestrafen, man konnte also keinen Puff durchführen. Das heißt, man muss sich bei dem ersten vergebenen Verordnungsmaßnahmen sicher sein, was man haben will, damit man nicht ein Mitglied, was man rauswerfen möchte, vorher mit einer geringeren Strafe wie einer Rüge davon kommen lässt. Ja, genau. Es heißt, dass man nicht zweimal für die gleiche Sache bestraft werden will. Und ich glaube, das war zuletzt ein Fall, mit dem sich das Schiedsgericht Baden-Württemberg beschäftigt hat, weil er gegen jemanden eine Ordnungsmaßnahme wegen einer Sache verhängt wurde und dann wegen der gleichen Sache er auch noch einen PAV kriegen sollte. Und dann wäre er zweimal mit Ordnungsmaßnahmen mit dem PAV für seine eine Handlung bestraft worden. Das geht halt nicht. Ist alles gesagt worden. Kann ich auch nicht mehr zu viel dazu zufügen. Wie gesagt, man muss sich überlegen, was man für eine Ordnungsmaßnahme verhängt und dann entsprechend muss man gleich die richtige wählen. Das ist ein strafrechtlicher Grundsatz. Das heißt, es steht für Verbot der Doppelbestrafung. Bei Ordnungsmaßnahmen wenden wir das zumindest analog an. Mir fällt da zum Beispiel der Fall von Bodo Tiefen ein. In dem Parteiausschussverfahren wurde damals das PAV abgelehnt, weil schon vorher eine Ordnungsmaßnahme gegen Bodo Tiefen erfolgte und damit schon eine Bestrafung für seine Äußerungen vorhanden war. Ja, ich habe wieder eine Frage an alle. Sie basiert auf dem Landesschiedsgerichtsurteil zur Fusion der Kreisverbände Darmstadt, Darmstadt-Dieburg und unserem basisdemokratischen Verständnis ein wenig. Dort gab es auch einen strittigen Satzungsparagrafen und das Landesschiedsgericht hat damals im Prinzip die Satzung für den Landesverband interpretiert und dem Landesparteitag den Auftrag gegeben, dies zu korrigieren. Inwiefern wäre dies für euch die bessere Lösung im Vergleich zu einer einstweiligen Anordnung? Oder eben als Drei-Personen-Organ sich gegen Beschlüsse von Landesparteitagen zu stellen? Danke. Die Schiedsgerichte müssen aufgrund der Satzung urteilen und aufgrund von Parteiengesetzen und sind in Hessen auch Organe und können sich deshalb auch nicht an Entschlüsse von anderen Organen richten und auch Beschlüsse des APTs können von einem Schiedsgericht gekippt werden, wenn das Schiedsgericht das gut begründen kann und der Landesvorstand das nicht vor einem höheren Schiedsgericht wieder anfechten kann. Zu den Fällen in Darmstadt-Dieburg. Ich war damals dabei, ich habe aber die Schriftsätze jetzt nicht mehr im Kopf, um das irgendwie zu bewerten. Also ich müsste es mir erst mal wieder durchlesen, bevor ich das wieder hier erklären könnte. Ich kann mich dazu leider gar nicht äußern, weil das ist jetzt zwei oder drei Jahre her, also lange bevor ich in Hessen gewohnt habe. Aber vielleicht sollten wir jetzt auch nicht die Zeit damit vergeuden, alle ehemaligen Landes-Schiedsgerichtsurteile hier zu besprechen. Ja, erstmal Ralf, alles Gute zum Towel-Day und was heute sonst noch anliegt. Zum Thema, ich verstehe die Frage eher in Richtung Verhältnismäßigkeit einer einstweiligen Anordnung. Einstweilige Anordnungen sollten verhältnismäßig sein, das heißt ein geringstmöglicher Eingriff in die Rechte der Betroffenen darstellen. Wenn es andere Möglichkeiten gibt, ohne eine einstweilige Anordnung, kann ich mir das gut vorstellen. Das hängt aber jetzt immer dann natürlich vom Einzelfall ab. Ja, es wird ja fast alles gesagt, dass es dumm, wenn man hinten dran ist, aber wie gesagt, einstweilige Anordnung, der Rainer hat das gerade eben gesagt, es muss immer eine Notbehelf sein, es kann nicht sein, dass man einfach mal mit einstweiligen Anordnung erstmal alles aus der Kraft setzt, bevor man einen sauberen Urteilspruch getroffen hat. Die Urteilsprüche müssen basieren auf Satzungen, auf Gesetzen und dergleichen und auch der Landesparteitag muss sich an Satzungen und Gesetzen halten und wenn hier ein Fehler gemacht worden ist, muss das notfalls auch irgendwie korrigiert werden können. Der Punkt ist, dass beim Verfahren gegen, oder beziehungsweise um die Fusion der Kreisverwende Darmstadt-Darmstadt-Sieburg, ist die Entscheidung des LSG meines Wissens im Hauptsacheverfahren gefallen, also die Entscheidung, dem Landesparteitag etwas aufzugeben. Und bei einer einstelligen Anordnung handelt es sich, wie vorhin schon mal angerissen, um eine Anordnung des Gerichtes, um weiteren Schaden von Rechtsgütern aufzuhalten. Und bei einer Fusion, wo keine Eilbedürftigkeit vorliegt, und die wäre mir jetzt im Fall Darmstadt-Sieburg nicht bekannt, halte ich es für gerechtfertigt, Aufgaben auch an den Parteitag zurückzugeben. Aber in dem Moment, wo konkrete Rechtsgüter gerade von Mitgliedern bedroht sind und das Gericht zu der Erkenntnis kommt, dann halte ich eine einstweilige Anordnung durchaus für gerechtfertigt. Ja, es ist hier heute auf alle Fälle schon das Wort gesunder Menschenverstand gefallen, dass man danach eben die Satzung und so weiter sozusagen auslegen sollte. Das ist ja ganz gut und schön. Es wird häufiger auch in dem Zusammenhang von einem sogenannten Gerechtigkeitssinn gesprochen. Jetzt ist meine Frage an euch, nach welchen Prinzipien eine Satzung ausgelegt werden muss und was der Unterschied zwischen Gerechtigkeitssinn und einem Rechtsverständnis ist. Satzungen und Gesetze können in zwei Richtungen ausgelegt werden. Zum einen nach dem, was dort steht im Wortlaut und zum anderen nach dem, was die Versammlung damals beschließen wollte mit der Zielgabe. Und nach diesen beiden Prinzipien kann man sich diese Texte angucken und dann diese Texte auslegen. Zum Rest, ich kann nicht mit einem Gerechtigkeitssinn da rangehen und irgendwie das, was ich für richtig halte, urteilen, sondern das, was da steht und nicht irgendwie, was ich für richtig halten würde. Also, Normen und Gesetze werden grammatikalisch, theologisch, systematisch und historisch ausgelegt, wie du das meintest und normalerweise auch noch mit Verweis auf irgendwelche EU-Ebenen, Verordnungen, aber das ist ja bei der Satzung nicht der Fall, wir haben ja keine EU-Obersetzung. Und zu Recht, was war nochmal der zweite Teil der Frage, Rechtsverständnis und Gerechtigkeitsgefühl? Achso, ja, Rechtsverständnis ist ja, wenn man die Gesetze kennt, mit denen umgehen kann und Schlupflöcher findet und Gerechtigkeitsempfinden ist, wenn man sozusagen Naturrecht, das Naturrecht verfolgt, also über die Frage, was Geschribensrecht ist, hinaus sich fragt, was die gerechteste Lösung ist, dass keiner benachteiligt wird. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man da den gesunden Ausgleich findet, weil man sich selber ja auch ziemlich überschätzen würde, wenn man von sich selber behauptet, dass man ein so tolles Gerechtigkeitsempfinden hat, dass man immer die beste Lösung für alle findet. Und deshalb der Ausgleich muss da gefunden werden. Mir hat mal ein Rechtspfleger erzählt in seiner Ausbildung, wären Sie mal in einem Gerichtsverfahren gewesen und hinterher hätten Sie so gesagt, so in der Gruppe, in der Ausbildungsgruppe, naja, das Urteil sei ja gar nicht gerecht und die Ausbilder haben gesagt, mit Gerechtigkeit hat das auch nichts zu tun. Es ist eben leider so und dafür sind Gerichte da. Und auch das Landesschiedsgericht, es geht hier um die Auslegung eines Textes. Und es geht darum, was in dem Text steht und nicht darum, was vielleicht irgendjemand gemeint haben könnte, aber nicht mehr nachvollziehbar ist. Es geht also um nachvollziehbare, anhand des Textes nachvollziehbare Entscheidungen. Und deswegen geht es, wie auch schon gesagt wurde, nicht darum, nach meinem Empfinden, ist das jetzt gerecht oder ungerecht, sondern es geht darum, diesen Text auszulegen. In der Auslegung allerdings kann natürlich gesunder Menschenverstand nicht schaden. Ja, also wir geben uns ja nicht eine Satzung, weil wir bedrucktes Papier erzeugen wollen, sondern weil wir dort Regeln festschreiben, nach denen wir zusammenleben wollen, mit denen wir die Partei organisieren wollen und dergleichen mehr. Auch dann vorgeschrieben von Gesetzen, was da drin stehen muss, was nicht drin stehen darf. Und die Aufgabe des Gerichtes ist eben, diese Satzungstexte, Gesetzestexte auszulegen, interpretieren, was steht denn dort wirklich drin. Und klar, Gerechtigkeit, es gibt den schönen Spruch, dass man beim Gericht gibt, keine Gerechtigkeit, sondern nur ein Urteil. Und ja, das Urteil, wenn das gerecht ist noch, dann wäre es am besten. Bei der Auslegung der Satzung kommen grundsätzlich drei von den vier üblichen Arten, Normen auszulegen zur Anwendung. Das wäre einmal die grammatikalische oder Wortlautauslegung. Dann wäre noch die systematische Auslegung. Das heißt letztendlich Auslegung nach, was steht noch im Kontext dazu in der Satzung in dem Fall. Und die theologische Auslegung soll heißen, nach Sinn und Zweck. Was könnte mit dieser Satzungsbestimmung gemeint sein? Die historische Auslegung dient ansonsten bei Gesetzen, bei Satzungen nicht zur Anwendung, weil es Mitgliedern von Vereinen oder auch Parteien in dem Fall ist, nicht zuzumuten ist, die Satzungsgeschichte zu kennen. Zur anderen Teilfrage, Rechtsverständnis und Gerechtigkeit sind. Es gibt so einen schönen Spruch, Recht haben heißt nicht Recht bekommen. Und das tut ziemlich Gutes aus. Ich kann gefühlt im Unrecht sein und trotzdem sagt das Rechtssystem, nein, ich kann gefühlt im Recht sein und das Rechtssystem sagt, ich bin im Unrecht. Das liegt dann auch daran, Rechtssystem, Satzung und so weiter sind normative Sachen, die werden gesetzt und die stehen dann so. Die können total ungerecht sein, aber die sind dann so. Und deswegen, Rechtsverständnis ist für mich das Verstehen von diesen normativen Satzungen und Gerechtigkeitssinn ist das, was wirklich nach, ich sage jetzt mal, gesundem Menschenverstand und Mitmenschlichkeit gerecht ist. Das kann aber unterscheiden. Danke, ich bin fertig. Gut, ich hätte noch mal eine Frage, die, wenn die Kandidaten auch zuhören möchten vielleicht, die vielleicht sehr schnell beantwortet ist. Wir haben hier im Landesverband, ja, wir haben hier im Landesverband sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit Schiedsrichtern, die Mitglied waren in sogenannten Burschenschaften. Wenn ihr in einem solchen Verein seid, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, dies zuzugeben. Wenn ihr nicht in einem solchen Verein seid, möchte ich trotzdem wissen, wie ihr bitte kurze Antworten mit Befangenheiten dieser Art umgehen wollt. Also Klickenbildungen innerhalb der Partei, mögliche Zugehörigkeit zu so einer Clique und so weiter. Die Beantwortung dieser Frage ist freiwillig. Das heißt, ihr müsst diese Frage nicht beantworten. Befangenheit heißt nicht, dass ich mit jemandem befreundet bin, sondern wenn ich mich zu dem Sachverhalt, der in einem Verfahren behandelt wird, mich explizit geäußert habe und nicht, wenn ich irgendwie jemanden kenne, der in dem Verfahren beteiligt ist, weil sonst müssten wir Leute wählen, die nicht aus Hessen kommen. Soweit ich weiß, könnte ich sowieso nicht in einer Burschenschaft sein, weil ich weiblich bin. Ich weiß, ihr könnt mich ja aufklären. Ich glaube, Burschenschaften nehmen sowieso nur Männer auf. Von daher kann ich euch alle beruhigen. Ich bin nicht in einer Burschenschaft. Befangenheit gegenüber Leuten, die in Burschenschaften sind, sind beim Schießgericht sowieso unwichtig. Es kommt auf den Einzelfall an, auf den Klagegrund. Wenn zum Beispiel genau wegen seiner Burschenschaftsmitglied eine Ordnungsmaßnahme verhängt werden soll, oder so, dann muss da im Einzelfall drüber gesprochen werden. Aber generell, oder ich bleibe dabei, es kommt auf den Einzelfall an. Zunächst mal in der Frage schwingt ein bisschen unser Problem, das wir hier manchmal im Umgang miteinander haben, mit. Die Verknüpfung von Burschenschaftsmitgliedschaft zu Klickenbildung innerhalb der Partei wird mir hier nicht ganz klar. Meine Mitglied... Ich persönlich bin Mitglied im Waldkindergarten Büdingen und anderen Vereinen. Meine Mitgliedschaften stehen... Also ich will das Problem, das angesprochen wurde, ist hier nicht bagatellisieren, nur ein Stück weit diese Frage nach Mitgliedschaft in der Burschenschaft, der Zusammenhang erklärt sich mir nicht. Meine Mitgliedschaften in Vereinen und Berufsverbänden und anderen Dingen stehen auf meiner Internetseite, reinhard-schaffert.de, können dort nachgeschlagen werden, da bin ich völlig transparent. Ich würde da, oder ich hatte da auch schon mal mein Gehalt veröffentlicht. Also, was ihr über mich wissen wollt, könnt ihr in diesen Zusammenhängen da erfahren. Innerhalb der Partei bin ich in verschiedenen politischen Arbeitsgruppen und beschäftige mich da auch in erster Linie politisch und nicht intrigant. Und zumindest meine ich das, ja. Ja, ich glaube auch, dass die Frage dieser Burschenschaft-Mitgliedschaft bei den Piraten nicht so dramatisch ist, weil hier wohl die wenigsten, wo es in der Burschenschaft sind. Ich war mal in einer gewesen, gebe ich offen ehrlich zu. Ich habe dann irgendwann mal die Wahrheit gesagt und wurde deswegen rausgeworfen. Passiert. Ja, wie gesagt, aber wir haben andere Klicken, wir haben andere Verbindungen hier bei uns. Also jetzt keine schlagenden, sondern andere Informative, wo Leute zusammenarbeiten. Und ich denke, dann sollte man als Richter, wenn man dann in so einem Fall involviert ist, auch wenn es eben hieß, nur wenn ich mich geäußert habe, aber dann sollte man sagen, okay, ich bin dort involviert, ich habe dort persönliche Interessen dahinter und dann sollte man lieber einen Ersatzrichter ranlassen. Ich bin nicht Mitglied in einer Burschenschaft oder Studentenverbindung. Ich sehe aber aus dieser Nicht-Mitgliedschaft erstmal auch keine Befangenheit, weil wenn da eine Befangenheit wäre, dann müssten wir auch bei zum Beispiel Parteiausschlussverfahren gegen Doppelmitglieder, die in einer NPD sind, auch von den Richtern verlangen, dass sie Mitglied in der NPD sind. Das wäre sehr krude. Nichtsdestotrotz, Burschenschaften und Studentenverbindungen haben ein sehr weites Feld. Es gibt von extrem rassistischen und nationalistischen Verbindungen bis hin zu sehr liberalen Verbindungen alles Mögliche. Und die jetzt pauschal über einen Tamm zu scheren, halte ich für falsch. Aber ein Problem ist, sehr viele dieser Burschenschaften haben einen Hang zu Rassismus und Nationalismus. Und das ist ein Problem in meinen Augen und in meinen Augen auch unvereinbar in der Mitgliedschaft bei uns, weil es unserer Satzung widerspricht. Ja, dann jetzt meine letzte Frage auch, damit wir zur Wahl schreiten können. Und zwar, ich bin jetzt drei Jahre im Landesschiedsgericht und dabei habe ich es bereits mehrfach erlebt, dass Richterkollegen durchaus, wie soll ich sagen, überrascht waren von der Arbeit, die auf sie zukommen, mit was sie sich alles beschäftigen müssen und wie unglaublich genau man eben mit den Texten da umgehen muss. Dass es eben nicht irgendwie Larifari ist, sondern eben wirklich eine scheiß Arbeit. Deswegen meine Frage, habt ihr euch schon mal intensiv mit sowas auseinandergesetzt, gerade auch zum Beispiel Landesschiedsgerichtsurteilen? Und seid ihr euch sicher, dass ihr wisst, dass das auch wirklich Arbeit ist und nicht nur irgendwie ein bisschen so, ja, man ist halt Richter? Ja, ich habe mich sehr ausführlich mit Urteilen von verschiedenen Schiedsgerichten in der Piratenpartei beschäftigt und sehe auch, welche Arbeit das ist. Deswegen habe ich die Hoffnung, dass ich Ersatzrichter werde und für den Fall dann einspringen kann, aber dass ich das nicht als Hauptbeschäftigung mache, weil ich Wahlkampf machen will. Ich weiß auch, dass alles, was mit Jura zu tun hat, unglaublich viel Vorbereitungsarbeit, Recherchearbeit erfordert. Ich habe ganz viele Urteile gelesen und auch versucht, die nachzuvollziehen, also die entsprechenden Kommentare aufzuschlagen und nachzugucken. Außerdem habe ich mich mal mit den beiden zurückgetretenen Richtern über den Arbeitsaufwand unterhalten. Von daher weiß ich auf jeden Fall, was auf mich zukommt. Also das mit der Arbeit überrascht mich jetzt echt. Nein, also im Ernst, ich trete hier nicht an, um die Füße hochzulegen. Ich denke, ich habe in der Zeit, in der ich in dieser Partei bin, eine ganze Menge Arbeit gemacht in verschiedenen Bereichen. Ich beschwere mich auch nicht, wenn ihr mich nur als, nur in Anführungszeichen, als Ersatzrichter wählt. Ich bin aber bereit, um die Handlungsfähigkeit des Schiedsgerichts herzustellen, diese Arbeit auch in das Landesschiedsgericht zu investieren. Ja, also Satzungen und die Landesschiedsgerichten habe ich auch schon mehrmals durchgearbeitet und habe auch wirklich Wort für Wort gelesen und habe auch die Fehler in der alten gefunden, aber das war eine andere Geschichte. Ich habe, glaube ich, schon erwähnt, ich bin im Ruhestand. Ich habe momentan relativ viel Zeit und kann mir die Zeit nehmen, auch hier für die Beratenpartei im Landesschiedsgericht dann zu arbeiten. Ich habe mich durchaus schon, genauso wie ich mich mit den Satzungen befasst habe, auch schon mit den Urteilen in der Partei und den Schiedsgerichten befasst. Ich lese regelmäßig die Urteile von Landesschiedsgerichten und dem Bundesschiedsgericht und ich weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Ich habe schon mit einigen Bundesschiedsgerichtern und Landesschiedsgerichtern komplett verteilt über Deutschland gesprochen, über ihre Arbeit und habe daher meiner Meinung nach ziemlich guten Einblick, wie viel Arbeit das ist und wie viel Sorgfalt man walten lassen muss. Deswegen hatte ich das auch in meinem Eingangsstatement betont, dass wir eine sorgfältige Dokumentation auch nach außen bringen müssen, um zu zeigen, wie viel Arbeit eigentlich dahinter steckt und wie viel Gedanken sich ein Schiedsgericht dabei gemacht hat. Danke. Wir sind mit der Fragerunde durch und kommen zur Wahl. Dadurch, dass der Martin zurückgezogen hat, wird der Florian auf die fünf rutschen. Das macht der André gleich noch auf dem BIMA-Bild richtig. Und ich muss jetzt noch was zum Wahlgang sagen. Wir werden maximal zwei Wahlgänge für diese erste Nachwahl der Ersatzrichter haben. Wenn wir nach diesen zwei Wahlgängen keine Ersatzrichter gefunden haben, gibt es keine. Deshalb die Bitte, wir machen eine Wahl durch Zustimmung. Macht bitte viele Kreuze, kreuzt alle an, die ihr nicht ablehnen könnt, damit wir zwei Schiedsrichter haben, die über die 50 Prozent kommen. Das wird im zweiten Wahlgang für die Ersatz-Ersatzrichter genauso sein. Ihr kreuzt alle Kandidaten an, denen ihr zustimmen könnt. Ihr könnt ein Kreuz machen, ihr könnt zwei Kreuze machen, ihr könnt auch alle fünf Kandidaten ankreuzen. Jörg, sprich einfach weiter. Also, Frage, Markus hatte sich nur als Ersatzkandidat beworben. Würden wir ihn jetzt trotzdem auch als Kandidat wählen, wenn wir ihn jetzt hier reinbekommen? Nein, wir wählen zuerst die zwei Nachwürger, die Ersatzrichter, und wählen dann noch mal zwei Stück, die quasi wieder Ersatzrichter werden. Also, dürfte bei der ersten Wahl der Markus, wenn er sich nur als Ersatzrichter bewirbt, ja nicht draufstehen? Ihr könnt ihn mitwählen, er hat nicht zurückgezogen, aber er hat die Hoffnung, dass sie ihn erst im zweiten Wahlgang über die 50 Prozent hieft. Wo sind denn die Wahlrunden? Wahlrunden sind da? So, die Wahlhelfer machen sich bitte bereit. Die, die vorhin gestreckt haben, die melden sich bitte noch mal bei den Protokollanten. Die Wahlurnen stellen wir vorne auf die drei Tische. Protokoll sitzt hier von euch aus gesehen am rechten Bühnenrand. Genau, also wer noch, wer wirklich noch eine Wahlkabine nutzen möchte und hier nicht an den Tischen wählen möchte, der kann auch draußen im Foyer die Möglichkeit nutzen. Falls die Versammlung, hört mir bitte noch mal kurz zu, falls die Versammlung jetzt Einwände gegen einen der Wahlhelfer hat, dann möge sie diese bitte vortragen. Wie viele haben wir denn? Wahlhelfer? Fünf. Fünf? Sechs? Zwei an jeder Wahlurne. Das passt. So, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann eröffne ich den Wahlgang. Zeigt noch mal genau die Wahlurnen. Alles leer. Henning? Ah, gut. So, wenn der Wahlgang geschlossen wird, ich rufe noch mal auf. Bitte begebt euch sichtbar zur Wahlurne, wer noch nicht gewählt hat. Wir werden draußen auszählen. So, ich sehe niemanden mehr zur Wahlurne rennen, somit schließe ich den Wahlgang. Wir zählen draußen aus auf den Tischen. So, wir gehen davon aus, dass hier schnell gezählt wird. Deswegen machen wir so lange, unterbrechen wir so lange und machen nicht weiter im Programm. Ich habe allerdings schon einen Gewinner und oder eine Gewinnerin. Ich habe hier eine Ja-Karte gefunden mit der Nummer 18 766. Wer mit dem dazugehörigen Bändchen hier ankommt, der darf zukünftig auch für das Programm hier abstimmen. Das ist meine Karte. Gut, dann wieder Musik, bitte. Wir haben ein Ergebnis. Somit haben wir zwei neue, und zwar einmal die Lara und der Reinhard. Gratulation. Wo sind Sie denn? Keine da? Ja, ja, ich sehe sie noch gerade nicht. Lara, nimmst du die Wahl an? Reinhard, nimmst du die Wahl an? Dann Gratulation. Und wir kommen zum zweiten Wahlgang. Wir schreiten jetzt zum zweiten Wahlgang. Das heißt, wir brauchen noch Nachrücker, falls die jetzt Gewählten ausfallen sollten. Ich bitte um Kandidatenwünsche, Kandidaten. Stellt sich jemand zur Wahl, möchte jemanden jemanden vorschlagen? Ich bitte um Ruhe, wir sind dort. Ah. Noch einmal die Frage, stellt sich noch jemand zur Wahl oder möchte jemand noch jemanden vorschlagen? Die drei Kandidaten, die dort oben stehen, stehen die auch als Ersatzrichter zur Wahl? Ja? Gut. Da es die gleichen da es die gleichen Kandidaten sind wie eben, sind noch Fragen an diese drei Kandidaten? Keine Fragen. Da muss ich einmal kurz Pause machen, weil die Wahlurnen nicht mehr noch draußen sind. Nicole? Ja. Dann bitte ich die Wahlhelfer an die Wahlurnen. Wir machen das gleiche Spiel wie eben. Aber bitte, da es immer noch Leute gibt, die nicht fähig sind, einen Zettel abzureißen, bitte den Wahlzettel 3 nehmen, da wir den Wahlzettel 2 leider schon in Urnen gefunden haben. Und wer nichts ankreuzt, soll bitte auch nichts durchstreichen. Und wer nichts ankreuzt, soll auch bitte nichts durchstreichen, sonst müssen wir das auch als ungültig ansehen. Noch Fragen zum Wahlgang? Auch hier bitte wieder dran denken, wir brauchen 50 Prozent, wir brauchen 50 Prozent für zwei Leute, sonst haben wir keine Richter, Ersatzrichter. Wir warten noch bis, könnt ihr einmal die Wahlurnen noch mal zeigen, dass sie leer sind? Ja, ihr habt der mittlere Tisch auch, bitte. Einmal zeigen, dass sie leer sind, wunderbar. Dann einmal zumachen. 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 Nachmittags bei dünner Besetzung und zumachen. Einmal zumachen. Einmal zumachen. Einmal zumachen. Einmal zumachen. Einmal zumachen. Einmal zumachen. Demonstrationen. ging. Einmal zumachen. Einmal zumachen. Samstag jeweils. Einmal zumachen. Montag. Einmal zumachen. Ich wurde gerade darauf hingewiesen, dass ich eine kleine Sache vergessen habe. Danke. Danke schön, dass ich gewählt wurde und hiermit trete ich dann auch von meinem Beisitzer-Post im KV Frankfurt zurück. Okay. Ganz kurz, es geht um ein wichtiges Thema, Leute. Ich habe ganz ernste Befürchtungen, dass spätestens morgen uns der Kaffee ausgeht. Vielleicht könnte noch jemand drüben im Rewe ein, zwei Päckchen Kaffee holen. Das wäre super. Danke. So, wir haben ein Ergebnis für den zweiten Wahlgang. Und zwar wurden gewählt, auf Platz drei ist gelandet der Volker Weidmann mit 36 Stimmen von abgegebenen 83, glaube ich, auf Platz zwei. Der Florian zum Kellerquast mit 51 ist somit gewählt. Und auf Platz eins der Markus mit 59 Stimmen. Der ist auch gewählt. Florian, nimmst du die Wahl an? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Markus? Wo bist du denn? Nimmst du die Wahl an? Ja. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Und die Richter treffen sich gleich mit dem Ruben draußen im Foyer. Ich übergebe an die Versammlungsleitung. So, dann bitte ich mal ein bisschen Ruhe. Wir fangen jetzt nämlich an mit dem Programm. Und zwar beginnen wir mit den Konsolidierungsanträgen. Dazu kommt jetzt der Ralf auf die Bühne. Ihr macht da unten BIMA-Steuerung? Okay. Kannst du das hier bitte permanent offen lassen? Wir schalten das hier im Zweifelsfall immer ab dann. Danke. Und ich bitte um ein bisschen Ruhe. Und der Ralf hat das Wort. Oder wer auch immer da steht. Ja, ich bin der Jochen. Ich fange an. Hallo, wir sind hier, um die vielen Anträge zur Programmkonsolidierung vorzustellen. Das hier ist schon mal eine Satellitensicht. Aber wir fangen jetzt mal an. Was ist Programmkonsolidierung? Kannst du bitte die nächste Folie zeigen? Das Ziel dieser Anträge ist die bessere Form, Struktur, bessere Lesbarkeit. Einfach ein besserer Text, den wir auch auf der Homepage veröffentlichen können und den wir auch Menschen geben können. Die Motivation dazu sind, die Ergebnisse nach dem letzten Landesparteitag in Butzbach zu nehmen. Die Hauptkapitel teilweise neu zu sortieren, ähnliche Themen neu umzuordnen, neue Präambeln einzuführen, wo es umfangreiche Kapitel gibt. Und manche Unterkapitel einzuordnen dort, wo sie inhaltlich besser passen. Das ist grob gesagt mit Programmkonsolidierung in diesem Teil der Anträge gemeint. Gemeint dazu haben wir eine Vielzahl an kleinen Anträgen eingereicht für Verschiebungen von Unterkapiteln oder ganzen Hauptkapiteln, Umbenennungen. Wenn wir zwei Hauptkapitel zusammenfassen, wird die Überschrift umbenannt, zum Beispiel Löschung von leeren Hauptkapiteln, wenn alle Unterkapitel zum Beispiel längst weggeschoben wurden. Neue Sortierungen von Hauptkapiteln und Unterkapiteln und, wie schon gesagt, neue Präambeln. Außerdem gibt es noch im zweiten Schritt Anträge zur inhaltlichen Konsolidierung von umfangreichen Kapiteln. Um das mal kurz zu bebildern, haben wir zwei Satellitensichten hier. Das hier ist die Satellitensicht auf unser Programm nach Butzbach. Die gelben Markierungen markieren einfach jedes zweite Hauptkapitel. Also es ist kein Hervorheben, es ist einfach zu sehen, weiß und gelb abwesend. Man sieht, manche Kapitel, manche weißen Bereiche oder manche gelben Bereiche sind recht lang und manche sind ziemlich kurz. Das sind alles bisherige Hauptkapitel. Die werden jetzt ein bisschen verschoben. Wir fassen dabei einiges an. Grob gesehen fassen wir diese roten Bereiche an, verschieben sie. Es gibt im Einzelnen auch ein paar kleine Löschungen dort, wo sehr spezielle Abschnitte in allgemeineren Abschnitten schon enthalten waren. Oder es gibt auch teilweise eine abgestimmte Neuformulierung von allgemeinen Abschnitten, muss man so allgemein auch wiederum zu sagen, die dann sehr speziell formulierte Anträge oder Abschnitte vom letzten Parteitag aufnehmen. So, das ist im Grunde das, was wir euch jetzt hier vorstellen. Jetzt gehen wir zur Struktur unserer Programme aus. Wir haben, um es einfacher zu machen, eine Menge Blockanträge gemacht, damit wir nicht alle 30 Anträge oder wie viel das sind abstimmen müssen. Und jetzt übergebe ich mal den Ralf. Könnt ihr die nächste Folie? Genau, also wir haben vorbereitet einen sogenannten Shortcut, damit es halt wirklich relativ schnell geht, sind es die gelben Anträge, also der 1337, der in einem Blockantrag für ganz viele von diesen Verschiebe- und sonstigen Anträgen ist. Dann der 009, der die Reihenfolge ist, der gesamten Kapitel korrigiert und eines der Unterkapitel. Und dann kommen die inhaltlichen Überarbeitungen in der 10er-Serie. Und das sind vier Anträge und den Lobbyismus haben wir beim letzten Parteitag leider geschlampt. Und da ist ein Wort definitiv falsch, was wir korrigieren möchten. Und unser Vorschlag ist halt einfach, dass wir das so durchgehen. Wir haben halt so viele Anträge gestellt, damit es falsches Diskussionsbedarf bei einem der Blöcke gibt, wir die Chance haben, die zur Not aufzuschnüren und einzeln zu begutachten, zu diskutieren, zu beschließen. Aber wir würden halt empfehlen, eigentlich diesen Shortcut zu gehen, damit wir euch nicht länger damit aufhalten, als es wirklich nötig ist. Und wenn wir das so beschließen würden, dann seht ihr da drüben an der Wand diese 38 DIN-A3-Seiten, die da hängen. Das wäre unser Programmstand nach der Konsolidierung, wo wir alle weiteren Beschlüsse, die wir heute fassen, was alles PA100 und fortlaufende Anträge sind, dort eingeklinkt werden können, damit wir morgen Abend mit einem finalen Programm in die Wahl gehen können. Bitte die nächste Folie. Genau, wir haben teilweise, es gab einen Workshop in Frankfurt im Club Voltaire, wir haben einmal einen Stand des Programmes nach der Schlusslage nach Butzbach und wir haben uns das vorgenommen, um kleinere sprachliche Korrekturen und vor allem Rechtschreibungen, Interpunktionen und so weiter zu korrigieren, was dann teilweise eben auch dazu geführt hat, Wörter teilweise zu korrigieren und solche grammatikalischen Fehler wie den hier, der sicherlich nicht super entscheidend ist, aber wenn man schon sich die Arbeit macht, sind wir da einmal durchgegangen und da muss man auch mal ganz herzlich dem Karl-Heinz, der hier auch Protokoll macht, danken, dass er sich da eine wahnsinnige Arbeit gemacht hat, das alles Korrektur zu lesen. Und obendrein eine super Hilfe war. Die nächste Folie bitte. Ja, die 002 bis 008 Anträge sind im Prinzip größtenteils Verschiebeanträge. Wir haben probiert, das zu visualisieren mit Farben und entsprechenden Pfeilen, was passiert, damit auch keiner die Befürchtung hat, dass wir hier irgendwelche großen inhaltlichen Veränderungen nehmen. Deswegen hängen dort bei diesen 38 Seiten, sind auch die gestrichenen und verschobenen Teile jeweils da. Man kann es nachprüfen und wir haben auch mehrfach dazu aufgerufen, dass geguckt wird, dass wir wirklich sauber gearbeitet haben und keine Fehler gemacht haben. Wir hoffen, dass wir keine Fehler gemacht haben, es haben mehrere Augen drüber geschaut. Letztendlich, wir sind alle Menschen, eventuell ist noch irgendwo ein kleiner Fehler drin oder so. Aber es geht primär darum, Kapitel, Präambeln, wo noch keine sind, hinzuzufügen, damit eben nicht Überschrift nach Überschrift kommt, sondern ein kleiner Einleitungstext, damit man als Leser weiß, was sich in dem Kapitel so befindet. Und eben eine etwas logische Reihenfolge von den ganzen Sachen, weil solche Punkte wie Störerhaftung, die kann man wunderbar halt in informatische Selbstbestimmung und Netzpolitik integrieren. Und das ist auch letztendlich der Aufhänger, wieso wir uns diese Arbeit gemacht haben. Falls euch daran händet, wir hatten eine Umfrage gestartet oder auch einen Prozess, den hat der Michamut mit fortgeführt auch, um herauszukristallisieren, was unsere wichtigsten Themen eigentlich sind, die uns hier im Landesverband beschäftigen, mit denen wir uns in der Wahl präsentieren möchten. Und da war ja dann auch, wir haben gar kein Kapitel Netzpolitik. Natürlich haben wir ein Kapitel Netzpolitik, da waren vier Thesen drin, die wir irgendwann mal, ich glaube, in Rüsselsheim beschlossen haben, aus einem großen Ding. Aber viele weitere Netzpolitik-Themen, wie zum Beispiel eine Störerhaftung, sind halt als Satelliten irgendwo im Programm. Und wir haben halt probiert, dieses ganze Renegatentum von Programmdingen zusammenzufassen in logischen, größeren Strukturen, damit das halt alles zusammen ist. Und wir uns halt nicht dafür schämen müssen, in Anführungszeichen, natürlich nur, dass wir zur Netzpolitik nur vier einfache Thesen haben, aber die großen Themen wie Verhortsdatenspeicherung, Bestandsdaten, Auskunft und sowas halt nicht haben. Die nächste Folie. So geht es halt, zieht sich das mit diesen Anträgen halt durch, dass wir die Kapitel umbenennen, dass wir sie zusammengenommen haben, wie jetzt Innen- und Rechtspolitik. Da kommt ein Whistleblower-Schutz dazu, da kommt dann die Videoüberwachung und so weiter dazu, die Landesverfassung und lauter solche Dinge, dass es halt einfach eine größere logische Struktur gibt. Die nächste Folie, bitte. Ja, wir haben auch teilweise Streichungen, das hat der Herr Jochen ja schon angemerkt, zum Beispiel die öffentlichen Sitzungen des Gemeindevorstandes, und darüber haben wir direkt das Öffentlichkeitsprinzip, was alle kommunalen Gremien beinhaltet, ist halt dadurch geschuldet, dass wir in Wutzbach so viel Programm angenommen haben und wir halt gar nicht zu dem Zeitpunkt, wo wir einen neuen Antrag vorgestellt haben, wussten, wie der aktuelle Stand halt ist. Dadurch sind immer Redundanzen. Und die können wir halt einfach auflösen, indem wir den an der Stelle zum Beispiel streichen, weil es halt einfach in der größeren, der da drüber hängt, drinnen ist. Die nächste Folie. Ja, und dann kleinere Dinge wie Breitbandausbau, der auch in einer super größeren Struktur wie Infrastruktur reingehören kann, das haben wir gemacht. Und ja, letztendlich, wenn du die weiteren Folien mal zeigst, passiert da genau das Gleiche. Bei Verbraucherschutz haben wir ein paar Dinge hinzugefügt, dass halt so ein Ding wie Monopole, wo nur das Brandweinmonopol drinsteht, halt eben nicht alleine dastehen. Ja, die Kulturpolitik haben wir zu Kultur- und Medienpolitik aufgewertet, um den öffentlichen Rundfunk da hineinzunehmen, weil wir auch die Filmförderung und so weiter zum Beispiel haben. Da ist es thematisch zusammengesetzt. Und die nächste Folie müsste eigentlich schon, genau, die Gesamtstruktur des Programmes dann sein. Da geht es darum, wir haben da auch zwei verschiedene Alternativen. Und im Shortcut bevorzugen wir die redaktionelle Reihenfolge, die wir uns vorgenommen haben. In der Begründung im Wiki kann man auch eine kleine Geschichte dazu lesen, warum wir das so hintereinander gesetzt haben, wie wir es gesetzt haben. Wem das nicht gefällt, es gibt den Alternativen im Antrag, die Programmkapitel alphabetisch zu sortieren. Und wir haben, den würden wir gerne ans Ende aller Programmpunkte stellen, noch ein, wo der Landesparteitag selbst eine Reihenfolge bestimmen kann, so dass wir am Ende noch die Zeit und die Chance haben, heute, also morgen dann, mit einem Programm hier rauszugehen, was allen so weit gefällt. Also es ist nichts in Stein gemeißelt, auch wenn ihr den jetzt heute mit annehmt, können wir ihn morgen immer noch korrigieren. Die nächste Folie? Genau, und das ist das Ding, was ich gesagt habe, wo wir nur das eine Wort korrigieren. Und wenn ihr euch die Sätze mal durchlesst, werdet ihr auffallen, wie sinnlos das ist, was wir beschlossen hatten. Und das muss korrigiert werden. Damit müsste ich fertig sein. Okay, alles klar. Ich sehe schon, der Jörg hat Fragen. Jörg, Moment, das war jetzt die Vorstellung des Konzeptes. Wir gehen jetzt die einzelnen Anträge gleich durch. Und es gibt noch eine Folie. Es gibt noch eine Folie. Okay, alles klar. Nee, kannst du nochmal gerade zurück zu der PA 003 gehen? Die war so fünf Folien vorher. Das ist ja eine Politik. Zurück zur 003. Noch eins? Ich wollte nur noch mal kurz ausführen. Also es war uns natürlich ein zentrales Anliegen, dass wir jetzt inhaltlich nichts verändern an den ganzen Sachen, sondern das Ganze nur in bessere Form bringen. Am Beispiel von diesem Innen- und Rechtspolitik möchte ich das mal kurz verdeutlichen. Es gab ein Programmkapitel vorher, das hieß Innenpolitik. Und es gab verstreut einzelne Sachen. Zum Beispiel gab es ein einzelnes Kapitel, das hieß Whistleblower Schutz. Das ist halt mal so als Programmantrag angenommen worden. Und natürlich passt das einfach gut in ein Gesamtkapitel Innen- und Rechtspolitik. Wir haben das Kapitel dann entsprechend umbenannt. Und wie ihr seht, um diese zwei hinzuverschobenen Sachen ergänzt. So ein Kapitel, wie wir es jetzt hätten und wie es bei der Konsolidierung dann für alle Bereiche zur Verfügung steht, hat den Vorteil, dass man auch bei künftigen Programmanträgen sie besser irgendwo einfügen kann. Also auch jetzt dann eine Struktur zur Verfügung stünde, die nicht die neue Satelliten, also die irgendwo so einzeln rumschwirren im Programm, deutlich unwahrscheinlicher macht, beziehungsweise es leichter macht, die eben irgendwo einzusortieren, was natürlich der Gesamtstruktur des Programms letztlich sehr zugutekommt. Wenn man sich das Ganze mal in gedruckter Form vorstellt, dann sind Kapitel, die nur aus zwei Sätzen bestehen, was zum Teil vorher der Fall war, relativ sinnlos. So, jetzt wird man, wenn man sich unsere konsolidierte Version anschaut, feststellen, dass die Unterkapitel im Programm, im Kapitel Innen- und Rechtspolitik, zum Teil sich aber gegenüber den vorherigen Unterkapiteln verändert haben. Das ist kein inhaltlicher Umbau, sondern das kommt zum Beispiel dadurch zustande, dass wir versucht haben, für jedes dieser neuen Großkapitel eine Präambel zu verfassen. Diese Präambel sollte aber nicht aus dem Nichts verfasst werden, sodass wir einen neuen Inhalt haben, sondern die wurde quasi zum Teil zusammengenommen aus Bausteinen, Textbausteinen, einzelnen Sätzen oder sowas, die vorher in einem Unterkapitel waren. Entsprechend fallen die in diesem Unterkapitel jetzt raus und es gibt eine Präambel, die aber nur Inhalt transportiert, der vorher auch schon enthalten war und jetzt nur besser strukturiert ist. Wenn man also beim ersten Blick auf das neue Kapitel denkt, ja, da fehlt doch jetzt was, dann ist das nur ein sehr oberflächlicher Eindruck. Ansonsten haben wir uns natürlich strikt davon leiten lassen, dass wir da jetzt nicht inhaltliche Sachen quasi mit reinschieben, nur weil wir das Ganze in sinnvoller Ordnung wollen. Danke. So, seid ihr durch mit eurem Konzept? Achso, geh nochmal vor. Es gibt noch eine letzte Folie. Anders als das, was ich jetzt eben beschrieben habe, gibt es aber ein paar kleine inhaltliche Eingriffe, die für drei Kapitel von den ursprünglichen Programmantragsstellern gemacht wurden. Also wir hatten vorher Bausteine oder ein Kapitel Inklusion, Gesundheit, Tierschutz. Das wurde jeweils den Leuten, die die Programmanträge für diese Kapitel ursprünglich eingereicht haben, nochmal vorgelegt mit der Bitte, zum Teil relativ kleine Sachen einfach zu korrigieren. Und bei dem innenpolitischen Kapitel, ja, das habe ich eben versucht zu beschreiben, gab es quasi durch die Umsortierung und den Versuch, den Text umzustrukturieren auch, also die Präambel jetzt zum Beispiel ist ja neu und damit ist quasi ein neuer Textbaustein entstanden, aber ja, ich habe es ja eben erklärt. An der Stelle kann man vielleicht auch mal den Leuten danken und mit Piraten, die uns da mitgeholfen haben, wie zum Beispiel der Agatierschutz, die Isabel und der Markus, bei der Gesundheit war es der Reinheit und der Nippelhase und bei Inklusion war es halt der Johannes und ich habe leider ihren Namen vergessen. Die Petra, genau, die haben uns da auch geholfen. Vielen Dank. Dann kommen wir jetzt zu den einzelnen Anträgen, ja. Seid ihr durch mit dem Konzept, alles klar. Wollt ihr zu den einzelnen Anträgen dann noch was sagen? Also wir fangen dann an mit dem 1337. Also erst mal zur Erklärung übrigens. Wir hätten ganz gerne, da das Mikrofon so weit außen steht und ihr da wahrscheinlich eine Schlange bildet, ob ihr, wenn ihr am Anfang sagt, ob ihr eine Verständnisfrage habt oder eine ganz normale Wortmeldung, das würde uns hier oben dann weiterhelfen. Ansonsten, wenn du den Antrag nicht noch mal genauer vorstellen willst, würde ich sagen, die Redenliste ist dann eröffnet. Ich habe zwei Fragen. Das eine Verständnisfrage, also wie wir jetzt abstimmen würden über diese Anträge, wie das Gesamtverfahren von euch geplant ist, das würde ich kurz wissen. Und im Zweiten, ja, bevor ich die Frage stelle, erst mal vielen Dank für die hervorragende Aufbereitung, die ihr hier geleistet habt. Also neben der Arbeit ist es auch die Art der Präsentation. Das ist auch eine Verständnisfrage. Also die gelben Markierungen in den Überarbeitungsfolien, die ihr hattet, das sind die Orangen, das ist unverändert. Die Grünen sind da, wo ihr Textbausteine neu zusammengefasst habt, also bei den Präambeln, ja. Und die Roten sind das, wo eben Dinge durch Verschieben weggefallen sind. Und die Braunen sind nur verschoben worden. Sehe ich das richtig? Okay, danke. Okay, ich fange gerade mal an, weil du gefragt hast, wie wir jetzt abstimmen. Wir haben hier sieben Anträge, die im Grunde gerade als Konzept vorgestellt wurden. Die werden wir einzeln abstimmen, nacheinander. Was ich übrigens gerade vergessen habe, ist das Meinungsbild. Das hole ich gerade mal nach. Wer kann sich denn vorstellen, oder wer kann sich nicht vorstellen, den PA 1337 anzunehmen? Blau für Ja, Rot für Nein. Ist das Rot? Ja, okay. Dankeschön. Das Meinungsbild ist stark positiv. Okay, alles klar. Dann, wenn es hier nichts weiteres gibt, dann stimmen wir doch direkt darüber ab. Wer ist für, beziehungsweise gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Dann haben wir jetzt alle diese Anträge hier angenommen. Dann kommen wir zum PA 009. Wollt ihr dazu noch was sagen? Ja, der 09 ist auch ein Blockantrag und der enthält die Überordnung unserer Hauptkapitelnummer als redaktionelle Änderung, die wir später mit dem anderen, den neuen ALPT noch korrigieren könnten, und den neuen B, der eines der Unterkapitel neu sortiert. Das wäre es eigentlich. Dann kommen wir zum Meinungsbild. Wer ist denn für, beziehungsweise gegen diesen Antrag? Das Meinungsbild ist stark positiv. Gibt es Redebeiträge? Wir stimmen über den Antrag ab. Wer ist für, beziehungsweise gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Und wir kommen zu PA 010b. Ja, okay, das müsste ich jetzt ausführen. Im Großen und Ganzen ist das das, was ich eben schon ausgeführt habe. Bei dem Kapitel waren die textlichen Umbauten am größten, weil eine Präambel bisher nicht existiert hat und es umgekehrt in manchen Unterkapiteln allgemeinere und zum Teil spezifischere Punkte gab. Es also sinnvoll war, die allgemeineren zu einer Präambel zusammenzuziehen und dann sprachlich in eine Form zu bringen, sodass die Sätze einfach textlichen Zusammenhang ergeben und entsprechend die Unterkapitel etwas zu behandeln, dadurch dann etwas revidiert. So, Meinungsbild. Wer kann sich vorstellen, diesem Antrag zustimmen oder wer kann sich das nicht vorstellen? Das Meinungsbild ist stark positiv. Redebeiträge? Der Antrag ist jetzt genau diesen Text als Präambel zu beschließen oder ist das mehr Text, was jetzt das umfasst? Und das Kapitel ist die Präambel angepasst und der Rest nur umgeschoben worden? Also wieso habt ihr genau diesen Abschnitt des Kapitels jetzt hier dargestellt? Der jetzt auf dem Beamer ist, der geht einfach weiter. Ja, der Christian hat ja schon gesagt, dass durch das Einfügen, also das Zusammenfügen in Innen- und Rechtspolitik und dann dem Willen des Hinzufügens einer Präambel mussten wir teilweise ein paar mehrsprachliche Anpassungen vornehmen, weil wir Teile aus dem Programm, die vorher in Unterkapiteln drin waren, in die Präambel gezogen haben, damit die sozusagen die Einleitung bilden, was für uns das Grundverständnis davon ist. Und deswegen waren da ein paar umfangreichere textliche Umänderungen, die aber keine inhaltliche Veränderungen darstellen sollten, gegeben. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist für, bzw. gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Und wir kommen zum PA 010J. Hallo, wir haben in Hessen mittlerweile ein ziemlich großes Kapitel zum Tierschutz. Ich finde, das macht eine Präambel notwendig. Die haben wir jetzt eingefügt. Die bisherigen Programmanträge werden in keiner Weise geändert. Wir haben nur eine Präambel dazu geschrieben. Und ich habe in der Präambel auch in meinem Verständnis nichts reingeschrieben, was wir nicht schon irgendwie in den Programmanträgen haben. Stimm dir bitte zu. Danke. Meinungsbild dafür, dagegen. Das ist positiv. Ich habe die erste Nein-Karte gesehen heute. Gibt es Redebeiträge? Wenn ihr Redebeiträge habt, das Mikro ist da. Ihr braucht mir nicht winken. Wenn ihr wisst, dass ihr Redebeiträge habt, könnt ihr auch vorab schon zum Mikrofon gehen. Schneller, schneller, Fredo, schneller. Fredo, mach bitte Kaffee. Ja, erstmal, wir haben jetzt sechs Pfund Kaffee. Vielen Dank an alle Spender. Es müsste lang bis zum nächsten Parteitag. Ich kann das inhaltlich voll unterschreiben. Ich finde es nur sprachlich absolut grottig. Also, die Piratenbatter Hessen erkennt Tiere als Schutzwürdige Wesen an, gegenüber denen der Mensch eine besondere und so weiter. Vielleicht hätte man das noch ein bisschen umformulieren können. Wenn es jetzt zu aktig ist, dann halt so. Da stimme ich auch dafür. Aber wenn wir irgendeine Möglichkeit sehen, das schnellstens umzuformulieren, dann wäre es cool. Dazu muss man leider sagen, dafür war die Vier-Wochen-Änderungsphase da und wir haben fast täglich nach Hilfe gefragt. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist denn dafür bzw. gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Und wir kommen zum PA 10N. Wenn der Reinhard hier gerade irgendwo ist, vielleicht mag er das selbst vorstellen. Ja, der ist bestimmt Schiedsgerichtsgedöns. Gut, kann gerade keiner vorstellen. Gibt es Redebeiträge? Ich mache erst mal ein Meinungsbild. Wer ist denn für oder gegen diesen Antrag? Dann fragen wir jetzt nach Redebeiträgen. Dann stimmen wir über diesen Antrag ab. Wer ist denn für bzw. gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Und wir kommen zum PA 10O. Ja, Inklusion ist letztendlich auch hinzufügen, wie eben beim Tierschutz einer Präambel. Und da haben uns halt Petra und Johannes unterstützt, diesen Satz mitzufinden. Dann wäre jedes Kapitel, jedes Hauptkapitel hat ein Einleitungstext. Danke. Meinungsbild. Wer ist dafür? Wer ist dagegen? stark positiv. Redebeiträge? Mir ist aber erst jetzt spät aufgefallen, dass nicht gleich bei den ganzen Beiträgen ist der erste Satz. Am Anfang startet die Piratenpartei, dann in dem zweiten startet die Piraten und jetzt steht wir hessischen Piraten. Es wäre schön, das auch mal zu konsolidieren. Das ist vollständig. Dazu kann man sagen, das zieht sich durch unser gesamtes Programm, was da in 38 Seiten steht, durch, weil halt unser Programm aus vielen, vielen Piraten stammt, die diesem Programm ihre Beiträge geleistet haben, die wir beschlossen haben. Danke. Es ist leider auch so, dass nach der Konsolidierung ist vor der Konsolidierung. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist denn für bzw. gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen und wir kommen zum PA 50. Ja, das ist der, der das Wort korrigiert aus strafrechtlicher parlamentarischer Betrieb, damit der Fehler korrigiert ist. Bitte zustimmen. Danke. Meinungsbild dafür, dagegen. Positiv. Redebeiträge. Nicht der Fall. Abstimmung. Wer ist dafür bzw. dagegen? Der Antrag ist angenommen. Vielen Dank. Ich glaube, das waren insgesamt 80 Anträge oder so. Kann das sein? Die wir jetzt durchgewunken haben. Ja, danke euch. Okay, es gibt einen weiteren Konsolidierungsantrag. Das ist der PA 120 vom Johannes Britz. Kriegen wir den auf den Beamer? Das ist jetzt einfach nur eine inhaltliche Korrektur. Wir haben eben ein Kapitel beschlossen, Integration und Inklusion. Integration ist das Gegenteil von Inklusion. Das möchte man einfach korrigieren, indem wir es nennen Integration und Inklusion und Barrierefreiheit. Weil wir in dem Kapitel auch Barrierefreiheit erinnern und Inklusion, dann passt das wieder. Wir kommen zum Meinungsbild. Wer ist für bzw. gegen diesen Antrag? Stark positiv. Redebeiträge. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für bzw. gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Das waren alle Konsolidierungsanträge. Und damit kommen wir jetzt schon zu den Top 10 der Einzelanträge. Die beliebtesten Anträge. So, seid ihr da unten soweit? Wir fangen nämlich an mit dem PA 102, Hinzufügen der Bestandsdatenauskunft. Wer hat denn den gestellt? Bei mir ist gerade hier alles ein bisschen langsam. Da steht NOVRAP. Okay, Ralf. Offenbar ist niemand der Antragsteller, also bist du es. Wie üblich. Wir haben den Antrag gerade nicht auf dem Beamer, Ralf. Blöderweise. Oder ist er schon da? Okay, danke schön. Ja, ihr seid schnell. Das Antragsbüro leistet heute wieder hervorragende Arbeit. Ich glaube, eigentlich wollte der Jens übernehmen, wenn mich nicht alles täuscht. Aber er ist heute nicht hier. Und ich hatte ja auf der Mailingliste auch dazu aufgerufen. Ich meine, wir bekämpfen das. Wir sollten es halt auch einfach im Programm stehen haben. Genauso wie die Ablehnung der Vorausdatenspeicherung, dass mit uns soweit was nicht zu machen ist. Und das ist halt der Versuch, die Bestandsdatenauskunft in einen Programmpunkt zu gießen, der dann auch in dem Kapitel Informatische Selbstbestimmung und Netzpolitik, dort wo wir es, was wir vorhin konsolidiert haben, mit hinzufügen würde. Dann kommen wir zum Meinungsbild. Wer wäre denn für bzw. gegen diesen Antrag? Stark positiv. Redebeiträge. Fragen. Okay, wir haben mal wieder einen Redebeitrag. Das Mikro steht in der falschen Ecke, scheint mir. Mir ist nur die Formulierung aus Gründen etwas unklar. Ich finde, das hätte irgendeine Präzisierung bedurft. Oder wie ist das zu verstehen? Ich weiß nicht hundertprozentig, wer diese Formulierung da reingesetzt hat, weil es war ein Pet. Es haben mehrere Leute auch daran mitgearbeitet. Und das ist halt der Stand, so wie wir ihn eingereicht haben. Okay, wenn es das war, dann stimmen wir über den Antrag ab. Wer ist denn für bzw. gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Dann kommt der PA 118. Ralf, bevor du wegrennst, der ist vom Jens. Wöchtest du den übernehmen? Alles klar. Dann wird der Christian den vorstellen. Ja, das ist ein Antrag von Jens Fricke, der ist heute nicht da. Deswegen übernehme ich den. Es geht darum, ein Unterkapitelnetze in Nutzerhand hinzuzufügen. Also es geht um Infrastrukturnetze. Das Kapitel setzt sich dafür ein, dass diese Netze wie Stromnetze, Wasser und so weiter für nicht in privatwirtschaftliches, gewinnorientierte Formen überführt werden. Beziehungsweise, dass eine privatwirtschaftliche Bewirtschaftung dieser Netze nicht gewinn, sofern sie in Auftrag gegeben wird, nicht allzu gewinnorientiert erfolgen darf. Solche Netze sind Stromnetz und so was in aller Regel aus Steuermitteln mittelbar zumindest errichtet, weil das Staatsbetriebe waren oder weil es starke Zuschüsse dafür gibt, weil solche Infrastrukturmaßnahmen natürlich etwas für die allgemeine Bürgerschaft sind. Und das darf dementsprechend, fordert dieser Antrag, nicht für private Gewinninteressen umgenutzt werden, wie wir das ja im Moment an verschiedenen Stellen haben, dass es solche Bestrebungen zur Privatisierung gibt. Die Folgen für solche Sachen sind bekannt. Ich weiß nicht, in Großbritannien wird das ja schon seit Thatcher gemacht und hat zum Teil katastrophale Auswirkungen gehabt. Aber auch prinzipiell ist das sicherlich für uns ein relativ klarer Standpunkt. Dann kommen wir zum Meinungsbild. Wer wäre denn für bzw. gegen diesen Antrag? Das ist stark positiv, aber es gibt mal mehr als eine Nein-Stimme. Redebeiträge? Übrigens, der Grill ist an und es gibt lecker Fleisch, wenn ihr was drauflegen wollt, irgendwo draußen. Also ich habe mich eben für Nein entschieden, weil mir persönlich geht der Antrag nicht weit genug. Also das privatwirtschaftlich denkbar und demokratische Kontrollmöglichkeiten, das gibt es jetzt auch schon in einer bestimmten Form, aber das wird nicht genutzt. Also von daher finde ich es ein wenig zu unscharf. Also ich werde mich auch für Nein aussprechen. Ich denke, dass es Netze gibt, bei denen wir für Netze in Nutzerhand sein können und es gibt Netze, die schon immer in privater Hand waren, zum Beispiel Fernwärmenetze, die waren meistens nicht unbedingt irgendwie in staatlicher Hand. Also ich denke, das ist sehr, sehr netzabhängig und deswegen würde ich mich dagegen aussprechen. Das müsste man aufgliedern, meiner Meinung nach. Danke. Habe ich noch ein letztes Wort? Ja, also dann, ich würde den Einwand, dass es zu allgemein ist, kann ich punktuell vielleicht ein bisschen nachvollziehen, aber würde sagen, dass es trotzdem wichtig ist, so einen Punkt bei uns im Programm stehen zu haben. Wir haben ja an verschiedenen Stellen auch schon Aktionen, Aktivitäten in solche Richtung entfaltet, wenn es konkrete Probleme gab, wo Privatisierungen drohten. Insofern lieber so und beim nächsten Mal nachbessern, als nicht drin haben. Und ja, für die Aufgliederung, für die Binnendifferenzierung denke ich, die meisten Netze, die wir kennen, sind zunächst mal aus öffentlicher Hand gekommen und das Kapitel, so wie es formuliert ist, meint ja auch offensichtlich die aus öffentlicher Hand. Und auch da würde ich sagen, lieber beim nächsten Mal nachbessern, als es jetzt nicht drin zu haben. Dann stimmen wir über diesen Antrag ab. Wer ist für bzw. gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Danke. Dann kommen wir zum PA 106, Nachhaltige Umwelt- und Energiepolitik, vom Aidschirm von Fredo. Ich muss da wieder runter. Guten Tag. Energiepolitik, verdammt wichtiges Thema. Bei uns im hessischen Programm haben wir aktuell unter der Energiepolitik stehen. Wir sind gegen Fracking und wollen Windkraftanlagen weiter aufbauen. Das ist etwas wenig. Deswegen gibt es jetzt diesen Antrag, wo wir quasi ein komplettes Konzept haben für energiepolitische Ansätze, die wir hier in Hessen vertreten. Das Ganze bezieht sich darauf, dass wir wirklich an unseren Eckpunkten festhalten, das heißt dezentrale Energiegewinnung, Netzneutralität, Bürgerbeteiligung auch bei Infrastrukturprojekten und Ähnlichen und dass auch die Nachhaltigkeit betont wird. Könntest du noch etwas sagen? Ja, also es ist im Grunde uns wichtig, dass wir, wie wir es ja auch in der Begründung geschrieben haben, eben klar machen, was der piratige Ansatz an der Energiepolitik ist. Und das sind eben genau diese Eckpunkte, die der Aidsch gerade beschrieben hat und wollten auch eben im Hinblick auf andere Parteien da nicht beliebig werden. Denn diese zwei Dinge, die wir schon im Programm haben, die sind natürlich mit drin zum Thema Gegenfracking und für auch einen stärkeren Ausbau der Windkraft. Und es ist auch eigentlich das berücksichtigt, was auch Beschlusslage im Bund ist. Das ist ebenfalls mit drin. Und ja, ich denke, es ist recht ausgewogen zwischen all den Meinungen, die man dazu haben kann. Es sollte eigentlich wirklich die Mehrheitsmeinung von uns allen sein. Und deswegen kann ich nur dafür werben, dass er den Antrag annimmt. Ja, Morgens will fragen, man macht ein Meinungsbild, glaube ich. Genau, das ist mein Plan. Meinungsbild bitte, ja oder nein. Das ist stark positiv. Dann tu den Redebeiträgen. Welche Teile des neuen Textes, welche alten Teile fallen weg, bzw. welche Teile des neuen Textes entsprechen noch dem alten Text? Also wie gesagt, wir haben bisher zwei Punkte in unserem Programm. Das ist, wir lehnen Fracking ab und dass wir die Windenergie ausbauen. Diese beiden, das waren zwei, drei Sätze, die haben wir quasi nahezu wörtlich in dieses Gesamtkonstrukt mit reingepackt. Du kannst sie auch nachlesen. Ich kann sie auch gerade schnell suchen, dann kann ich es auch vorlesen. So, da haben wir die Piratpartei Hessen, sie hat insbesondere in der Windkraft große Potenziale und will die Aufstellung von Windkraftanlagen in die Hände der Kommunen legen. Die Ausweise von Vorrangflächen zur Windkraftnutzung soll deswegen in enger Abstimmung mit den Kommunen und Kreisen erfolgen. Zudem soll der Planungs- und Handlungsspielraum der Kommunen möglichst wenig eingeschränkt werden. Die Piratpartei Hessen spricht sich deshalb dafür aus, den Bau von Windkraftanlagen auch außerhalb von Windvorranggebieten zu ermöglichen. Das ist quasi nahezu eins zu eins übernommen. Und zum Fracking haben wir auch die Erschließung unkonventioneller Erdgas- und Ölverkommen durch Hydraulic Fracturing, auch Fracking genannt, lehnen wir ab und setzen uns für ein Gebot von Fracking im Bund und in der EU ein. Das ist quasi auch nur ein bisschen worttechnisch ummodelliert, genau das, was schon vorher drin stand. Okay, danke. Ich würde anregen, wenn solche Umbaumaßnahmen sind, eben den vorher-nah-Text vielleicht farblich zu kennzeichnen oder so im Antrag, das wäre ganz praktisch. Ansonsten danke für ihn. Ich finde den Antrag insgesamt auch so ganz gut, wie er ist. Ich habe nur eine Nachfrage. Kann man da irgendwie, ich konnte es im Moment nicht so richtig rauslesen, wie unsere Prioritäten sind. Also wir schreiben, wir wollen das nachhaltig, wir wollen das preisgünstig und irgendwie umweltverträglich. Aber ich meine, das ist was, das wollen ja im Grunde genommen alle. Also gibt es in dem Antrag irgendwo Hinweise? Kann man da irgendwie raus begründen, so etwas in der Art wie, wenn es nachhaltig sein soll und das kostet erst mal mehr, dann kostet es halt mehr? Also oder positionieren wir uns dazu irgendwo? Ich finde das irgendwie nicht so recht im Text. Also ich beantworte es erst mal ganz kurz allgemein. Was sind die Sachen, die wir darin wiedererkennen, die gerade Position der Firatenparteien sein sollten und warum wir dort einen bestimmten Ansatz in der Energiepolitik haben? Einfaches Beispiel, gegen Atomkraft sind inzwischen alle. Aber wenn es darum geht, Dezentralisierung der Netze, da findest du was da drin. Oder wenn es darum geht, Netzneutralität, ist ja nicht nur ein Begriff, den wir aus dem Internet kennen. Wenn es um Bürgerbeteiligung geht, das hast du hier drin viel stärker als wahrscheinlich, ich will es gar nicht mit anderen vergleichen, ich kenne auch gar nicht alle von anderen, aber das ist ein ganz eindeutiger Ansatz, der mit uns zu tun hat und Nachhaltigkeit. Das Priorisieren, das ist so, dass man sagen muss, das ist letzten Endes auch eine Ausgestaltungsfrage derjenigen, die natürlich dann mitentscheiden. Also es ist schon sehr klar vorgegeben, auch im Text, wofür man sich einsetzt. Und da musst du dann im Zweifelsfall eben dann interpretieren, zu sagen, ja, darf es denn jetzt teurer sein oder ist Atomkraft billiger? Atomkraft ist die teuerste Energieform, nur mal so. Das heißt, das ist ein Text, der erst mal genau sagt, quasi, wofür man ist und in den wenigen Punkten, wogegen man ist. Und das ergibt sich dann, du kannst, glaube ich, in sehr wenigen Fragen sagen, wie priorisiere ich das gegeneinander? Das versucht der Text aber sehr ausgewogen darzustellen. Ihr habt unten noch drinstehen, ihr seid weiterhin für die Einspeisevergütung, also die umlagefinanzierte Einspeisevergütung, die ja im Augenblick zu einer recht obskuren Situation führt, dass der Strom immer teurer wird, obwohl eigentlich am Markt billiger ist. Wie steht ihr dazu? Das grundsätzliche Instrument der Einspeisevergütung ist richtig und das sollte auch beibehalten werden. Was zurzeit passiert, hat nicht direkt was auch mit dem Gesetz zu tun. Das sind Auswirkungen, die wir zum Teil sehen, wo man zwar auch reagieren muss, aber deswegen kann ich nicht sagen, dieses Instrument ist falsch. Das Instrument hat zu ganz schnellen, strukturellen Veränderungen geführt. Selbst diejenigen, die das EEG mal auf den Weg gebracht haben, haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass es so schnell so einen Erfolg hat. Das heißt, was grundsätzlich fehlt, das wird ja auch erwähnt, ist, dass wenn man überhaupt mal eine Strategie sagt, wo wollen wir hin, wie viel werden wir haben in erneuerbaren Energien, was ist da eigentlich das Ziel des EEG, statt einfach nur ein Instrument rauszuhauen. Aber das Instrument an sich ist zu begrüßen und auch weiter fortzuführen. Das schon, aber auf der anderen Seite gehört da auch eine Beschränkung rein, sodass nicht diese Auswüchse wie im Augenblick entstehen. Also aus meiner Sicht muss nicht das Gesetz beschränkt werden, sondern es muss, beschreiben wir das mal als eine Kraft, die da wirkt, das muss halt in richtigen Bahnen gelenkt werden. Aber das ist nicht eine Schuld des Gesetzes, sondern es ist dann halt eine Frage, was passiert, wenn das so und so angenommen wird. Meine persönliche Sicht wäre, das wäre mir jetzt aber hier auch zu weit gewesen, zu sagen, wir müssen halt immer versuchen, beziehungsweise es ist ja mit in den Beteiligungskonzepten drin, wir müssen versuchen, dass jetzt nicht sich wieder Großkonzerne draufstürzen, das Beste für sich rausziehen, lobbyistisch die anderen abschirmen. Aber das hast du wieder mit dem Bürgerbeteiligungsverfahren und mit der Möglichkeit, auch dezentral die Energie zu erzeugen. Okay. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer wäre denn für, bittsweise gegen diesen Antrag? Mach ich auch. Der Antrag ist angenommen. Vielen Dank. Bevor wir zum nächsten Antrag kommen, eine Durchsage vom Grillmeister Sascha Brandhoff. Er hat kein Fleisch, weil das Fleisch müsst ihr selber kaufen, das fällt leider nicht vom Himmel. Der Grill läuft, ist heiß und ist bereit. Der nächste Antrag ist der PA 101, das Leistungsschutzrecht. Der ist, glaube ich, vom Thorsten Wirth und Olaf Finkbeiner. Ups. Der Antrag ist recht kurz. Ich würde vorschlagen, ihr lest den einfach kurz und fertig. Sonst könnt ihr mich gerne Sachen fragen. Okay, wir kommen zum Meinungsbild. Wer wäre denn für, beziehungsweise gegen diesen Antrag? Stark positiv bei geringer Beteiligung. Dann Redebeiträge, bitte. Danke. Wir kommen zur Abstimmung. Wer wäre denn für, beziehungsweise gegen diesen Antrag? Ich bin dafür. Damit ist der Antrag angenommen. Und wir kommen zum nächsten Antrag, PA 108, umlagefinanzierter ÖPNV von Norbert Rücker und André Di Stefano. Ganz kurz. Das ist eine Richtungsentscheidung, wo ich euch um Zustimmung bitte. Uns ist aufgefallen, dass zwar in vielen Programmpunkten auf ein umlagefinanzierter ÖPNV referenziert wird, aber im Programm selber der Punkt nie auftaucht. Also haben wir gemäß dem Piratigen Mandat uns einfach hingesetzt und haben uns sowas überlegt. Der andere Di Stefano ist Verkehrsplaner, der hat mitgearbeitet. Und das ist einfach eine Richtungsentscheidung, dass wir uns zum umlagefinanzierten ÖPNV bekennen. Die Details werden sicher in der Folge noch ausgearbeitet müssen. Und das ist einfach jetzt eine Richtungsentscheidung. Wir haben es auch recht gut begründet. Wenn jemand fragt, ist das hauptfinanzierbar? Wir haben es durchgerechnet. Das gibt finanzielle Belastungen, die ohne weiteres tragbar sind. Also wirklich für jeden Einzelnen im Bereich von ein paar Tankfüllungen liegen. Also die zusätzliche Belastung, die käme, würde aufgefangen werden, wieder durch Möglichkeiten, ihn zu nutzen. Ich bitte euch um eure Zustimmung. Meinungsbild? Na, na also, geht doch. Okay, danke. Stark positiv. Redebeiträge. Dann eben nicht. Wir stimmen über den Antrag ab. Wer ist für, kann es gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Wir kommen zum nächsten Antrag. Ein Positionspapier zum Hessischen Kinderförderungsgesetz. Ich sehe gerade nicht, von wem der ist. Ah, der ist vom Sepp. Okay. Okay. Ich sage jetzt nichts zu dem Antrag, weil den haben wir schon abgestimmt in einem virtuellen Meinungsbild und das ging positiv aus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den jetzt annehmt. Meinungsbild? Nee, jetzt echt. So, stark positiv. Hallo, Verfahrensfrage. Stimmen wir jetzt, also, es gab ein virtuelles Meinungsbild, das ist positiv ausgegangen. Stimmen wir jetzt darüber ab? Also quasi, es war positionierend und das bestätigen wir jetzt hier als Landesparteitag oder ist das jetzt ein separater Antrag? Also, über was stimmen wir jetzt ab? Das ist im Endeffekt das Gleiche, was in dem Positionspapier war, was im VMB war. Der Unterschied ist, dass wir die Nummer mit dem Hundezwinger rausgenommen haben, weil es zu polemisch war. Also, es geht um die Bestätigung dieses Positionspapiers, nicht darum, dass wir das in unser Wahlprogramm schreiben. Das ist ein Positionspapierantrag und es ist demnach nur ein Positionspapier und das ist alles. Okay, wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für bzw. gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Wir machen mal eine kurze Minute Pause. Das ist auch sehr sinnvoll. Ich habe nämlich schon seit einer Stunde versucht, über Twitter, aber ich werde auch aufmerksam zu machen, dass ich hier weg muss. Ich lasse jetzt nämlich die Mikrofone offen, egal ob zu teilen, und ich gehe jetzt. Wollte Tim nicht kommen? Okay, erstmal danke, Henning. Wir wussten ja, dass du gehst und wir dachten eigentlich auch, dass der Tim hier ist und das übernimmt. Hat hier jemand ein bisschen Ahnung von Tontechnik und könnte da den Henning ablösen? Vielleicht hat der Henning noch eine Minute Zeit, um denjenigen einzuweisen. Der Christian Fleißner würde das machen. Alles klar, wunderbar. Dann zeigt dem Christian doch den Weg und wir machen weiter. PA112, ist das richtig? Abschaffung des Landesamtes für Verfassungsschutz vom Kevin. Der Kevin ist nicht da. Will die Julia das übernehmen? Nein. GO-Antrag. Warte, warte. Erstmal kommt der GO-Antrag. Also, ich habe einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung eingereicht vorne, der zu Beginn des Themenfeld Inneres behandelt werden sollte. Sind wir da schon drin? Nein. Nein. Warum? Ach so, war der in den Top-10-Anträgen? Genau. Okay, dann würde ich bitten, ich würde dann die Unterschriften im Nachhinein sammeln, den noch mal zu modifizieren. Es geht nämlich in dem TO-Antrag, darum, die Anträge 112, 103 und 104 aus dem Themenfeld Inneres auf Sonntagvormittag zu Beginn der Versammlung zu verschieben. Das hat den Grund, dass der Antragsteller Kevin Schuliner erst morgen da sein kann und die gerne selbst vorstellen würde. Ich habe dummerweise in den Tagesordnungsänderungsantrag reingeschrieben, zu Beginn des Themenfelds, weil ich nicht wusste, dass der in den Top-10-Anträgen ist. Okay, da das im Grunde ein neuer TU-Antrag ist, die aber davon Erkenntnis hatten, übernehme ich den mal. Und damit wir keine Unterschriften brauchen. Und demnach ist Änderung der Tagesordnung, die Verschiebung von und 112 auf Sonntagfrüh zu verschieben. Ist das eine Gegenrede oder was ist das, was du da machen möchtest? Eigentlich wollte ich nur sagen, dass ich den gerne übernehmen würde, weil der Kevin diesen Antrag vom letzten Mal von mir übernommen hat und weiter ausgearbeitet hat. Also an der Stelle... Das sehen wir dann nach dem GO-Antrag. Okay, wir haben einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung, auf Verschiebung von drei Anträgen. Wer wäre denn für, beziehungsweise gegen diesen Antrag? Das ist dafür, dann sind die verschoben auf morgen früh. Und dann kommen wir zum nächsten Antrag, das ist PPA 03, digitale Spaltung verhindern, Schulinformatik stärken. Ich habe hier leider keine Antragsteller von den Positionsanträgen. Ah, der Sepp schon wieder. Der Sepp ist auf dem Klo. Jetzt weiß es auch ganz Deutschland. Okay. Ich verschiebe diesen Antrag einfach um einen Antrag und wir ziehen den nächsten vor. Das wäre dann der PA 110, Trennung von Gerichts- und Staatsanwaltschaft. Was? PA 03? Den verschieben wir gerade in fünf Minuten. So, der 110 ist von... Wer weiß es? Der bekommt einen Kinderriegel. Der ist von Bastian. Ist der Bastian auch auf dem Klo? Sind der Sepp und der Bastian gemeinsam auf dem Klo? Okay. Also, da der Basti gerade auch nicht da ist, aber der Sepp wieder da ist, dann kommt jetzt doch der PPA 03 vom Sepp. Sepp, hier, zack. Gott, ist das hier kompliziert mit euch. Und der Antrag von Basti kommt als nächstes, falls hier niemand sieht. Das artet ja voll den Stress aus hier. Okay, das ist ein Positionspapier, ein Lobby-Positionspapier von der Gesellschaft für Informatik und die wollen die Schulinformatik stärken und ich würde mich freuen, wenn ihr das annehmen könntet. Ja, ich möchte da gar nicht so viel sagen. Es gibt einige Maßnahmen, unter anderem eben auch Informatik in der Oberstufe gleichzustellen mit den naturwissenschaftlichen Fächern, dass man das eben als Leistungsfach in der Form nutzen kann und damit Abi machen kann. Und das ist eine der Forderungen. Und ansonsten noch eben Informatik stärken. Ich denke mir, wenn nicht wir, wer dann? Meinungsbild dafür, dagegen? Okay, gibt es dazu Redebeiträge? Ach so, das Meinungsbild ist positiv. Redebeiträge gibt es offenbar nicht. Wir kommen zur Abstimmung dieses Antrags. Wer ist dafür? Beziehungsweise wer ist dagegen? Der Antrag ist angenommen. Danke. So, der Basti ist auch wieder da. Das heißt, wir kommen jetzt zum PA 110, Trennung von Gericht und Staatsanwaltschaft. Auf dieses Problem hat mich ein befreundeter Bürgerrechtler aus Marburg hingewiesen. Der hat mir das erstmal geläufig gemacht. Da musste ich auch erstmal drüber nachdenken. Es ist so, dass sehr häufig Gericht und Staatsanwaltschaft nicht nur in einem Gebäude sind, sondern dass auch ehemalige Richter oder ehemalige Staatsanwälte häufig Richter werden und manchmal sogar andersrum. Das bewirkt einen Interessenkonflikt, der nicht unbedingt, sag ich mal, gut ausgehen muss. Das ist so eine Art Klickenbildung innerhalb der Justiz und der Antrag trachtet danach, diese aufzuheben und ist demzufolge auch etwas offen formuliert. Danke, wir kommen zum Meinungsbild. Wer ist dafür, wer ist dagegen? Das Meinungsbild ist positiv. Redebeiträge? Ich weiß nicht, wie viele von euch Jura studiert haben. Ich selber nicht, auch meine Frau ist Juristin, war auch bei der Staatsanwaltschaft. Es ist nämlich folgendes. Die Jurastudenten, die ihr Studium beendet haben mit dem zweiten Staatsexamen und wollen Richter werden, müssen teilweise jahrelang warten auf eine freie Stelle als Richter. Deshalb bekommen sie erstmal stellende Verwaltung als Staatsanwälter. Und die wechseln natürlich dann automatisch, wenn die Stellen frei werden, was sie darum beantragt haben, auf Richter stellen. Eine zweijährige Pause würde sie komplett aus dem Beruf rausschmeißen. Sie werden nicht mehr Richter werden können. Das als sachlich begründet, ist diese Forderung eigentlich unmöglich, weil es nicht funktionieren wird. Die Forderung ist ja eigentlich gerade danach, dass sich die Umstände ändern und nicht danach, dass sie so bleiben, wie sie sind. Sie konnten uns gerade wegen des zweijährigen Pausen nicht ändern. Die Verbeamtung, die erfolgt, na, Richter sind nicht Beamte, aber ein ähnlicher Status, die könnte nicht mehr erfolgen. Da müsste auch andere Gesetze, auch Gesetze über Beamte und so weiter, komplett geändert werden. Das heißt, das ist ein Rattenschwanz hinter sich, der technisch unmöglich ist. Wir würden keine Richter mehr bekommen. Ach so. Hier war jemand, der Jura-Student war, der kann es eventuell auch noch besser erklären. Ich höre Diskussionsbedarf im Plenum. Möchte da jemand noch was zu sagen? Wenn es keine weiteren Redebeiträge gibt oder überlegt ihr noch? Ich frage mich gerade, warum du hier dieses, also die örtliche Nähe von Staatsanwaltschaft und Richterschaft so kritisierst, also so problematisch hältst. In meinen Augen ist zum Beispiel die Weisungsgebundenheit von Staatsanwälten gegenüber dem Innenministerium ein viel größeres Problem gegenüber diesem Punkt und der Punkt ist unproblematisch und wie der Vorredner schon sagte, führt eher zu Problemen, wenn man diesen Antrag so umsetzt wegen der Pause. Es geht ja nicht nur um die geometrische Nähe, wie ich das mal nennen würde. Magst du zuhören? Ich finde das drollig, wenn Leute mir Fragen stellen und dann bei der Antwort nicht zuhören. Ich finde das wirklich interessant. Es geht nicht nur um die räumliche Nähe, sondern es geht auch um die personelle Nähe. Also die Leute essen teilweise in derselben Kantine und können da möglicherweise Vereinbarungen treffen, die, also sage ich mal, nicht im öffentlichen Interesse sind. Ich stimme dir zu, dass auch diese Weisungsgebundenheit der Staatsanwaltschaft ein Problem darstellt, aber das ist eben ein anderes Problem. Entweder fragt ihr was oder ihr fragt nichts, aber bitte lungert nicht in Mikrofonnäherungen. Haben wir hier noch irgendwelche Juristen, entweder Strafverteidiger oder... Hast du eine Frage an Basti oder etwas zum Antrag zu sagen? Ja, zum Antrag zu sagen. Ich würde gerne die Meinung, falls wir hier noch jemanden haben, würde ich es sinnvoll halten, die Meinung von Juristen, eventuell sogar Betroffenen zu hören oder Strafverteidigern. Ansonsten, ich persönlich finde den Antrag sinnvoll. Die Änderungen, die man vornehmen müsste, die müsste man dann eben vornehmen, auch wenn es in mehreren Gesetzen ist. Das ist kein Gesetzesentwurf, das ist ein Antrag, aber ich würde gerne noch von einem Juristen, vorzugsweise Strafverteidiger hören, ob die es für sinnvoll halten oder ob die noch andere Probleme sehen. So einen Strafverteidiger sehe ich hier nicht, aber irgendwelche Juristen beziehungsweise Juristen in Ausbildung hatte ich vorhin gesehen. Die könnte man ja... Ja, ich bin mir jetzt gerade nicht hundertprozentig sicher, ob man Positionspapiere aktuell noch ändern kann. Ich bin bei der Fristenregelung gerade nicht up to date. Und da ist es so, dass ich den Antrag erst mal von der Intention her sehr sinnvoll erachte, dass die Staatsanwaltschaft und Richterschaft getrennt wird. Allerdings sehe ich das sehr kritisch mit dieser zweijährigen Pause. Das heißt, ich würde dich darum bitten, sozusagen den Antrag dahingehend zu ändern, den zweiten Satz zu streichen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Beziehungsweise die zweijährige Pause rauszunehmen. Das ist ein Programmeantrag, den kann man nicht ändern. Ein Programmeantrag. Okay, sorry. Da bräuchten wir, glaube ich, 50 Unterschriften für oder so. Wenn du was sagen willst, Markus, das Mikro ist ein Meter vor dir. Theoretischerweise könnte man tatsächlich einen Dringlichkeitsantrag einreichen, aber ich weiß nicht, ob das gut ist, Dringlichkeitsanträge für solche Dinge zu nutzen. Das sei mal dahingestellt. Ich möchte auch noch darum bitten, bei der Abstimmung dieses Antrags über den Antrag abzustimmen und nicht über den Antragsteller. Vielen Dank. Ich glaube, das ist kein so wichtiger Programmpunkt, dass wenn so ein großer Teil des Plenums wirklich erst mal die Stellungnahme von irgendeinem Juristen hören wollen würde, dass wir den jetzt in der Form annehmen sollen, weil offensichtlich haben hier relativ viele nicht das nötige Hintergrundwissen, das zu beurteilen. Zum Thema Beamten kann ich euch eines sagen. Beamten sind Angestellte des Staates und wenn Staatsanwälte, die irgendwann mal Richter werden möchten, in einem anderen Teil des Staates mal zwei Jahre ein voll bezahltes Praktikum machen, dass sie auch mal aus ihrem eigenen Saft rauskommen, finde ich das gar nicht schlecht. Danke. Ich möchte noch eine Alternative ins Spiel bringen. Es gibt von mir einen Satzungs- und Sendungsantrag, der genau für diesen Fall konzeptioniert worden ist, weil wir können laut Allfristenkonzept nämlich weder Programmanträge, Satzungsanträge oder Positionspapiere jetzt ändern. Der würde aber dem Antragsteller jetzt das Recht einräumen, das Plenum zu fragen, ob er diesen Antrag ändern darf, damit er später in der Tagesordnung wieder erneut gestellt werden kann, geändert. und eben das Plenum muss zustimmen, ob seine Änderung den Antragsteller gestattet. Und das darf auch nur der Antragsteller dann beantragen gegenüber, als GO-Antrag. Das wäre ein Satzungs- und Sendungsantrag, mit dem wir sowas machen könnten, aber der kommt in der Tagesordnung erst später. Ich würde euch doch bitten, dann bitte zum Antrag auch hinzusprechen und nicht, was möglich wäre, irgendwann, wenn wir irgendwas anderes mal beschlossen haben. Da ist irgendeine Wortmeldung im Publikum. Da hinten ist kein Mikro, Michael. GO-Anträge kannst du auch bitte hier vorne stellen, idealerweise. Gibt es weitere Redebeiträge? Also die Diskussion scheint gelaufen, von daher würde ich jetzt zur Abstimmung tendieren, wenn nicht sich Michaels Antrag darauf bezieht. Was auch immer das ist. Hast du dich auf mich bezogen oder hast du dich abfangen? Okay, danke, mach das, mach das. Basti, hast du abschließende Worte zu deinem Antrag? Ich bitte dem Antrag zuzustimmen. Wir stimmen über diesen Antrag ab. Wer ist denn für beziehungsweise gegen diesen Antrag? Vielen Dank. Der Antrag ist abgelehnt. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Dann kommen wir zum nächsten Antrag, das ist der PA 114, keine Videoüberwachung im ÖPNV. Der ist von Bernhard Kern, der ist nicht da. Möchte diesen Antrag irgendjemand übernehmen? Die Julia, möchtest du den übernehmen? Ja, ich möchte ihn sicher übernehmen, ehe er jetzt nicht behandelt wird. Ich denke, das ist ein Kernthema und in der Forderung ziemlich unproblematisch, dass wir keine Videoüberwachung im ÖPNV wollen. Wir machen ein Meinungsbild. Wer ist denn dafür beziehungsweise dagegen? Dann kommen wir zu Redebeiträgen. Ja, ihr habt vorhin den PA 003e angenommen, keine Videoüberwachung. Dieser beinhaltet die Teile und Inhalte dieses Antrags. 114. Das habe ich vor einigen Wochen dem Bernhard schon abgesprochen, dass er den 114er zurückgezogen hätte, wenn der 003e angenommen würde. Sowas habe ich auch gehört, dass der Bernhard den eventuell zurückziehen würde. Jetzt steht der nun mal im Wiki. Gibt es hier zufälligerweise ein Vorstandsmitglied, dass ihr wie sagen kann, dass der Antrag zurückgezogen ist? Weißt du da was? Tu mal zufällig. Wer ist denn da bei euch der Beauftragte, der sich hier darum kümmert? Ich habe mich darum gekümmert, aber mir ist nicht bekannt, dass der Bernhard den zurückgezogen hat. Okay, dann werden wir den behandeln. Also da das jetzt in diesem 3b, den wir angenommen haben, einfach globaler drinsteht, überhaupt keine Videoüberwachung im öffentlichen Raum, ziehe ich den zurück. Alles klar. Dann haben wir hiermit die Top-10-Anträge schon abgeschlossen. Wir kommen relativ fix durch die Zeit, ich bin ganz beeindruckt. Wir kommen jetzt zu den einzelnen Themenfeldern. So, wir haben das hier in Butzbach schon gemacht, ich erkläre das nochmal, wir nehmen pro Themenfeld haben wir 30 Minuten Zeit. Es gibt die Option danach, das nochmal um 30 Minuten zu verlängern. Wenn das nicht der Fall ist, springen wir zum nächsten Themenfeld. Das erste Themenfeld ist informationelle Selbstbestimmung und Netzpolitik. das haben wir fertig, das ist komplett mit den Top-10-Anträgen schon abgehandelt worden. Das bedeutet, das nächste Themenfeld sind Menschen- und Bürgerrechte. Bevor wir anfangen, ich habe das bei den Top-10-Anträgen ein bisschen locker gehalten. Im Normalfall ist das so, dass nach zehn Redebeiträgen die Redeliste beschlossen wird und dass die Antragsteller auch pro zehn Redebeiträge einmal was sagen können, falls ihr nicht ganz direkt die Antragsteller etwas fragt. Das heißt, zukünftig möchte ich die Antragsteller bitten, nicht nach jedem Wortbeitrag einfach drauf loszureden, denn so viel Redezeit habt ihr nicht. Ab sofort haben wir auch oben die Uhr, die wir jetzt benutzen werden mit der Zeitanzeige. Standardmäßig hat jeder zwei Minuten Zeit zu reden. Und dann würde ich sagen, wir fangen an. Das erste, was drankommt, ist der PA100, allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Ich glaube, der ist auch vom Basti. Dann gibt es einen weiteren Hinweis, die Tagesordnung ist bekannt und welches Themenfeld wann drankommt, ist ebenfalls bekannt. Wenn ihr Anträge habt, dann könnt ihr euch das durchaus anschauen und zukünftig, falls euer Antrag demnächst drankommt, euch bitte in der Nähe aufhalten. Also, da gab es mal eine Diskussion auf einer themengebundene Mailing-Liste der Piratenpartei. Da wurde mir erzählt, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte sei kein gültiges Recht und sei auch angeblich nie so gedacht gewesen und sei deshalb auch kein Argument. Ich möchte aber durchaus, dass Menschenrechte ein Argument werden, darum habe ich diesen Antrag formuliert, auch durchaus kontrovers diskutiert mit einigen Mitgliedern des Landesverbands und das ist jetzt erst mal so als Formulierung hier hingestellt. Wir wollen also die allgemeine Erklärung der Menschenrechte als verbindlich anerkennen. Sollte es Diskussionsbedarf dazu geben, sollte der jetzt stattfinden. Dann machen wir zuerst das Meinungsbild. Wer wäre denn für bzw. gegen diesen Antrag? Das ist eher negativ bei geringer Beteiligung und wir kommen zu den Redebeiträgen. Du hast ja gerade angesprochen, dass der Punkt auch schon kontrovers diskutiert wurde. Es gab auch einen VMB zu dem Punkt, den wir wegen anderen Dingen erst mal zurückgezogen hatten. Dann gab es auch noch einen LIME-Survey, was du angefangen hattest, wo wir aus der Diskussion heraus den Ansatz verfolgt hatten, dass die ganz allgemeine Aussage, also dass wir die Erklärung der Menschenrechte anerkennen wollen, zu undifferenziert ist, weil einzelne Elemente unter Umständen nicht mehr der Zeit entsprechen. Mit diesem Ansatz, jetzt wieder diesen ganz allgemeinen Satz heranzuziehen, würden wir aus der Diskussion heraus, aus meiner Sicht, einen Schritt zurückgehen. Und wir hätten im Grunde genommen wieder diese ursprüngliche kontroverse Situation und deswegen würde ich jetzt persönlich an der Stelle dieser Aussage so nicht zustimmen und sage aber gleichzeitig, dass ich selbstverständlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte prinzipiell vom Gedanken gut finde. Aber trotzdem gibt es einige Punkte, die ich in der Form nicht mehr zeitgemäß finde. Also ich habe an dieser Diskussion auch teilgenommen und weiß dem zufolge worauf du dich beziehst. Da gab es einmal den Einwand, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte sei nicht genug gegendert sozusagen oder würde im Bezug auf die Gleichberechtigung nicht genug sagen. Dieses Argument lasse ich nur selten gelten, denn tatsächlich ist das nicht der Fall, wenn man es mal richtig durchliest. Die gibt ja gerade das Minimum wieder und da wird dann oft kritisiert, dass Männer und Frauen heiraten dürfen. Da steht eben nicht drin, gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen, aber das ist eben auch nicht das, was man anderen Staaten im Außenverhältnis aufnötigen will. Ein anderer Punkt in der Diskussion waren zum Beispiel die Gewerkschaften, da ist also ausdrücklich von Gewerkschaften die Rede, was tatsächlich nicht mehr ganz zeitgemäß scheint, aber was andererseits jetzt auch keinen Schaden anrichtet. Von daher dieses Argument, das sei nicht mehr zeitgemäß, das mag vielleicht für die Formulierung oder für den Text gelten, aber deswegen sind doch lange nicht die darin versprochenen Rechte nicht mehr zeitgemäß, ganz im Gegenteil, ich halte die alle und zwar im vollen Umfang für nötig, diese Rechte, die darin gewährt werden. Okay, Basti, ich weiß nicht, ob du gerade mitbekommen hast, du hast pro zehn Leute, die was sagen, einmal das Rederecht, falls du nicht direkt gefragt wirst, das heißt, ab sofort musst du ein bisschen warten. Martin. Ja, ich habe aber eine direkte Frage, also zunächst einmal möchte ich darauf hinweisen, dass nach 1948 die UN-Menschenrechtskonvention ja noch mehrfach ergänzt wurde, dass da weitere Rechte nach 1948 dazukamen, die eben auch weitere Rechte aufgenommen haben, aber ich meine, der UN-Generalsekretär wird sich jetzt nicht vom Dach der UN-Versammlung stürzen, weil die Piratenpartei Hessen jetzt die Menschenrechte ablehnt. Ich glaube, es gibt auch niemanden hier im Raum, der die Menschenrechte wirklich ablehnt. Die gehören zu der Grundausrüstung und zu den Philosophien der Piratenpartei, dass wir für Menschenrechte sind. Ganz oft gefragt, geht es dir um die Menschenrechte oder geht es um Homeschooling? Ich weiß persönlich nicht, wer diese Homeschooling-Frage immer wieder ins Spiel bringt, das ist aber nicht das zentrale Problem der Menschenrechtssituation in Deutschland tatsächlich. Es gibt zum Beispiel auch Zustände in Gefängnissen, die ich für erbarmungswürdig erachte, denen man mit solchen Argumenten begegnen könnte. ich tue das gelegentlich, da sagen mir dann Leute, das ist jetzt aber kein Argument und darum geht es dann am Ende. Niemand hier will die Menschenrechte ablehnen oder Leuten Menschenrechte absprechen, davon gehe ich zumindest mal aus. Wir haben aber das Problem, dass einige Passagen in der Allgemeinerklärung der Menschenrechte zumindest fragwürdig oder auslegungsbedürftig sind und immer wieder unterschiedliche Auslegungen im Raum stehen. So ist zum Beispiel auch der Schutz des geistigen Eigentums beziehungsweise in manchen Übersetzungen auch nur der Schutz der geistigen Interessen festgeschrieben. Je nach Auslegung heißt das, dass zum Beispiel unsere Reformbeschreibung des Urheberrechts dagegen verstoßen würde und deswegen finde ich diesen Satz einfach viel zu knapp, als dass er unsere Meinung dazu abbilden könnte, sondern da muss was Differenziertes her, da muss was Längeres her und entsprechend müssten wir einfach einen neuen Antrag zum nächsten Parteitag oder so ausarbeiten und den dann annehmen und diesen Antrag jetzt ablehnen. Übrigens hat meines Wissens die PPI diese allgemeine Pauschalerklärung auch abgelehnt, unter anderem wegen der Problematik des geistigen Eigentums. Ich stimme diesem Antrag inhaltlich zu und ich lehne den Antrag trotzdem ab. Aus dem einfachen Grund, wir haben bereits um die entsprechenden Meinungsbilder eine entsprechende Debatte gehabt und da hat sich leider gezeigt, ich weiß, dass du das anders siehst, aber es hat sich in der Debatte nun mal gezeigt, dass es dem Antragsteller vor allem um die Schulpflicht geht und dass wahrscheinlich ist, dass diese Entscheidung, diese Stellungnahme missbraucht wird, um Sachen rein zu interpretieren, die da nicht drinstehen. Als Hinweis in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht eigentlich die Schulpflicht auch drin, allerdings gibt es wieder einen widersprüchlichen Satz, das heißt, es ist wieder interpretierungsbedürftig, deswegen, wenn wir das so verabschieden, dann sollten wir klarstellen, dass daraus keine Position zur Schulpflicht abgeleitet werden kann, dann könnten wir es beschließen, ansonsten bitte ich diesen Antrag abzulehnen, auch wenn wir natürlich die Menschenrechte alle für wichtig erachten und sie auch als verbindlich anerkennen. Vielen Dank. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist überhaupt nicht als verbindliche, also als rechtsverbindlich gedacht. Das ist ein Bekenntnis der Vereinten Nationen, dass in den konkret dort beschriebenen Rechten schon seine Ausprägung im deutschen Recht, im Grundgesetz gefunden hat. Wir müssen aber selbstverständlich nicht in unser Programm schreiben, dass wir das Grundgesetz unterstützen, weil wenn wir das nicht tun würden, dann wären wir wahrscheinlich eine verfassungsfeindliche Partei und dementsprechend ist das einfach, also eine Rechtsverbindlichkeit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ist weder gewollt noch vorgesehen. Ja, ich habe eine Frage an dich, Basti, weißt du denn aus dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, welche Rechtsgüter davon denn heutzutage schon umgesetzt sind, auf der europäischen Ebene, der Bundesebene und der Landesebene und welche noch offen wären, weil das wäre die entscheidende Frage, ob wir nicht eventuell dadurch auch Dinge beschließen, die wir aufgrund von bestehenden Rechtsdiensten, zum Beispiel die Europäische Menschenrechtscharta, einfach schon viel weitgehender beschlossen haben oder sich vielleicht auch sogar beißen würden. Sozusagen der Diff von dem Stand zu dem Stand, den wir heute auf unserer gesetzlichen Grundlage haben. Fragst du das formal juristisch oder fragst du das realpolitisch? Ich frage das real, weil ich will wissen, was davon neu hinzukommen würde, wo wir uns gegen irgendwas stellen würde, was schon existiert, das hätte ich gerne gewusst, bevor ich dazu gehe. Realpolitisch gibt es zum Beispiel die Frage, ob Part 4 in manchen Umständen einer Zwangsarbeit gleichkommt. Realpolitisch wäre zum Beispiel auch die Frage, wo vermutlich die Leute mit der Schulpflicht darauf hinaus wollen, was es bedeutet, dass Eltern sich die Ausbildung ihrer Kinder aussuchen dürfen, wenn die Auswahl in Deutschland traditionellerweise auf genau eine Schule beschränkt wird. Also es gibt da Unterschiede. Mir ist klar, dass das am Ende randständige Themen sind, dass man sich darauf berufen kann, ja, wir können ja Vereine gründen, meinetwegen um politische Parteien und wir können sagen, was wir wollen meistens, aber es geht halt eben um das meistens, es geht darum, dass wir immer sagen können, sollen, was wir wollen. Und das ist die Realpolitik an der Stelle. Ja, also wir haben jetzt viel gehört von der rechtlichen Verbindlichkeit, ich würde eigentlich gerne nochmal ein anderes Parameter reinbringen, ein Stück, die moralische Verbindlichkeit dieser Erklärung der Menschenrechte, dass es dabei eigentlich jetzt auch für uns ja nicht unbedingt nur darum gehen muss, zu sagen, das sind die einzelnen Ausführungen und das und das Gesetz ist damit abgedeckt, sondern ich denke, es ist auch so ein bisschen ein sich unter so eine moralische, allgemeine Erklärung stellen und das hat auch einfach für die Außenwirkung, wie wir von außen wahrgenommen werden, irgendwie nochmal ein Signal und von dem Gesichtspunkt her würde ich das eigentlich gerne unterstützen und empfehlen, den Antrag anzunehmen. Hi Basti, ich möchte dich bitten, den Antrag zurückzuziehen, weil ich möchte über diesen Antrag nicht abstimmen. Ich kann ja auch ganz klar erklären, warum. Und zwar in den Menschenrechten stehen viele schöne Sachen drin, aber zum Beispiel auch, dass Eltern die absolute Gewalt über ihre Kinder haben. Jedenfalls interpretiere ich das so und dann müsste man, ich sage mal, in Deutschland auch Genitalverstümmelungen erlauben und das finde ich nicht gut. Aus diesem Grunde, ich denke mir, es ist so, man sollte sie, ich sage mal, das rausnehmen, was einem persönlich gefällt und ich denke mir nicht, dass wir darüber abstimmen sollen. Aus diesem Grunde, bitte, danke. Ich hoffe, ich wiederhole mich jetzt nicht und wenn, dann bitte ich um Entschuldigung, ich war eben draußen. Ich habe nur ein kleines Problem sozusagen mit diesem Antrag, verbindlich für was oder wen. Also in dieser Formulierung müsste meines Erachtens nach, müsste das drinstehen, sonst macht der Satz in dieser Form keinen Sinn. Also verbindlich, ja verbindlich macht nur, geht nur für, also für was, für unsere interne Schiedsgerichtssprechung oder für unsere Parteimitglieder oder für alle? Für alle. Ja, aber wie soll diese Verbindlichkeit aussehen? Also ist es eine Verbindlichkeit im gesetzlichen Sinn? Das heißt, es soll die, jemand einklagen können, dass seine Menschenrechte verletzt wurden oder so? Also für mich geht das nicht, ich weiß, was du meinst, finde das von Anliegen her auch richtig, aber dieser Satz in dieser Formulierung macht für mich, funktioniert für mich nicht. nicht. Das ist weniger eine Frage als eine Anmerkung. Also ich meine, wenn dir was da kommt. Ich wollte nochmal kurz auf Knuts Beitrag eingehen, ich glaube nicht, dass Genitalverstümmelung durch die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gedeckt wird, ich glaube, das ist etwas zu viel in diesen Text da reingelesen. Was Christians Frage nach der uneindeutigen Formulierung angeht, ist, also ich habe da tatsächlich auch mit mir gehadert und mich gefragt, ob ich da nicht noch was dazuschreiben sollte, ob ich nicht sagen sollte, verbindlich für meinetwegen gewählte Kandidatinnen oder verbindlich für Richter oder wie auch immer, aber ich meine eben tatsächlich verbindlich für alle. Ich erkenne für mich persönlich die allgemeine Erklärung der Menschenrechte als verbindlich an, ich möchte, dass andere das auch tun. Das ist die Intention dieses Antrags. Ja, wie gesagt, verstehe ich es für mich eher jetzt ein Formulierungsproblem, dass es so in der Form nicht aufgeht. Also erstmal hätte ich gerne ein bisschen mehr Ruhe, zweitens wird die Redenliste jetzt geschlossen, was aber glaube ich nicht so wichtig ist, weil da auch keiner mehr steht. Das heißt, Basti, wenn du noch Abschlussworte hast, ich bitte dem Antrag zuzustimmen. Alles klar, dann stimmen wir über diesen Antrag ab. Wer ist für, beziehungsweise gegen diesen Antrag? Der Antrag ist abgelehnt. Dann kommen wir zum PA 122, Sammelantrag Kapitel Intusion und Barrierefreiheit von Petra Brandt und Johannes Britz. Hallöchen. Hallöchen. Wir haben hier einen Sammelantrag zusammengestoppelt und zwar nicht alleine, sondern er ist auf Grundlage von dem Bundesparteitag, war ein ähnlicher Antrag eingebracht worden, aber er wurde nicht zur Abstimmung gebracht, aus Zeitgründen wie auch immer. Der besteht aus mehreren Modulen, wovon wir beide der Meinung sind, dass wir das auch in Hessen brauchen. Als der erste Modul geht es darum, dass wir die Gebärdensprache, die für viele Menschen in Deutschland, aber auch in Hessen sehr wichtig ist, und zwar als zweite Amtssprache, neben dem Deutschen, wollen wir das gerne eingeführt haben. Das nächste Modul betrifft das inklusive Wahlrecht für Menschen mit Behinderung. Da habe ich Anfang des Jahres selbst bei mir im Ort ein Beispiel gehabt, Bürgermeisterwahl und die Stadt sah es nicht für notwendig, Schablonen für Blinde, damit die selbstständig wählen können, zu bestellen, herstellen zu lassen und haben es einfach so laufen lassen. Also sowas geht nicht und deswegen brauchen wir ein inklusives Wahlrecht für Menschen mit Behinderung. Das fünfte Modul ist etwas komplizierter. Ich versuche es so einfach wie möglich zusammenzufassen und zwar viele von uns kennen das Sozialgesetzbuch. Das ist zwar ein Bundesgesetzbuch, sage ich jetzt mal, aus Bundesebene, aber viele dieser Gesetze werden auch auf Landesebene eingesetzt und zwar beim hessischen Behindertengleichstellungsgesetz. Und da haben sich bundesweit Juristen zusammengetan, behinderte Juristen und haben ein Konzept ausgearbeitet, wie das in Zukunft einheitlicher, einfacher vom Bund bis hin und da zu den Gemeinden umgesetzt werden könnte. Und wir haben uns gedacht, für Hessen ist das auch wichtig, weil es hat keinen Zweck, dass wir zum Beispiel der Rollstuhlfahrer muss sich auf Sozialamt wenden, der Arbeitnehmer, der muss sich an die AGE wenden, das behinderte Kind muss sich, beziehungsweise die Eltern, wenn es um Schulpolitik geht, an der örtliche Jugendamt wenden, wenn es Zuschüsse bräuchte oder persönliche Assistenten. Es ist einfach ein Kuttelmuttel da, was die Finanzierung der Behinderteneinrichtungen oder behindertenwichtigen finanziellen Grundlagen sind. Das nächste Modul betrifft die Barrierefreiheit von öffentlichen Einrichtungen. Muss beachtet werden bei öffentlichen Einrichtungen, dass es Barrierefreiheit ist und jeder Mensch Zugang haben kann und überall hinkommt. Besonders bei alten Gebäuden muss nachgerüstet werden, umgebaut werden und dabei darf man auch nicht vergessen, dass man die betroffenen Menschen halt selbst mal fragt, woran es hakt und nicht einfach nur einen Schreibtisch-Hengst da verwalten lässt und machen lässt. Und dann haben wir noch das letzte Modul, was auch ganz wichtig ist, wobei es auch umstritten ist. Und zwar sind wir der Meinung, dass die Barrierefreiheit vor dem Denkmalschutz kommen soll. Ich weiß, viele Historiker oder Menschen, die alte Gebäude lieben, mögen das nicht unbedingt hören, aber es gibt aber auch behinderte Menschen, die in einem alten denkmalgeschützten Gebäude wohnen und das umgebaut werden müsste. Auch das müsste machbar sein. Nach der jetzigen Gesetzgebung siegt immer der Denkmalschutz und nicht der behinderte Mensch. Ich habe kein A. Wir kommen zum Meinungsbild. Wer wäre denn für bzw. gegen diesen Antrag? Das ist deutlich positiv. Redebeiträge? Ja. Im Modul 3 schreibt er ja deutsche Gebärdensprache als Amts- und Gerichtssprache. Amtssprache ist ja im Endeffekt auch das, mit dem ich meine Formulare ausfülle und solche Geschichten. Wie fülle ich denn zum Beispiel mit Gebärdensprache meine Formulare aus? Das ist halt, also ich finde es in der Formulierung einfach, ich weiß, wie er es meint, aber in der Formulierung wüsste ich nicht, wie das realistisch Anwendung finden soll. Einfach von der Definition, was Amtssprache zum Beispiel ist. Also klar, dein Einwand ist verständlich, was Formulare anbelangt, aber Amtssprache beinhaltet ja nicht nur die Formulare, auch ein Gehörloser lernt die deutsche Sprache, aber er bräuchte zum Beispiel dann als Pendant bei vielen Formularen die einfache Sprache, die leichte Sprache. Auch diese ist nicht gegeben. Und das wäre im Zuge der Gebärdensprache als Amtssprache dann aber gegeben. Sie müssten dann die Texte, Formulare um, ja übersetzen quasi in einfache Sprache. Also ich habe zwei Fragen, also zum einen auch zur Amtssprache. Amtssprache ist ja eigentlich die Sprache, mit der man mit Behörden kommuniziert. Das würde dann in Folge bedeuten, dass sämtliche Behörden, Mitarbeiter, die Publikumsverkehr haben, auch in Gebärdensprache geschult werden müssten. Erster Teil. Und das Zweite ist, inwiefern seht ihr eure Forderungen schon von den entsprechenden Verordnungen, die es gibt, gedeckt, zum Beispiel BTV, also barrierefreie IT-Verordnung, die es gibt. Da ist ja zumindest für den Teilbereich auch schon abgedeckt, einfache Sprache in öffentlichen Angeboten oder Gebärdenübersetzungen anzubieten. Also die zwei Punkte habe ich. So, Norbert, du hast nur eine Frage übrigens. Dann streiche ich die zweite Frage, möchte nur die erste. Also man, wenn ich das jetzt richtig noch rekapitulieren kann, also Gebärdensprache ist ja eine anerkannte Sprache in Deutschland schon. Also und die Gehörlosen bekommen auf großen Teilen schon Unterstützung in Form dessen, dass ihnen Dolmetscher zur Verfügung stehen, aber halt eben nicht in allen Lebensbereichen. Das heißt, die Kosten für Dolmetscher sind so horrend hoch, dass die ein Privatmensch eigentlich fast gar nicht finanzieren kann. Und es wird auch nicht erwartet, dass jede einzelne Person in einer Behörde die Gebärdensprache kann, aber dass zumindest in einer Behörde die Möglichkeit besteht oder eine Person vorhanden ist, die dann immer da ist, um halt eben für den gehörlosen Menschen, es betrifft ja nicht nur die gehörlosen Menschen, es gibt ja auch andere sprachbehinderte Menschen, die auch die Gebärden einsetzen, dass dann jemand da ist. Also nicht alle, sondern, aber pro Behörde sage ich jetzt mal, dass mindestens eine Person da ist. Ich weiß, es ist eine Utopie im Moment noch, aber als Zukunft zählen, sollten wir es vielleicht nicht aus dem Auge verlieren. Im Modul 4 fordert ihr ein inklusives Wahlrecht und habt das begründet mit einem Einzelfall, wo die Schablonen nicht vorhanden waren. Das Wahlrecht und die Ausführungsbestimmungen dazu enthalten schon Regelungen dazu, dass es diese Schablonen geben muss. Das heißt, wir würden mit dem Modul 4 den Status Quo fordern und keinerlei neue Forderungen generieren. Warum wollt ihr diesen Status Quo nochmal fordern? Um es zu unterstreichen, es ist halt noch nicht überall umgesetzt und dass man, dass man die, dass die behinderten Menschen auch nochmal explizit eine Möglichkeit haben, das auch nochmal einzufordern. Viele Behörden lehnen es einfach nur ab. Ich habe bei mir bei der Stadt, bei dem Beispiel mit den Blindenschablonen, habe ich auch mit der Stadt Kontakt abgenommen, habe nachgefragt und sie haben es abgeschmettert und haben sich auch, was war es, irgendeinen Leitfaden zu Wahlen in Hessen, haben sie es begründet und da stand drin, dass die Stadt nicht verpflichtet wäre, das einzufordern und dass die Blindenverbände, die das herstellen, sich mit der Stadt in Verbindung setzen müssten und da fragen müssten, ob Wahlen anstehen. Also so, das sind Sachen, die müssten automatisch gehen, dass die, dann, dass die Stadt sich da an die Blindenverbände zum Beispiel wendet und sagt, hier, wir bräuchten Schablonen, wir haben eine Wahl anstehen. Und noch ergänzend dazu, es betrifft ja nicht nur die Blinden, sondern es beginnt schon da damit, in meinem Wahlbezirk zum Beispiel können, das Gebäude, wo bisher immer die Wahlen stattfanden, ist nicht rollstuhlgerecht. Das bedeutet, von alleine kann der Rollifahrer dort nicht hinein. Also man sollte auch immer dann das Gesetz sich so vorlegen, dass wirklich die Wahlen oder die Wahllokale barrierefrei für jeden erreichbar sind. Egal, ob nun blind, ob er taub oder Rollstuhlfahrer oder ja, demenzkrank ist zum Beispiel. Auch da gibt es große Probleme, ist nämlich auch ein Punkt, der dazu hineingehört. Es gibt auch Menschen, die in Pflegeeinrichtungen sind und auch gerne wählen möchten, aber nicht gehen können, weil sie zum Beispiel bestellte Pflege haben, obwohl sie trotzdem geistig in der Lage sind zu entscheiden, wen ich wählen darf oder nicht. Auch das gehört dazu. Ihr schreibt hier in dem Antrag einen Gesetzestext oder beziehungsweise Wortlaut vor, der verwendet werden soll. Meine Frage, die bei mir dabei kam, ist, wie wollt ihr verhindern, dass zum Beispiel eine Behörde mich trollt, indem sie sagt, okay, der kann keine Gebärdensprache. Wir sprechen mit dem jetzt nur Gebärdensprache, weil das ist ja die Amtssprache. Nein, nein, wir wollen nicht die eine Amtssprache gegen die andere austauschen, sondern zusätzlich. Ich habe eure Intention verstanden. Eure Intention habe ich schon verstanden. Ich bin nur ein bisschen unglücklich mit der Formulierung, die ihr durch den Gesetzestext hier vorschreiben wollt. Also bei Modul 3 zum Beispiel, also der letzte Satz, den finde ich halt irgendwie etwas suboptimal formuliert, das ist letztendlich das, was H. auch schon gesagt hatte. Die deutsche Gemäldensprache ist eine anerkannte Sprache in Deutschland. Also insofern sollte das da schon so drinstehen, aber da habe ich das jetzt akustisch falsch verstanden. Ja, heute noch. Ja, ich war mir nicht sicher, ob er mit seiner Fragereibe fertig ist. Deswegen, ich persönlich bitte darum, Modul 3, also das erste Modul, das mit der Amts- und Gerichtssprache abzulehnen, und die anderen Module anzunehmen. Das erste Modul soll dazu dienen, ein Recht auf die Nutzung der Gebärdensprache durchzusitzen. Dafür fände ich es sinnvoller, wenn es ein grundsätzliches Recht auf einen Dolmetscher gäbe im Kontakt mit Behörden. Ich finde es aber nicht sinnvoll, die Gebärdensprache gleich zur Amtssprache zu machen. Wir haben bereits zum Beispiel vor Gerichten das Recht auf einen Dolmetscher, wenn man der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Das kann man gerne ausweiten, das kann man auch gerne auf die Gebärdensprache ausweiten. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, eine weitere Amtssprache durchzuführen, wenn wir viel, viel mehr Leute dadurch in Anführungszeichen ausschließen, dass zum Beispiel Englisch oder viele andere Fremdsprachen nicht Amtssprachen sind und trotzdem ändern wir das nicht. Deswegen bitte, Modul 3 ablehnen, die anderen Module annehmen. Vielen Dank. Darf ich da kurz darauf antworten? Ich glaube, es wird etwas missverstanden. Die deutsche Gebärdensprache ist eine deutsche Sprache. Das bedeutet, es ist keine Fremdsprache im klassischen Sinne. Pass auf, das Problem ist folgendes. Im Gerichten stehen den Gehörlosen auch schon Gebärdensprachdolmetscher zur Verfügung. Das ist kein Problem. Aber es gibt ein anderes Problem. Wenn nämlich Gebärdensprache als Amtssprache anerkannt wird, erzieht sich etwas, erfolgt etwas anderes. Jeder Gehörlose hat dann einen Anspruch darauf, egal wo er hingeht, im privaten Bereich oder sonst wo, dass er das nicht aus eigener Tasche bezahlen muss, einen Dolmetscher dabei zu haben. Stell dir vor, du möchtest gerne heiraten. Als Beispiel, deine zukünftige ist gehörlos. Jetzt hast du nämlich ein Problem. Wie zahlst du, wenn du nicht gerade Millionär bist oder stinkereich bist, den Gebärdensprachdolmetscher für diese Veranstaltung, für deine eigene Hochzeit? Im Moment aus eigener Tasche, weil sonst keiner dafür zuständig ist. Nun, ich finde die Intentionen auch gut und stimme aber ansonsten in weitesten Teilen den Vorrednern bei, dass vor allem das Modul 3 mit der Amtssprache als solches, sehe ich halt kritisch, die Intentionen, wie gesagt, ist an sich sinnvoll, aber die Formulierungsweise davon in meinen Augen nicht zielführend. Und daher würde ich das Ganze, also zumindest Modul 3 ablehnen und deshalb bin ich dafür, das Modulweise anzunehmen. Noch ein Hinweis, die Gebärdensprache ist in unseren Nachbarländern auch bereits Amtssprache, zweite Amtssprache. Ich halte die Anliegen, die da formuliert sind, im Antrag für berechtigt. Ich halte den Antrag selbst allerdings als nicht brauchbar für ein Parteiprogramm, weil das in einer, also so viele detaillierte Dinge da drin sind. Wenn wir alle Politikfelder so detailliert aufarbeiten wollten, dann hätten wir ein tausendseiten Parteiprogramm. Und ich denke, dass der bestehende Inklusionsabschnitt drückt im Grunde die Intention davon aus, nur eben nicht in dieser Detailliertheit. Und ich finde es nicht sinnvoll, das ins Parteiprogramm aufzunehmen. Ja, ich finde die Anträge und die Module sehr gut. Auch das Modul 3. Wir haben Teile auch in Deutschland, zum Beispiel in Schleswig-Holstein, wo neben dem Deutschen auch Dänisch eine Amtssprache ist für die dänische Minderheit. Und da wird ganz bestimmt niemand auf die Idee kommen, Menschen zu trollen, die Deutsch sprechen und sie auf Dänisch anzusprechen. Denn nur die Dänischsprachigen haben ein Recht darauf, auf Dänisch angesprochen zu werden. Und genauso verhält sich das hier auch. Wir haben Menschen, die sind in Deutschland geboren, deren Muttersprache ist die deutsche Gebärdensprache. Und die sollten in keiner Art und Weise diskriminiert werden oder behindert werden auf Ämtern und Behörden. Danke. Hallo, bitte stimmt für das Modul 3. Ich möchte nicht, dass wir an den Punkt kommen, dass Leute quasi so integrationsmäßig dann ein Recht auf den Dolmetscher haben, sondern dass es wirklich ein Teil der Gesellschaft wird. Und was ich schön fände, wäre, wenn viel mehr Leute Gebärdensprache sprechen. Weil selbst für Hörende ist es eine ganz tolle Form zu kommunizieren, zum Beispiel, wenn es laut ist. Man kann das nutzen. Es ist ein Teil der deutschen Kultur. Und ich denke, dass wir die Leute nicht ausgrenzen, sondern dass wir sie integrieren müssen. Im Zuge der Europäischen Union haben wir sowieso ganz viele verschiedene Amtssprachen, die in verschiedenen Regionen anerkannt sind. Das ist eigentlich eine ganz normale Sache, dass Minderheiten Amtssprachen haben. In Schweden ist es zum Beispiel ein Teil der Verfassung. Und bitte nehmt das an, auch das Modul 3. Dankeschön. So, die Rednerliste ist jetzt geschlossen. Wer noch was sagen will, stellt sich bitte jetzt Richtung Mikro. Das macht keiner. Dann ist der Ralf der Letzte. Ja, ich möchte mich an meinen beiden Vorrednern anschließen. Es geht um unser Programm. Und wer sind wir, dass wir keine Visionen da drin aufnehmen, auch wenn wir uns selbst, weil wir vielleicht nicht persönlich betroffen sind, nicht vorstellen können, wie eine Amtssprache, deutsche Gebärdensprache aussehen könnte. Bitte lasst es uns annehmen. Und einfach für Inklusion und Barrierefreiheit sein, was wir vorhin doch konsolidiert haben. Und ihr, Petra und Johannes, kümmern sich da intensiv drum. Danke. Habt ihr Abschlussworte? Bitte annehmen. Wir kommen zur Abstimmung dieses Antrages. Wer ist denn für bzw. gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. Danke. Dieser Themenblock ist vorbei. Sogar rechtzeitig. Jetzt ist es auch zeitlich vorbei. Wunderbar. Ich bin gerade ein bisschen überfordert, weil hier alles voll ist mit Fleisch. Lecker, lecker Fleisch. Ich muss mal gucken, es sind zwei Teller. Ich weiß nicht, es sind nach Gabel und Schrauben. Ich weiß nicht, wo die sind. Wo sind meine Würstchen, H? Da ist ein Spagett noch unten. Da ist auch von unten. Ich soll euch hochgeben. Du hast gerade das Steak auf den TO-Antrag von Michael Stark gelegt. Wir haben einen Antrag auf Änderung der Tagesordnung von Michael Stark. Ist der gerade da? Michael, willst du den gerade vorstellen? Es geht darum, den Satzungsänderungsantrag 8 vorzuziehen. Wir hatten da ja gerade kurz darüber gesprochen. Ich erkläre es noch mal schnell. Es geht um den Satzungsänderungsantrag 8, den Ralf eben kurz erwähnt hat. Der würde die Möglichkeiten einräumen, dass ein Antragsteller, wenn er in der Diskussion seines Antrages erfährt, dass eine Formulierung das Kritische ist, was seinen Antrag zur Ablehnung bringt, die Möglichkeit hat, diese Formulierung noch zu ändern, wenn ihm die Versammlung im Einzelfall diese Möglichkeit einräumen möchte. Der Antrag wird dann hinten wieder angestellt und kann noch behandelt werden. Ansonsten werden Anträge, die hier an einer oder zwei Formulierungen zu scheitern drohen, erst wieder auf dem nächsten Landesparteitag behandelt. Der Satzungsänderungsantrag ist fristgerecht eingereicht. Nur aufgrund unserer jetzigen Tagesordnung würde er erst am Ende der Veranstaltung angenommen werden oder überhaupt behandelt werden, sodass er seinen Sinn nicht mehr entfalten könnte. Es macht also Sinn, diesen Satzungsänderungsantrag sehr früh zu behandeln, damit er überhaupt noch Wirksamkeit entfalten kann. Gibt es eine begründete Gegenrede? Das ist nicht der Fall. Dann stimmen wir über diesen GO-Antrag ab. Wer ist für bzw. gegen diesen GO-Antrag? Der Antrag ist angenommen. Und damit kommen wir zum Satzungsänderungsantrag 8. Wenn der vom Ralf ist, wahrscheinlich, würde ich doch sagen, bitte auf den Beamer und hau in die Tasten, Ralf. Ja, wie vorhin kurz erwähnt, wäre es eine Ergänzung zu unserem bestehenden Fristenkonzept, weil wir haben ja 8 Wochen Einreichungsfrist, 4 Wochen Änderungsphase, 2 Wochen Antragsreihenfolgenbildung und dann 2 Wochen Ruhe, damit jeder sich auf den Landesparteitag vorbereiten kann. Und wir hatten ja eben den Fall, und wir hatten es auch schon auf vergangenen Parteitagen, dass halt wirklich ein Antrag an einer Formulierung, sei es ein Wort, ein Satz, eben abgelehnt werden kann. Und die Idee ist halt einfach, dass der Pirat, der den Antrag stellt, wenn er merkt, Diskussionen läuft in diese Richtung, es geht nur um eine kritische Formulierung, dass er die Versammlung fragen kann und die halt mit entweder einer einfachen oder einer Zweidrittelmehrheit entscheiden kann, ja, du darfst ihn ändern. Und er kommt dann einfach später wieder beim Tagesordnungspunkt Dringlichkeitsanträge, wo dann die geänderten Anträge nochmal erneut vorgestellt mit der Änderung werden können, um dann sie dort zu behandeln. Das ist einfach aufgrund der langen Zeit, die wir haben, 8 bis 6 Wochen, wo halt eben keine Änderungen mehr möglich sind, so eine Art Shortcut, um halt wirklich so einfachste Formulierungen, die vielleicht, weil es heute jemandem auffällt oder morgen so einen ganzen Antrag oder einen ganzen Antragsblock halt eben zum Scheitern verurteilen und es eigentlich an sich Konsens wäre, aber halt die eine Formulierung der Stolperstein wäre. Das ist das Anliegen dieses Satzungsänderungsantrags. Dann kommen jetzt ein Haufen Meinungsbilder. Wer könnte sich denn vorstellen, diesem Antrag zuzustimmen mit der Option, dass die Versammlung mit einfacher Mehrheit darüber abstimmt, ob ein Antrag nochmal geändert werden kann? Oder wer wäre da dagegen? Das ist stark positiv. Wer kann sich denn dasselbe mit einer Zweidrittelmehrheit vorstellen von der Versammlung? Das ist ebenfalls positiv. Gibt es da noch Redebeiträge dazu? Gut, dann okay. Ich plädiere dafür, für die Zweidrittelmehrheit zuzustimmen, weil die Änderung nicht ein geringeres Quorum haben sollte als der eigentliche Antrag selber. Weil sonst erwarte ich wieder der Erfindungsreichtum von Leuten, die es dann ausnutzen, um Anträge nachträglich irgendwie nochmal ein Heck zu geben. Meiner Ansicht nach geht es ja nicht darum, den mit einer einfachen Mehrheit zu beschließen, sondern lediglich ihm die Chance zu geben, ihn noch einmal zu präsentieren. Und dafür müsste eigentlich auch eine einfache Mehrheit ausreichen, selbst beim kontroversen Antrag oder so. Eine Zweidrittelmehrheit würde eher dazu führen, dass jemand vielleicht taktisch dann sagt, naja, das verhindern wir lieber jetzt, weil ich den Antrag gar nicht haben will oder so. Also ich finde, eine einfache Mehrheit muss für so etwas eigentlich ausreichen. Also ich finde schon, dass Anträge gut vorbereitet sein sollten und auch mit einer gewissen Sorgfalt vorbereitet werden sollten. Wenn ich hier Anträge sehe, die noch Rechtsstaatfeder drin haben, dann überlege ich mir, wie gut der vorbereitet wurde. Und ich fände es gut, wenn Anträge auch länger bekannt sind und nicht kritische Formulierungen auf dem Parteitag dann noch spontan eingebaut werden, wo man dann nicht mehr abschätzen kann, was dabei rauskommt. Ich habe noch mehr so eine Verständnisfrage. Heißt es, dass man den Antrag schon abgestimmt hat und danach noch sagen kann, man will eine Kleinigkeit ändern oder würde man sagen, man lässt den Antrag nicht abstimmen und vertagt den quasi? Ja, wir haben ja aktuell den Prozess, dass der Antrag vorgestellt wird, dass ein Meinungsbild eingeholt wird und es dann eine Diskussionsrunde gibt. Und währenddessen, das liegt dann im Betrachter des Antragstellenden Piraten, wenn er halt merkt, dass in dieser Diskussion das kommt. Er kann ja in der Zeit zum Beispiel auch einen Geoantrag auf Rückzug des Antrages stellen oder einen Geoantrag auf Änderung der Tagesordnung oder sowas. Und in dem Fall könnte er in dieser Diskussionsphase auch sagen, hier Versammlung, ich habe einen Geoantrag auf Änderung dieses Antrages. Erlaubt ihr mir, diesen zu ändern? Dann komme ich später im Laufe der Versammlung nochmal wieder. Oder halt die Versammlung erlaubt es ihm halt einfach nicht? Ich könnte den Anträgen, also den zwei Versionen, sehr viel eher zustimmen, wenn das nur für Programmanträge und nicht für Satzungsänderungsanträge gelten würde, weil es, denke ich, sehr problematisch ist, einen rechtlich bindenden Text spontan nochmal zu ändern und dass da eben zum Beispiel, damit mal Juristen drüber gucken können, man da wirklich so eine Vorbereitungszeit auf jeden Fall aufrecht erhält. Insofern würde ich beide ablehnen, aber wenn einer angenommen wird, würde ich auf den Zweidrittel plädieren. Ganz einfach, weil die Diskussion ja bei der ersten Behandlung des Antrags schon stattgefunden hat. Und dann zeichnet sich schon ab, ob denn für die geänderte Version eine Zweidrittelmehrheit zustande kommt. Und wenn nicht mal zwei Drittel für die Änderung stimmen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass der Antrag in der zweiten Behandlung angenommen wird und dann stiehlt das Ganze einfach nur Zeit. Insofern, ich würde beide ablehnen, aber wenn, dann den mit Zweidrittelmehrheit annehmen. Bei dieser ganzen Sache solltet ihr euch bewusst sein, dass wenn ihr das jetzt annehmt, sorgt ihr dafür, dass die ganzen Leute, die Orga hier machen, mehr Arbeit haben. Das heißt, das Protokoll muss diese Änderungen erfassen. Wenn da irgendwas verloren geht, dann haben wir die Scheiße am Dampfen. Ich denke aber mal, das Protokoll wird keine Sachen verlieren, aber prinzipiell ist es ein Problem. Dann, es kostet Zeit zusätzlich und es erzeugt mehr Arbeit und möglicherweise auch noch zusätzliche Konfusionen. Ich persönlich würde eher dazu tendieren, den Antrag abzulehnen und dafür zu sorgen, dass die Leute die Anträge gut vorstellen. Und man kann ja einen Antrag auch später einreichen. Okay, wir haben jetzt vor der Wahl keinen Parteitag mehr, aber wenn wir langfristig denken, haben wir die Möglichkeit, alle anderen Formulierungen nochmal später zu behandeln. Also von daher, ich sage mal eher ablehnen, aber müsst ihr wissen. Ich sehe da etwas sehr Positives, weil wir öfters hier erleben, dass einige Sachen einfach nur aufgrund falscher Worte, Einzelworte vielleicht mal noch überarbeitet werden müssten und das sinnvoll wäre. Aber was mich hier stört, sind zwei Sachen, dass hier nicht steht, dass das nur einmal verschoben werden kann in der Geschäftsordnung, dass das nach der Wortwahl hier kann das immer wieder gemacht werden, wenn es auf den Tagesordnungspunkt kommt. Es ist hier nicht ausgeschlossen. Und die zweite Sache ist, das kann natürlich dazu führen, dass der Antragsteller den Textlaut so stark verändert und wir es nachher nicht mehr die Zeit haben und die Möglichkeit, das Wort wörtlich und inhaltlich zu überprüfen, werden, dass aus einem Antrag, der nur vielleicht mal geringfügig geändert werden sollte, komplett inhaltlich von dem Antragsteller geändert wird, ohne dass wir es überprüfen können. Also ich habe die Piraten bisher so kennengelernt, dass die ein sehr pragmatisches Völkchen sind. Und also der Punkt, mit dem, sobald irgendwie ein Rechtschreibfehler in einem Antrag drin ist, den jetzt als nicht ausreichend vernünftig vorbereitet zu sehen, finde ich ehrlich gesagt schon, man kann auch in Perfektion sterben. Und hier ist jetzt Dringlichkeitsanträge und das ist jetzt ein Rechtschreibfehler. Jetzt würde ich nicht sagen, oh, der Ralf hat jetzt den Antrag aber nicht richtig vorbereitet, sondern kann halt passieren, ist menschlich. Ich finde, wir sollten uns hier ein bisschen darauf fokussieren, wenn ein Antrag kommt und sich wirklich an ganz konkreten Stellen ein Konflikt ergibt, wo Leute sagen, Mist, wenn doch dieses eine Wörtchen oder dieser Satz in einer bestimmten Form umformuliert werden würde, man vereinbart ja dann genau die Änderung, dann kann ich mir vorstellen, dass ich den annehme, dass man sich das Recht rausnimmt, zu sagen, okay, wenn 50 Prozent das für sinnvoll achten, dann lässt man das halt zu. Und in dem Moment, wo man sagt, nee, also auch mit dieser Änderung überhaupt keine Diskussion, dann bekommt, glaube ich, ein schlechter Antrag sowieso nicht die 50 Prozent. Von daher würde ich hier das eher als wirklich eine sehr konstruktive Art und Weise sehen, wie wir hier mit Kleinigkeiten trotzdem noch gute Sachen retten können oder mit kleinen Änderungen gute Sachen retten können und nicht jetzt uns an dieser Perfektion, an den Anspruch selber im Wege stehen und dann wieder gute Sachen vielleicht auf ein halbes Jahr wieder verschieben. Danke. Also ich werbe dafür, den Antrag anzunehmen und würde gerne auf einige der Punkte eingehen, die diejenigen, die noch Schwierigkeiten haben, dem Antrag zuzustimmen, aufgeführt haben. Zum einen, wenn ein Antrag mehrfach während der Versammlung geändert werden sollte. Das funktioniert an der Stelle deswegen nicht, weil ganz klar gesagt wird, der einmal geänderte Antrag wird mit dem Punkt Dringlichkeitsanträge zusammen behandelt. Den gibt es genau einmal auf der Tagesordnung. Das heißt, die Variante, ich baue eine Schleife an und bringe einen Antrag x-mal an einem Parteitag ein, ist dadurch reduziert. Ich bringe ihn genau ein zweites Mal ein. Der nächste Punkt ist, wir sehen sehr häufig, dass gerade Anträge, die frühzeitig gestellt werden, die langfristig bekannt sind, der hier war jetzt auch nicht einer, der erst heute Nacht gekommen ist, trotzdem noch einen Rechtschreibfehler haben, weil eben gerade die Debatte und die Auseinandersetzung damit im Vorfeld eine sehr geringe ist. Tatsächlich trägt der Parteitag immer auch noch ein Stück weit zur Meinungsbildung bei. Die ist eben nicht im Vorfeld des Parteitages abschließend gelaufen. Und gerade dann die Möglichkeit zu haben, auf diese sich auf den Parteitag gebildete Meinung noch eingehen zu können, die Möglichkeit sollten wir uns selber geben. Ich würde mein Statement von vorhin etwas relativieren wollen, weil der Punkt, dass ja hier für Programm- und Satzungsänderungsanträge eine Umformulierung möglich ist, hat mir doch zu denken gegeben. Von daher würde ich sagen, ich bin dafür, dass wir Programm- und Satzungsänderungsanträge ändern können. Weil ich denke zum Beispiel an morgen, da haben wir mehrere VMB-Anträge. Und ich möchte ganz gerne nicht, dass wir die irgendwie alle ablehnen, weil irgendwo noch ein Wort falsch ist. Dann gibt uns bitte die Gelegenheit, auch bei diesen Satzungsänderungsanträgen halt dieses Wort zu korrigieren. Aber mir leuchtet es ein, dass das mit der Zweidrittelmehrheit geschehen sollte. Von daher revidiere ich meine Aussage von vorhin. Ich bin der Meinung, wir sollten das annehmen. Aber die Zweidrittelmehrheit zeigt deutlich, dass der Antrag in der geänderten Form da eine Chance hat, angenommen zu werden. Und dann sparen wir uns auch eben irgendwelche Iterationen über Sachen, die wir nicht eigentlich haben wollen. Danke. Die Redenliste ist jetzt geschlossen. Wer noch etwas sagen möchte, bitte jetzt erkennbar an das Mikrofon. Ja, kein Antrag ist perfekt, auch dieser nicht. Also lassen wir uns annehmen und dann korrigieren. Nee, also Scherz beiseite. Auch der Antrag ist nicht perfekt, aber kein Antrag ist perfekt. Und wir nehmen trotzdem Anträge an. Und ich glaube, diese Versammlung hat auch eine gewisse Intelligenz, um das Trollen mit einer solchen Möglichkeit zu verhindern. Und deswegen bin ich dafür, diese Möglichkeit zu schaffen. Diejenigen, die jetzt nur wegen Rechtschreibfehlern in Programmanträgen so eine Möglichkeit haben wollen, kann ich insofern beruhigen, dass eine Korrektur eines Rechtschreibfehlers eine redaktionelle Änderung ist. Die kann man im Parteiprogramm auch vornehmen, ohne dass das basisdemokratisch abgestimmt wurde. Genauso können wir auch die Schreibweise von Piratenpartei oder Piraten einheitlich machen, ohne dass das nochmal extra abgestimmt werden muss. Abschließende Worte. Ja, ich könnte jetzt sagen, der Rechtschreibfehler war Absicht, um euch zu testen. Das ist leider falsch. Ich habe so viele Programmtexten in letzter Zeit in den Handen gehabt, dass es einfach passiert ist. Und ja, alle, die halt Sicherheitsbedenken haben, ob man jetzt mit dem Satzungsänderungsantrag ändern kann oder einen Programmantrag, deswegen steht er ja in zwei Geschmacksrichtungen da, dass man es mit einer Zweidrittelmehrheit absichern kann. Und dann sind die Leute, die halt keine Satzungsänderungsanträge geändert haben wollen, in der Chance durch ihre ein Drittel Sperrminorität dies zu verhindern. Das ist gar kein Problem an der Stelle. Und auch diesen Antrag auf Änderung darf er auch nur der Antrag stellende Pirat stellen. Zum Beispiel der Basti. Vielleicht hat er den gar nicht gestellt eben. Weil er gesagt, ich will den so, wie es ist, meinen Antrag beschließen lassen. Dann würde dies auch nicht kommen. Dann würde es auch die Antragskommission nicht belasten. Der nächste Punkt ist, auch die Antragskommission wird nicht belastet, nicht übermäßig, weil das an den Tagesordnungspunkt Dringlichkeitsanträge gekoppelt ist. Der sowieso, wie eben auch schon gesagt worden ist, den gibt es einmal in der Tagesordnung und möglichst weit hinten. Also wird morgen zum Beispiel der Fall sein. Und das heißt, man kann keine Endlosschleifen bauen und so weiter und so fort. Und es geht halt wirklich darum, zum Beispiel eben die Geschichte, diesen einen Satz zu streichen. Basti hätte beantragen können, hier, lasst mich diesen Antrag ändern. Ich komme morgen mit dem gestrichenen Satz wieder. Stimmte dem zu. Ja oder nein. Dann dürfte er es erst ändern. Und dann, wenn er wieder zur Verhandlung steht, gelten ja die üblichen Koren, wie Zweidrittelmehrheit für Satzung oder Zweidrittelmehrheit für Programmänderung. Also ihr habt doppelten Boden, um der Schindluder, mit dem man, was man damit betreiben könnte, auf jeden Fall auszuschließen. Und ansonsten habt ihr euer Wort und könnt euch ans Mikro stellen und solche Dinge jederzeit anprangern. Danke. So, dann braucht ihr jetzt erstmal nur die blauen Stimmkarten. Wer wäre denn dafür, dass wir diesen Antrag abstimmen mit einer einfachen Mehrheit innerhalb des Antrages? Wer wäre dafür, wenn wir diesen Antrag mit einer Zweidrittelmehrheit innerhalb des Antrages abstimmen? Wer wäre dafür, dass wir keinen von beiden Anträgen abstimmen? Okay. Dann stimmen wir jetzt darüber ab, ob wir diesen Antrag innerhalb des Antrages mit einer Zweidrittelmehrheit abstimmen. Wer wäre denn für bzw. gegen diesen Antrag? Der Antrag ist angenommen. So, bevor wir zum nächsten Themenfeld kommen, ich übergebe an den Maik und wir machen uns hier mal ein, zwei Minuten, bauen wir ein bisschen um. Es geht gleich weiter. Dann machen wir weiter mit dem PA111 von Joachim Müller. Übernimmt den Antrag jemand? Okay. Da haben wir jemanden, der den übernimmt. Dann einmal kurze Vorstellung. Bitte. Also ich habe den jetzt nur übernommen, bevor ihr ihn einfach verfallen lässt, weil das Ding passt wunderbar halt in unser Konzept Trennung von Staat und Kirchen. Und mit dem Joachim habe ich mich ja auch schon diverse Male auf der Mainlist für dieses Thema gebettelt. Von daher hoffe ich, er stimmt dem Zurechten übernehmen. Ich kenne ihn inhaltlich leider nicht ganz genau, aber es sind Dinge, die auch während wir gegen das Tanzverbot demonstriert haben, immer wieder aufkamen, dass es gab ja diverse Reportagen über das Kirchenarbeitsrecht, dass es ja so eine Sonderform ist und dass dort jetzt auch das erste Mal Streikrecht und so weiter ermöglicht wird. Und dieser Programmpunkt geht einfach auf diese Thematiken ein. Und es stünde uns, glaube ich, ganz gut, dort auch eine Aussage zuzutreffen. Dann das obligatorische Meinungsbild dazu. Wer würde diesen Antrag annehmen? Überwiegend positiv. Wir kommen zur Aussprache. Das haben wir schon. Aufpassen. Ja, wenn ihr da mal ein bisschen runterfahren könnt beim Scrollen. Den untersten Satz, den finde ich ausgesprochen unglücklich. Da steht nämlich dann drin, dass alle sonstigen Sonderregelungen beibehalten werden sollen. Wir haben, glaube ich, schon entschieden, dass die Steuereinzug zum Beispiel des Staates, der Kirchen durch den Staat, dass wir das abschaffen wollen. Das ist sozusagen ein Programm interner Widerspruch. Und ich weiß gar nicht, was es sonst alles für Sonderregelungen gibt und ob ich möchte, dass die beibehalten werden. Das sollten wir nicht mitentscheiden. Das wäre im Grunde schon so ein Fall für den Paragraph, den wir gerade verabschiedet haben, dass man diesen untersten Satz einfach rausschmeißt. Der hat auch unter Arbeits- und Tarifrecht nichts zu suchen. Ja, wenn man den Satz noch mal auf den Beamer bringen könnte. Der Satz selbst heißt ja, Sonderregelungen, die sich nicht explizit auf Arbeits- und Tarifrecht auswirken, sollen beibehalten werden. Aber es ist ja trotzdem in dem Kapitel Modernisierung des Arbeitsrechts. Es ist also schon in dem Kontext des Arbeitsrechts, denke ich, zu sehen. Und wie hat es der Jochen vorhin schon gesagt, nach der Konsolidierung ist vor der Konsolidierung. Wir haben noch mehrere solche Stellen im Programm, wo wir teils interpretierbar, widersprüchlich sind. Noch Wortbeiträge? Ich muss sagen, so ganz glücklich bin ich mit dem Antrag nicht. Kirchen als religiöse Gruppierung haben doch schon ein bisschen Eigenheiten. Wo ich ein Problem drin sehe, ist dort, wo sie normale Funktionen übernehmen, die eigentlich die öffentliche Hand übernehmen sollte. Zum Beispiel Kinderbetreuung. Das ist ja ein großes Gebiet, wo Kirchen tatsächlich bezahlt dafür auch werden, dass sie Funktionen übernehmen. So etwas gehört aber eigentlich, der hat geregelt, dass da Kirchen nicht mehr notwendig sind, um das zu machen, sondern dass das außerhalb der Kirchen zur Verfügung gestellt wird. Innerhalb der Kirchen sehe ich das eigentlich eher so, dass dort ist ein Bereich, eine Gruppe, die in sich so ein bisschen geschützt werden sollte. Und dort, wo ausschließlich kirchliche Belange betroffen sind, sollte auch entsprechend Sonderregelung möglich sein, auch bei den Arbeitnehmern. Ja, ich möchte auch noch mal auf den letzten Satz eingehen. Also, du hast jetzt gesagt, weil das im Kapitel Arbeitsrecht steht und Soziales, ist klar, dass es nur ums Arbeitsrecht geht. Aber im letzten Satz steht ja unglücklicherweise Regelungen, die sich nicht explizit auf Arbeits- und Tarifrecht beziehen sollen, nicht angetastet werden. Das finde ich leicht problematisch, also nicht nur leicht, also irgendwie, finde ich, beißt sich das da einfach und ich finde den Satz an der Stelle total überflüssig, gerade wenn es im Zusammenhang klar ist, dass es ja nur um Arbeits- und Tarifrecht geht. Also irgendwie beißt sich das aus meiner Sicht. Und ein zweites zu dem, was der Lothar gerade gesagt hat. Im Grunde genommen sehe ich das auch so, aber das Schreiben, wir haben ja unten den Satz für eine Ausnahme, wenn es um Leute, die religiöse Verkündigungsaufgaben und so wahrnehmen geht. Und alles andere, das sind Kindergärten, das sind Krankenhäuser und solche Sachen, also solange religiöse Körperschaften das machen, sollen sie sich an die Regeln halten wie jeder andere, der sowas betreibt. Also an der Stelle möchte ich den Antrag nochmal verteidigen. Für mich ist der Antrag, sagen wir mal, sehr überkonkret, hangelt sich an teilweise bestehenden gesetzlichen Regelungen lang. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum man nicht abstrakt sich mit dem Begriff des Tendenzbetriebes auseinandergesetzt hat. Dann hätte man theoretisch auch nochmal gleich Gewerkschaften mit erwischen können, die eben halt auch als Arbeitgeber ähnliche Probleme haben wie Kirchen, wenn man sich das anschaut und letztendlich eine Präzisierung der Sonderrechte für Tendenzbetriebe fordern können. Sozusagen eine Beschränkung dort, wo es wirklich absolute Kernbereiche ihrer Sonderstellung betrifft und eben halt nicht wirtschaftliche Betätigung beispielsweise. Also in der Form würde ich den Antrag ablehnen. Ja, ich finde dieser letzte Satz mag interpretierbar sein. Aus dem Gesamtkontext geht es, denke ich, trotzdem hervor. Was Lothar meinte zum Thema, das ist nicht nur, dass Kindergärten und so weiter von Kirchen betrieben werden, weil der Staat dazu nicht in der Lage ist oder noch nicht in der Lage ist. Es geht dabei auch um Wahlfreiheit. Das würde ich zum Beispiel bei Kinderbetreuung bejahen. Das ist eine bewusste Entscheidung. Wenn ich allerdings einen Unfall habe und ins nächste Krankenhaus komme, würde ich das verneinen. Also da ist die Wahlfreiheit, zumindest mal beim Unfall ist sie eingeschränkt. Das ist aber, glaube ich, nicht das Thema. Wichtig ist, dass wir hier einen wichtigen Baustein haben zum Thema eben der kruden Situation, dass die Kirchen ihre Arbeitsverträge und all das alleine machen können. Da sollten wir auf jeden Fall schon mal was zu beschließen. Und ja, ich würde es auch trotz des letzten Satzes so sehen, dass das hier ein guter Antrag ist und dass man ihn annehmen sollte. Okay, haben wir noch Wortbeiträge? Das sieht nicht so aus. Dann, Ralf, darfst du noch ein Abschlussstatement bringen? Ja, da ich ja nur der Proxy bin, kann ich ja nicht viel dazu sagen. Und nehmt ihn an, so wie er da ist oder lehnt ihn halt ab, wenn es euch nicht so passt, wie es dort ist. Dann kommen wir zur Abstimmung. Einmal bitte die Karten hoch, wer dafür und dagegen ist. Blau ist immer noch dafür, rot dagegen. Der Antrag ist angenommen. Wir kommen zum Antrag 107, André Hoffmann. So, das Spiel ist ähnlich wie vorhin. Wir haben zum Thema Leiharbeit schon bereits einen Punkt bei uns im Programm. Der ist allerdings sehr speziell. Der sagt einfach nur aus, dass Arbeitslosengeld-2-Bezieher Leiharbeit ablehnen können, wenn eben bestimmte Bedingungen nicht getroffen sind. Ich möchte diesen Programmpunkt erweitern, einfach ein bisschen mehr generalisieren, dass wir Leiharbeit an sich zum Ausgleich von kurzzeitigen Spitzen bei irgendwelchen Firmen durchaus anerkennen. Das aber natürlich, dass nicht für Dumpinglöhne missbraucht werden soll oder gegen Arbeitsstreikmaßnahmen. Dass die Rahmenbedingungen für Leiharbeiter genauso gleich sein müssen wie bei normalen Mitarbeitern. Auch, dass das Gehalt gleich sein muss, das Einkommen, was bezahlt wird für die Leiharbeiter, unabhängig davon, ob diese Leiharbeiter aus dem Inland oder Ausland kommen. Die Problematik haben wir ja aktuell gesehen bei Amazon in Bad Hersfeld, wo ausländische Leiharbeiter herangekarrt wurden, sind ja eben für Dumpinglöhne beschäftigt worden. Und das kann nicht sein. Die müssen genauso bezahlt werden wie alle dann auch. Dazu kommt, dass die Leiharbeiter vollumfänglich als Arbeitnehmer im Sinne des Betriebsverfassungsgesetzes anerkannt werden sollen in der Firma, die sie leihen an, beziehungsweise an diese verliehen werden, dass in verleihfreien Zeiten diese Leiharbeiter von den Leiharbeitsfirmen eine Bezahlung bekommen, die jenseits der Armutsgrenze ist. Und dann eben diesen Satz, den wir vorher hatten, der beendet quasi dieses Programmkapitel, dass eben ALG-2-Bezieher, die Leiharbeitsfirmen zugeführt würden, können das ablehnen können, wenn eben diese Bedingungen alle nicht erfüllt werden und es dafür keine Sanktionen geben darf. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr jetzt fragen. Wir machen erst mal das mit dem Meinungsbild. Achso. Das heißt also, alle, die dafür sind, ne? Tja, das ist überwiegend positiv. Dann dürft ihr zum Mikrofon laufen und eure Wortbeiträge und Verständnisfragen stellen. Ich habe eine Verständnisfrage dazu. Da steht, man darf ablehnen, wenn alle dieser Punkte nicht erfüllt sind. Ich nehme an, gemeint ist das, wenn nicht alle Punkte erfüllt sind. Also wenn mindestens einer verletzt ist, das man dann ablehnen kann. Verstehe ich das richtig so? Ja gut, insofern diese Rahmenbedingungen eben nicht allesamt geleistet sind. Also wenn schon ein Rahmenbedingungspunkt nicht geleistet ist, kann es abgelehnt werden. Also alle Rahmenbedingungen müssen erfüllt werden, ansonsten kann man es ablehnen ohne Sanktionen. Das ist gut, so will ich das verstehen. Ja, du hast ja schon erwähnt, dass der Antrag, den alten Antrag aus dem Aker Soziales ersetzen soll, der war sehr speziell, das ist richtig, in Bezug auf die ALG II Empfänger. Allerdings dieser Ansatz fehlt mir jetzt in dem Antrag. Nein, im letzten Absatz ist genau der Text quasi wieder drinnen. Du hast, der alte Text war, warte, die Piratpartei Hessen setzt sich dafür ein, ist Empfänger von Entgeltersatzleistungen, die zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt-Leiharbeitsfirmen zugeführt werden, für gleich Tätigkeiten, die gleiche Entliederung erhalten wie ein Festangestellter in jeweiligen Betrieben. Ist das bei einer Leiharbeitsfirma nicht der Fall, dürfen bei Ablehnungen durch den Arbeitssuchenden keine Sanktionen von den Jobcentern, Optionskommunen angedroht oder verhängt werden. Das mit dem gleichen Geld ist weiter oben drinnen. Und der letzte Absatz von mir ist, Empfänger von Entgeltersatzleistungen, die zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt-Leiharbeitsfirmen zugeführt werden sollen, dürfen diese Zuführung ablehnen. Insofern alle genannten Rahmenbedingungen nicht gewährleistet sind, also alle, die oben drüber sind. Durch die Ablehnung dürfen Jobcentern beziehungsweise Optionskommunen den Arbeitssuchenden gegenüber keine Sanktionen androhen oder verhängen. Ja, da muss ich zu meiner Schande gestehen, den Absatz habe ich irgendwie nicht gefunden. Aber unter dem Aspekt ist das natürlich ein schöner Antrag. Danke. So, also ich finde den Antrag an sich auch sehr gut. Weiß aber nicht, warum jetzt da Leiharbeitsfirma steht. Ich denke mal, das kann man eigentlich auch auf alle anderen Firmen ausdehnen. Das heißt, eine normale Firma kann ja einen, also egal ob er jetzt von Hartz-IV-Seite kommt oder normal, kann auch unterschiedlich bezahlt werden. Ja, ich sage mal, ich würde das Ganze ein bisschen ausdehnen, also dass ich es nicht nur auf Leiharbeitsfirmen begrenze, sondern allgemein, dass es allgemein formuliert wird. Ja gut, du hast ja im Endeffekt die Firmen, die diese Leiharbeiter übernehmen, das sind ja die Betroffenen, die müssen ja entsprechend die Gehälter zahlen, die genauso hoch sein müssen wie eben von den normalen Mitarbeitern. Also es bezieht sich ja nicht auf die Leiharbeitsfirmen selber, sondern auf die Firmen, die eben Leiharbeiten in Anspruch nehmen. Ich würde vorschlagen, von der neu geschaffenen Änderungsmöglichkeit Gebrauch zu machen, weil in der Tat steht da drin, das steht so drin, dass wenn man es so interpretiert, wie es da drin steht, erst abgelehnt, sanktionslos abgelehnt werden darf, wenn alle Bedingungen nicht erfüllt sind und nicht, wenn eine von denen verletzt ist. Deswegen würde ich vorschlagen, diese Formulierungsungenauigkeit noch zu korrigieren mit der Möglichkeit, die wir vor kurzem genau dafür geschaffen haben. Also hier steht, insofern alle genannten Rahmenbedingungen nicht gewährleistet sind. Genau, insofern alle nicht gewährleistet sind, also insofern alle gleichzeitig nicht gewährleistet sind, dann und nur dann darf abgelehnt werden. Richtig wäre, insofern nicht alle gewährleistet sind. Ich weiß, es ist blöd, aber es tut nicht weh, das zu ändern, denke ich. Und das macht den Antrag deutlich besser. Also wir können das gerne machen. Mein Verständnis ist sowohl jetzt als auch bei der Änderung genau das Gleiche. Was ich gerne zu bedenken hätte, dass jetzt mittlerweile Level 2 ist, ist wohl nicht, dass die Leute bei der Leiharbeitsfirma weiterverliehen werden, sondern bei ganz normalen Firmen angestellt sind, die eigentlich nicht als Leiharbeiter auftreten und dann über einen Werksvertrag weiterverliehen werden. Das ist ein Umkehren der offiziellen Leiharbeitsfirma und das sollte man in Zukunft auch irgendwie mit einbauen und auch bedenken, sodass es nicht untergeht, das sind die Werksverträgen. Kann da natürlich entsprechend irgendwann ergänzt werden, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen wollen. Ich würde hier mal ein Geohr drauf, Einholung eines Meinungsbildes stellen. Und zwar würde ich gerne wissen, wer sich für eine Änderung dieses Satzes, wie vom Jan vorgeschlagen, aussprechen würde, um diesen Antrag annehmen zu können. Das interpretierst du selber, oder? Ja, das ist so die Hälfte von denen, die mitmachen irgendwie. Okay. Wie läuft das jetzt mit diesem neuen Satzungsantrag an? Kann ich ihn jetzt Abstimmung stellen? Wenn er abgelehnt wird, kann ich ihn ändern? Und dann wird er später nochmal gestellt? Oder wie soll das ablaufen, Ralf? Vor der Abstimmung. Also, das gibt es ja in anderen Landesverbänden auch, diese Passung. Das heißt also, du könntest dich jetzt kurz mal zurückziehen, würdest dich wieder bei mir melden, wenn du fertig bist und wir würden danach die Änderung genau zeigen, sodass die Versammlung das dann wüsste. Dann machen wir das erstmal so. Warte mal kurz, stopp, warte, warte, Moment. Wir machen nochmal den Satzungsänderungsantrag auf und schauen uns den an. So. Dann nochmal ein bisschen runter, Moment. Ich will jetzt aber nicht, ich will ja nicht viel Zeit, glaube ich, wir sind gut in der Zeit, wir haben nur Anträge. Ich sage jetzt einfach, ich nehme diesen Antrag jetzt so weit zurück, dass ich ihn jetzt ändere und dann später nochmal stelle. Also, es geht jetzt um Folgendes. Was wir beschlossen haben ist, können wir der GO-Antrag, die Änderbarkeit Ihres Antrags, nach Vorstellung Ihres Antrags, du musst jetzt diesen GO-Antrag stellen, darum geht es mir. Gut. Und dann müssen wir das, wir haben das mit zwei Drittel Mehrheit angenommen, oder? Wir müssen einen GO-Antrag stellen, dann müssen wir die Versammlung darüber abstimmen mit der entsprechenden Mehrheit. Was haben wir denn angenommen, die zwei Drittel Mehrheit, oder? Dann kann das Ganze ändern und das kommt dann später bei dringend. Genau. Wir brauchen das Protokoll. Kann uns das Protokoll mal bitte sagen, ob der Antrag mit einfacher oder zwei Drittel Mehrheit angenommen worden ist? Zwei Drittel. Dankeschön, das wäre schon mal was. Das heißt also, ich nehme an, der Antragsteller stellt jetzt den GO-Antrag und die Versammlung müsste jetzt einmal dann abstimmen, ob er seinen Antrag ändern darf oder nicht. Gut, dann stelle ich also den GO-Antrag, dass ich meinen Antrag entsprechend, wie gesagt, umstellen kann mit diesem einen Satz, mit diesem Nicht, was dann verschoben wird und ihn später als Dringlichkeitsantrag wieder einbringe. Genau so. Das heißt also, wir haben während eines laufenden GO-Antrags keinen GO-Antrag? Ja. Alternativantrag? Nee, das ist ja das Problem. So wie ich das verstanden habe, haben wir diesen GO-Antrag doch noch gar nicht in unserer Geschäftsordnung. Das bedeutet, wir müssten doch jetzt erstmal die Geschäftsordnung ändern und diesen GO-Antrag aufnehmen. Im Zweifelsfall schlägt die Satzung die GO. Ja, die Satzung überschreibt GO, also von daher geht das... Ist doch Satzung, oder? Scroll mal nach unten, bitte. Kann ich dir mal... Nach oben. Wenn das Satzung ist, dann brauchen wir dafür keinen GO-Eintrag. Das ist trotzdem, wenn die GO schreiben, dann ist es keine Verwirrung für... Formell hat er recht. Nein. Also die Satzung verweist jetzt in dieser Form genau auf diesen GO-Antrag, der noch nicht existiert. Ich hätte folgenden Vorschlag, dass wir jetzt die Versammlung für circa fünf Minuten unterbrechen. In der Zeit schreiben wir den GO-Antrag, den reicht dann die Versammlungsleitung ein und dann ändern wir die GO und dann machen wir das so. Gut, dann unterbreche ich die Versammlung für die Zeit, die wir brauchen, um diesen GO-Antrag zu schreiben. Für eine Zigarette wird es reichen. So, nochmal was zum Thema Kaffee. Wir haben inzwischen neun Pakete Kaffee. Das langt. Bitte keinen Kaffee mehr mitbringen. Da ich die ganze Zeit gefragt werde. Drei Kannen. Mindestens in einer ist immer Kaffee. Also einfach nur Kaffee nehmen, sich zurücklehnen und nicht denken, oh, es ist eine Kanne leer, ich komme wieder. So. Das geht jetzt weiter. Ich setze die Versammlung fort. Gong, bitte. Okay, weiß nicht. Ja, ist egal, geht es halt weiter. So. Wir haben den GO-Antrag Nummer sechs. Wir haben die Versammlung kurz unterbrochen. Das heißt nicht, dass die Leute eigentlich rausgehen müssen. Ja, also Pech gehabt. Also wir haben den GO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Warte mal kurz. Ich glaube, du hast mich noch nicht als VL-Helfer benannt. Ich habe ein Team, das muss ich noch nicht machen. Okay, gut, wie du meinst. Christian, wenn du wieder beim Ton oben bist, kannst du den Banner wieder hochziehen, der hängt gerade einseitig runter. Wenn du das nächste Mal wieder oben bist. Also, wir haben den GO-Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung mit der Nummer sechs. Ich lese den Antrag vor. Die Geschäftsordnung wird um einen Geschäftsordnungsantrag Änderbarkeit eines Antrags nach § 15 Absatz 5 der Satzung erweitert. Gibt es dazu Gegenreden? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Damit ist der Antrag angenommen. Gut, dann behandeln wir jetzt diesen GO-Antrag auf Änderbarkeit eines Antrags. Der Antrag braucht eine Zweidrittelmehrheit. Wer ist dafür, respektive dagegen? Der GO-Antrag auf Änderbarkeit des Antrags ist angenommen. Gut, dann kommen wir jetzt zur PA 115, oder? Hast du den schon geändert, André? Das kommt jetzt später. Ich ändere ihn jetzt schnell. Das ist ja nur, dass du nicht drei Worte nach vorne stellen. Ich wollte nur wissen, ich wollte nur wissen, ich wollte nur wissen, ich werde das später machen. Okay, alles klar. Ja, dann würden wir weitermachen mit dem 115, und zwar A bis E. Der erste, der 115, ist ein Block-Antrag. Christian Fleißner darf den vorstellen, wenn er denn dann da ist. Ansonsten dürfte ich ihn reinholen, oder wie auch immer, und es darf auch jemand den Antrag übernehmen. Aber wir möchten gerne weitermachen. Das heißt also, es wäre schon schön. Christian Fleißner. So, ja, Entschuldigung, schon wieder zu viele Baustellen irgendwie. Also, das ist der Block-Antrag der Vision des Kapitels Sozialpolitik, ist der diesmalige Beitrag des AK Soziales. Wir beide vertreten den jetzt hier, Michael und ich. Diesmal ein sehr knapper Beitrag zur Programmentwicklung. Wir hatten ursprünglich vor, den umfangreicher zu machen. Das sieht man jetzt noch. Entschuldige mal bitte. Es wäre ganz lieb, wenn ihr eure Gespräche etwas drosseln könntet. Ich verstehe mein eigenes Wort hier oben nicht. Dankeschön. Ja, also ein relativ knapper. Wir hatten das eigentlich umfangreicher vor diesmal. Aus verschiedenen Gründen ist es nicht umfangreicher geworden. Wir haben aber angefangen bei der Überarbeitung, bei dem Stellen eines neuen Antrages damit, unser beim letzten Mal entwickeltes Programmkapitel auch etwas umzustrukturieren. Das ist eigentlich etwas, was im Nachhinein auch in den Block-Antrag Programmkonsolidierung gehört hätte. Das ist ein wesentlicher Anteil dieses Block-Antrages mit den ganzen Unteranträgen. Das sind so Umbaumaßnahmen mit anderen Überschriften und letztlich dem Ziel, das Kapitel noch weiter zu straffen. Und sagen wir mal, das neue Hinzubringen von Punkten, dass das künftig nicht dazu führt, dass das noch wesentlich umfangreicher wird, das Kapitel. Und wir haben gleichzeitig im zweiten Zug drei neue Inhalte mit reingebracht. Die wird jetzt der Michael kurz vorstellen. Es gibt die Möglichkeit, das Ganze als Block-Antrag einmal durchzuwinken oder das Paket aufzuschnüren. und die Konsolidierung von den drei Inhaltsanträgen zu trennen. Danke. Ja, wie Christian gesagt hat, es sind vier neue Anträge. Wenn man die vielleicht auf den Beamer mal bringen könnte. Das ist im unteren Bereich. Ansonsten fange ich einfach an. Also es geht im ersten Zusatzantrag um prekäre Arbeitsverhältnisse. Vor zwei Wochen habe ich in der Zeitung gelesen, einen Artikel, dass Firmen schon so geringe Gehälter zahlen mit dem Argument, das kann ja dann über ALG II aufgestockt werden. Das kann es ja nicht sein. Also wir sprechen uns in jedem Fall gegen solche prekären Arbeitsverhältnisse, Minijobs und Werkverträge, befristete Arbeitsverhältnisse und alles, was so seltsames läuft, aus. Das ist der erste Teil der zusätzlichen Anträge. Im zweiten Punkt geht es um Mietverhältnisse. Da gibt es eine Empfehlung des Europarates, dass jeder Mensch in Europa eine menschenwürdige Wohnung haben sollte. Das mit den Mietspiegeln und Mietobergrenzen, die von den Jobcentern gefordert werden, ist das nicht mehr möglich. Also es steht auch im Zusammenhang mit dem sozialen Wohnungsbau, der ziemlich am Boden liegt. Der zweite Antrag soll verhindern, dass Menschen in Ghettos abgeschoben werden, in absolut unmögliche Wohnungen. Und wie gesagt, das soll verhindert werden. Der dritte Teil ist, momentan sind die Stromkosten nicht Bestandteil der Kosten der Unterkunft. Das führt dazu, dass im Zusammenhang mit den Mietobergrenzen, also es passiert, dass der Regelsatz in Anspruch genommen wird, um die Miete zu zahlen, einen Teil der Miete zu zahlen. Das führt dazu, dass nur ein geringfügiger Betrag noch zur Verfügung steht zum Leben. Und da wird mitunter dann mal die Stromrechnung eben nicht bezahlt. Es passiert dann, dass Stromsperren verhängt werden und das teilweise mit dramatischen Folgen. Das heißt, es gab jetzt in der Vergangenheit zwei Fälle, wo Häuser abgebrannt sind, weil mit Kerzen beleuchtet wurden. Ja, und der vierte Teil ist, dass wir uns für eine Qualifizierung der Jobs und der Mitarbeiter einsetzen, die auf dem gleichen Niveau ist. Durch die Zweiteilung in Optionskommunen und sogenannte gemeinsame Einrichtungen passiert es, dass das Ausführungsniveau der Mitarbeiter sehr unterschiedlich ist. Und wir wollen also, dass es in ganz Deutschland eine einheitliche Qualifikation der Mitarbeiter gibt, was zu einer rechtskonformen Umsetzung der Sozialgesetzbücher und der Gesetze schlechthin führt. Ja, also dann erwarte ich die Fragen. Das sind in Kurzfassung halt die vier Anträge gewesen. Ja, das ist gut. Ich habe auch gleich eine Frage und zwar zu dem 115e und speziell dem Absatz mit den Stromkosten. Verstehe ich das richtig, wenn die als Kosten der Unterkunft betrachtet werden? Nein, die Frageliste ist noch nicht eröffnet. Entschuldigung. Du kannst deine Frage aber sicherlich gleich stellen. Hattest du deine Anträge alle vorgestellt? Ja, das sind die vier. Gut, dann kommen wir jetzt erstmal zu den Meinungsbildern. Wir haben den Blockantrag PA 115. Dann das Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, diesem Antrag zuzustimmen? Ja, nein, stimmen. Ich stelle fest, das geht leicht positiv mit sehr geringer Beteiligung aus. Dann fragen wir jetzt vier einzelnen Module ab. PA 115. Okay, ja, das lassen wir dann bleiben. Genau. Dann eröffne ich die Liste von Fragen. Dann jetzt bitte deine Frage. Ja, also es geht um den 115e und da den Teil mit den Stromkosten. Wenn die als Kosten der Unterkunft betrachtet werden, verstehe ich das richtig, dass ein Empfänger dieser Leistungen, der weniger Strom verbraucht als diesen Satz, von der Ersparnis keinen Cent behalten und für was anderes ausgeben darf? Das ist richtig. Es soll verhindert werden, also es ist einfacher, den Regelsatz zu kürzen, als die Kosten der Unterkunft. Das heißt, es ist gewährleistet, dass die Unterkunft erhalten bleibt. Das ist auch ein wesentlicher Punkt dabei. Könnte ich mal den 115d auf den Beamer bekommen? Damit man mal den genau liest. Ja, schaut euch mal an, was da drin steht. Da geht es um Prostituierte. Und es wird ein neues Unterkapitel aufgemacht, Umgang mit gesellschaftlichen Randgruppen. Das gefällt mir eigentlich gar nicht, die Formulierung. Wir wollen ja genau das Gegenteil erreichen, nämlich Prostitution zur Normalität erklären und dort nicht ein Kapitel mit Randgruppen aufmachen. Sonst können wir nämlich da gleich noch die Frauen, die Behinderten, die Rentner und sonst was einsortieren. Also wir als Piraten wollen doch eigentlich, dass wir Randgruppen gar nicht mehr haben. Deswegen ist der abzulehnen aus meiner Sicht. War das eine Frage? Die Frage kann man den komplett rausstreichen und wir nur über den Rest abstimmen. Danke. Ja, man kann den, also ich nehme dazu mal Stellung. Darf ich das? Ja, das war eine Frage an dich. Du darfst die Frage beantworten. Okay. Ja, rausnehmen kann man ihn natürlich. Dann wird der Blockantrag jetzt, also wenn der Blockantrag abgelehnt wird, werden ja die Einzelanträge abgestimmt. Ich gestehe, dass man das irgendwie unterschiedlich lesen kann mit den Randgruppen. Gemeint ist es natürlich als Umgang mit Gruppen, die von der Gesellschaft in der Regel als Randgruppen zunächst mal stigmatisiert werden. Und das Ziel, dass wir das nicht gutheißen, das teilen wir und ich glaube, das ist ja auch ansonsten in unserem Programmtexten offensichtlich. So, dann der nächste Redebeitrag bzw. Frage. Eine Frage bzw. Anmerkung zu dem Kapitel mit dem Strom, das ist Kapitel 115e. Da finde ich es durchaus problematisch, den Leuten eine feste Strommenge zuzuteilen, anstatt einem bestimmten Betrag, weil ich denke, dass Energiesparen durchaus was ist, was auch in der Aufgabe der gesamten Gesellschaft ist, den Leuten mehr oder weniger Strom zu geben, unabhängig von der Kostenentwicklung oder unabhängig darauf zu achten, dass sie Strom sparen, nicht sehr zielführend. Also da sollte man sich vielleicht eine andere Möglichkeit überlegen, den Strom zur Verfügung zu stellen. Also das verstehe ich. Was ist die Frage jetzt genau? Wir haben ja eine feste Kilowattstundeneinheit reingeschrieben. Ja, es ist so, das Problem ist, normalerweise nimmt man den günstigsten Anbieter. Das Problem ist nur, dass einige Leute, die in den Verhältnissen leben, vielleicht einen Schufa-Antrag haben oder sowas, dann kommen sie nicht an den günstigsten Anbieter ran. Ich stimme aber zu, man sollte auf jeden Fall auch auf Strom sparen Wert legen und deshalb haben wir ja die Summe x Kilowattstunden im Monat reingeschrieben. Also wenn jemand mehr verbraucht, dann zahlt er auch mehr. Okay, das ging da nicht so raus. Also wenn man drüber geht, das ist dann im Endeffekt dann was, was von dem Zeitpunkt geht. Entschuldigung, wenn du eine Rückfrage stellen musst, musst du dich ans Ende der Rednerliste, an der Fragestelle wieder anstellen, beziehungsweise, also sei denn, hast du einen Wortbeitrag oder eine Frage? Das war jetzt direkt eine Nachfrage, weil ich seine Antwort nicht ganz verstanden habe. Ja, also es gibt eine feste Kilowattstunden, ein Kontingent an Kilowattstunden, das ist fest. Und wenn darüber verbraucht wird, wird halt der Betreffende bezahlen müssen dafür. Okay, danke. So, dann jetzt keine Frage, sondern ein Statement dazu. Ja, danke. Also ich verstehe die Intention und dass man diesen Bestandteil nicht kürzen kann. Wenn man möchte, dass Leistungen schwerer zu kürzen sind, würde ich sie aber nicht in die Kosten der Unterkunft reinschreiben. Und ich finde es gerade als Signal total blöd. Und das hat so ein bisschen was von der Geschichte, wir geben euch lieber Wertmarken für irgendwas als Bargeld, dass wir einfach eine Zuteilung x haben. Und von dem Verbrauch weniger als x, wenn da jemand also noch sparsamer ist und es schafft, weniger zu verbrauchen, dann darf der sich davon nichts anderes kaufen, dann kriegt der einfach weniger Geld vom Amt. Und das finde ich total blödsinnig, weil wir die Kreativität und die Mühe, die Leute da reinstecken, irgendwie sparsam zu sein, vielleicht auch, weil sie sich was anderes leisten wollen, eigentlich sinnvollerweise belohnen sollten. Und diese Anrechnerei, ihr kriegt weniger Geld, wenn ihr weniger verbraucht, die halte ich für total unsinnig. Deswegen möchte ich das Modul einfach aus dem Grund ablehnen. Ja, es ist sinnvoll, die Stromkosten in die Kosten der Unterkunft zu integrieren, weil, wie gesagt, sie sind schwerer zu kürzen. Jetzt sieht es so aus, dass die Stromkosten aus dem Regelsatz, also von den 382 Euro bezahlt werden müssen. Du bist sehr schnell auf 10, 30 oder 60 Cent Kürzung, dann sind aber noch nicht die Kosten der Unterkunft betroffen. Das heißt, im Extremfall, der Regelsatz wird um 60 Prozent gekürzt, dann hast du vielleicht noch, lass mich ausrechnen, dann hast du noch zur Verfügung etwa 180 Euro. Die Gefahr, dass die Stromrechnung nicht bezahlt wird, ist dann wesentlich höher. Und dann passieren solche Sachen, wie jetzt zweimal in Deutschland schon passiert, Stromsperren, es wird mit Licht erleuchtet und die Häuser sind abgebrannt und es gab insgesamt acht Tote. Auch noch wieder zum Strom. Zum einen, du hast gemeint, man kommt nicht an die günstigsten Tarife ran, wenn man unter unseren Schufa-Einträgen hat, das kenne ich aus kommunaler Ebene, dass das so gelöst worden ist, dass dann halt direkt im Namen desjenigen, vom Amt mehr oder weniger der günstigste Stromtarif dann bezahlt worden ist und das wäre eigentlich der Punkt dazu. Ja, du landest in der Regel beim Grundversorger, also der ist aber nicht der Billigste. Also der Grundversorger muss Grundversorgen, auf jeden Fall, auch wenn die Rechnung nicht bezahlt wird, obwohl, dann kommt auch irgendwann der Punkt, nach der zweiten Mahnung, da wird der Strom abgestellt. Noch mal zum gleichen Thema, ich möchte betonen, das ist eigentlich keine Frage, sondern ein Statement. Also, wenn man den Grundversorger jeder kriegt, dann muss zur Bestimmung der Bedarfssätze natürlich damit gerechnet werden, was es beim Grundversorger kostet. Ich verstehe nur die Haltung nicht zu sagen, es ist schwerer zu kürzen, wir wollen ein allgemeines Sanktionsmoratorium, denn ansonsten könnte man die Lebensmittel und was man sonst so braucht, auch in die Kosten der Unterkunft reinstecken, weil dann ist es schwerer zu kürzen und wir verhindern, dass Leute sich das nicht mehr leisten können. Ich halte es einfach systematisch für falsch, zu sagen, weil wir wollen, dass etwas schwerer zu kürzen ist, sorgen wir dafür, dass Leute das pauschal bekommen und nicht die Wahl haben, davon weniger zu verbrauchen und sich was anderes davon zu kaufen. Also das hat halt was von dieser Wertmarkenmentalität, dass wir sagen, okay, für Strom dürft ihr es ausgeben, aber wenn ihr weniger braucht, nicht für was anderes. Also ich finde diese Wirkung echt fatal. Wir haben hier noch einen kurzen Hinweis. Wir machen das jetzt so, dass die Statements bilden eine Warteschlange, die sich an der Seite des Raums entlang begibt. Die Fragesteller bilden eine Schlange, die quasi an der Bühne hier langläuft, damit wir das unterscheiden können anhand der Schlange, wo er ansteht. So geht das nicht? Wegen dem Kamerawinkel wahrscheinlich. Okay, da müssen wir uns noch eine andere Lösung für überlegen, aber wir hätten gerne quasi zwei verschiedene Schlangen. Genau, wie Ralf das gerade zeigt. Also vor dem Protokoll sind Fragen, hinter dem Protokoll sind Statements. Geht das? Kann man es auf einigen? Sehr gut, danke. Ja, dann die Frage bitte. Die drei Anträge 115a, 115b und 115c finde ich jetzt irgendwie unproblematisch, was ich nur nicht ganz verstehe. Wir hatten ja jetzt schon eine, das geht ja im Prinzip um eine andere Gliederung des bestehenden Textes. Wir hatten doch jetzt gerade so einen wunderschönen Gesamtkonsolidierungsantrag. Warum ist das jetzt da nochmal extra und nicht einfach da mit erledigt worden, wenn es nur um eine Rückgliederung geht? Das ist sozusagen ein Bug des Herstellungsprozesses. Wir hatten ursprünglich vor, die Umstrukturierung des Kapitels mit verschiedenen Erweiterungsunterkapiteln zu verbinden. Und die Struktur, wie sie jetzt ist, ist eine, die eigentlich erst Sinn macht, wenn man sie künftig mehr füllt. Sie ist daraufhin auch gebaut und wird auch künftig dann noch irgendwie entsprechend genutzt werden. Diese Füllung ist aber dann zum Teil aus verschiedenen Gründen nicht passiert. Und dadurch ist jetzt ein hohes Gewicht des gesamten Blockantrags auf der Konsolidierung. Im Nachhinein hätte ich das auch in den Konsolidierungsblock mit übernommen. Aber ja, es war dann einmal hier, es wäre sehr viel Umbauarbeit gewesen. Dann habe ich gedacht, komm, das kann man jetzt so machen. Gut, danke. Ja, vielleicht geht es ja nur mir so, aber ich fand diese Energiespar-Diskussion gerade eben etwas skurril, weil wenn ich mir vorstellen müsste, von einem Hartz-IV-Satz zu leben und irgendwie Energie zu sparen, soll ich dann einfach im Winter nicht heizen oder den Kühlschrank auslassen oder solche Dinge, weil du hast gar keine Chance, richtig viel Energie zu sparen, dass du mehr Kohle kriegst, weil du müsstest entweder LED-Lampen anschaffen, neue elektronische Geräte und so weiter. Wenn man sieht, letzte Woche das Urteil des Kasseler Sozialgerichtes, dass eine Mutter erstreiten musste, dass ihr größer werdendes Kind bitte ein Jugendbett bekommt und nicht mehr im Gitterbettchen mit zwölf Jahren sitzt, also sorry, das geht irgendwie ein bisschen zu weit. So, damit ist die Rednerliste erschöpft. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung des PA 115, wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Hoch, hopp mal, ein bisschen mehr. Moment, das ist eine Verfahrensfrage, aber ja, das machen wir so. Also, nochmal die Stimmkarten hoch, wer ist dafür respektive dagegen? So, ich stelle fest, dass dieser Antrag abgelehnt wurde, damit stimmen wir jetzt die Module ab. Genau, dann könnt ihr das weiterschalten, PA 115a. PA 115a, wir stimmen über den Antrag ab, wer ist dafür respektive dagegen? Ja, das ist klar angenommen, dann stelle ich fest, dass der PA 115a angenommen wurde. Wir kommen zu PA 115b, wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Ich stelle fest, dass dieser Antrag angenommen wurde. Dann kommen wir zu PA 115c, wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Ich stelle fest, dass der Antrag angenommen wurde. Dann kommen wir zu PA 115d, wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Ich stelle fest, der Antrag ist abgelehnt. Dann kommen wir zu PA 115e, wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Ich stelle fest, dass der Antrag angenommen wurde. Damit ist die Zeit für das Themenfeld erschöpft. Und das Themenfeld ist ja auch erschöpft. Wir würden zu einem neuen Themenfeld kommen, machen aber vorher noch einen eingereichten GO-Antrag, also Aufmerksamkeit. Wir haben einen GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Und zwar möchte der Satzungsänderungsantrag 003, den haben wir ja alle im Kopf, soll zum nächstmöglichen Zeitpunkt behandelt werden. Das wäre nach dieser Abstimmung des GO-Antrages. Der Antragsteller dürfte einmal begründen, wenn er möchte. Okay, der Satzungsänderungsantrag dreht sich um die Dringlichkeitsanträge und wie wir damit umgehen und ob wir Unterschriften sammeln müssen oder nicht. Ich würde den gerne vorziehen und das ein bisschen klären, wie wir das machen, weil hier gerade viele Unterschriften gesammelt werden und es nicht wirklich aufgepasst wird. Und wenn weiterhin so viele Leute gehen, wie bisher gegangen sind, ist es bald auch nicht mehr möglich, 50 Unterschriften zu sammeln. Achso, daher würde ich diesen Antrag gerne vorziehen und das mal klären, wie wir weiter hier verfahren. Gibt es eine begründete Gegenrede? Ja, also ich sehe die Dringlichkeit nicht, das jetzt zu behandeln und auch das Argument, wenn jetzt viele Leute gehen, dann ist es ja schwer, Unterschriften zu sammeln, also ich würde es umdrehen. Wenn jetzt viele Leute gehen und in Kenntnis der Tagesordnung, dann sollte es auch nicht so leicht möglich sein, dass wir auf die Tagesordnung hinten dann noch was draufsetzen, über das bestimmte Leute, die dann gegangen sind, doch gerne abstimmen würden. So, nach der begründeten Gegenrede stimmen wir über den GO-Antrag ab. Wer möchte, dass der Satzungsänderungsantrag 003 jetzt behandelt wird, stimme mit der blauen Karte, wer nicht mit der roten Karte. Bitte jetzt abstimmen und die Karten eine Zeit lang oben halten. Ich schätze, es sind 20 dafür. Der GO-Antrag ist angenommen. Wir behandeln dann jetzt den 003. Kriegen wir den auf den BIMA? Der Anstragsteller mögt den bitte kurz vorstellen. So, letztlich, bei mir ist bekannt, ich bin kein Freund von Dringlichkeitsanträgen, ich bin aber noch wenig Freund davon, dass hier permanent 50 Unterschriften gesammelt werden. Ich wurde jetzt heute schon viermal gefragt, ob ich irgendwas unterschreibe, obwohl ich da oben sitze, ich weiß nicht, wie oft ihr gefragt wurdet und aus meiner Sicht reicht das völlig, wenn Dringlichkeitsanträge eingereicht werden und die Versammlung entscheidet, ob dieser Antrag wirklich dringlich ist. Das soll die Versammlung mit einer Zweidrittelmehrheit entscheiden. Dann können wir irgendwann mal einfach sagen als Versammlungsleitung, hier, wir haben so und so viele Dringlichkeitsanträge. Wir stimmen die jetzt ab, ob die dringlich sind, nachdem der Antragsteller die Dringlichkeit auch begründet hat und dann fliegen sie entweder von der TO runter oder sind dann drauf bei dem entsprechenden Punkt. Und ich glaube, dass die Versammlung selbst ganz gut entscheiden kann, wann etwas dringlich ist und wann nicht. Gut, du bist mit deiner Vorstellung vorbei? Genau, dann kommen wir jetzt zu einem Meinungsbild SEA 03. Wer könnte sich vorstellen, diesen Antrag anzunehmen? Bitte die entsprechenden Ja- und Nein-Karten. Ich stelle fest, dass die Zweidrittelmehrheit erreicht werden würde. Damit kommen wir zu Fragen und möglichen Redebeiträgen. Ich weise nochmal darauf hin, die Frageschlange ist vor dem Protokoll und die Statementschlange ist hinter dem Protokoll. Dann sehe ich, dass sind keine Fragen zu dem Antrag vorhanden. Dann kommen wir jetzt zu Statements. Ja, also das grundsätzliche Problem ist, dass wir hier immer eine feste Zahl drin haben. Heute sitzen nicht ganz so viele hier. Wenn wir mal wieder einen Landesparteitag mit 300, 350 Leuten hätten, dann wäre das ein vernünftiger Schutz mit 50 Unterstützern, damit nicht alle fünf Minuten über so ein Dringlichkeitsantrag abgestimmt wird. Das ist ja der Hintergrund gewesen. Ich schlage vor, unabhängig jetzt von dem Antrag, dass man das immer an einer bestimmten Größe in Bezug auf die Akkreditierten oder die Mitglieder oder sowas macht und nicht immer so eine feste Zahl reinschreibt. Wir sehen, dass die Entwicklung zurzeit Gott sei Dank noch dynamisch positiv ist, im Moment ein bisschen stagnierend. Vielleicht geht es auch mal wieder in die andere Richtung. Aber auf jeden Fall sollten wir das nicht immer an eine feste Zahl knüpfen, sondern irgendwie einen Bezug bringen auf eine Grundgesamtheit. Und dann ist es sinnvoll, dass wir nicht ständig solche Anträge haben, sondern dass ich hier, auch wenn es mal nervt, Unterschriften vorher sammle, damit klar ist, es gibt überhaupt irgendeine Wahrscheinlichkeit. Weil sonst haben wir wieder hier ständig irgendwelche Anträge in der Richtung. Dann der nächste Redebeitrag, bitte. Also ich sehe da auch die große Problematik, dass wenn man mal abends länger macht und die Anzahl der Anwesenden abbröckelt, dass es dann plötzlich Situationen geben kann, wo über dieses Quorum der Anwesenden, was es ja ist, Dinge auf eine Tagesordnung kommen und dann auch noch beschlossen werden, wo dann viele einfach nicht mehr Anwesende ziemlich entsetzt drüber sind. Von daher würde ich auch eher dem Vorschlag zustimmen, das einem Unterschriften gemessen an den Akkreditierten abhängig zu machen. Also was wir auf gar keinen Fall machen sollten, das so an Unterschriften von Akkreditierten festzumachen. Das haben wir nämlich schon 10.000 Mal diskutiert, weil dann müssten wir nämlich wieder den GEO-Antrag auf Nennung der Akkreditierten Piraten einführen und durchzählen, wenn wir nämlich jetzt hier über die Hälfte schon gegangen sind. Das haben wir auch schon ein paar Mal gehabt, das wurde auch genutzt, um die Versammlung zu trollen. Deswegen gibt es da eine feste Zahl. Aber ich denke mal, der Antrag von Stefan ist im Prinzip in dem Fall dynamischer, in dem halt die Versammlung mit einer Zweidrittelmehrheit, und das muss dann sozusagen die Zahl der Akkreditierten Piraten, muss die Versammlungsleitung dann sozusagen erkennen aufgrund der Abstimmung, ob das gegeben ist oder nicht. Und es würde ja auch gar nicht so viele Änderungen zu heute sein, weil man würde weiterhin Dringlichkeitsanträge einreichen. Sie würden an einem Tagesordnungspunkt wie bisher auch, zum Beispiel morgen, gefallen. Das heißt, Sie würden nicht heute Abend irgendwie mit drei Leuten, wie im Bundestag zur EU-Geschichte, da, Bundestag, was war das mit dem Fußball, ja, egal. Jedenfalls, wir haben gemerkt, Unterschriften sammeln stört. Das haben wir in Butzbach gemerkt, das haben wir heute teilweise gemerkt. Also, lasst uns einfach die Form einfach mal ausprobieren und wenn nicht, der nächste Landesparteitag ist nach der Wahl. Wir können es dann auch wieder nochmal neu machen. Ich denke, die Idee mit dem Quorum ist ja spannend, aber sie steht hier gar nicht zur Abstimmung. Wir können also diesen Antrag, so wie er da steht, annehmen und wir können diesen Antrag ablehnen oder der Antragsteller könnte ihn zurückziehen und nochmal einreichen, wenn er marginal etwas ändern möchte. Aber ein Quorum einzuführen, anstelle die Versammlung entscheiden zu lassen, ist ja mehr als es nur marginal zu ändern. Deswegen sind die Argumente vielleicht interessant, helfen aber bei der Entscheidungsfindung hier nicht weiter. Ich denke, es ist wirklich das Spannende, wenn man einmal die Versammlung fragt, wollt ihr, dass, und dann werden alle gesammelten Anträge, die dort als Dringlichkeitsanträge vorliegen, darüber reden, ja oder nein, dann entscheiden die, die dann die Versammlung bilden. Das können ja morgen früh auch deutlich mehr Leute sein als jetzt. Warum so heißt es immer nur, die Anträge kommen dann, wenn es deutlich weniger sind? Das Gegenteil kann also auch der Fall sein. Insbesondere, wenn wir die Zweidrittelgröße betrachten. Mit Zweidritteln kann ich heute eine Satzung ändern. Wenn wir sagen, mit Zweidritteln der Anwesenden, wir wollen über den Punkt reden oder nicht reden, wir sind das beschlussfähige Organ. Und deswegen halte ich das für deutlich zielführender, als zu sagen, wir haben einen festen Wert und wir haben ein festes Quorum. Deswegen würde ich dringend dafür werben, dem Antrag zuzustimmen. Aus meiner Sicht haben wir ein Fristenkonzept für unsere Anträge hier und ich sehe die 50 Unterstützerunterschriften nicht so sehr als, also ich sehe das im Wesentlichen auch als eine Hürde für diejenigen, die jetzt mit einem solchen Antrag zu spät kommen, auf die Idee kommen, noch irgendetwas einbringen zu wollen, obwohl sich andere an die Fristen haben halten können. Und die müssen halt dann wirklich hier rumrennen. Die können nicht einfach sagen, okay, schauen wir doch mal. Weil wenn ich einfach nur sagen kann, okay, ich kann jeder einen Dringlichkeitsantrag stellen, was auch immer, es wird zumindest darüber geredet, ob er zugelassen wird oder nicht, dann haben wir wieder 15 oder 20 Dringlichkeitsanträge, die halt alle mal probieren, ob sie vielleicht noch auf die Tagesordnung kommen, weil man noch eine Idee hatte. Die Hürde hier, die 50 Unterschriften zu sammeln, finde ich da höher und deswegen bin ich dafür, dass wir es so lassen, wie es ist. Danke. Ich bin ebenfalls für die Beibehaltung der jetzigen Regelung mit den 50 Unterschriften, einfach weil man erstens auf diese Weise Unterschriften durchaus von Leuten sammeln kann, die dann nicht mehr da sind, aber das Thema wichtig finden. Und zweitens, wir haben immer gesagt, wir haben gerade die Frage gehört, warum glaubt ihr immer, dass das dann am Ende passiert, wenn nur noch ein paar da sind? Es könnten ja auch mehr sein. Das stimmt, es könnten mehr sein, aber wenn es mehr sind, also wenn die Teilnehmerzahl hier steigt, dann haben wir das Problem nicht. Dann sind die Unterschriften, die 50 auch sammelbar, wenn es hinreichend wichtig ist. Und wenn die Beteiligung hier tatsächlich so weit sinkt, dass wir hier überhaupt keine 50 Leute mehr sind, dann sollte man sich vielleicht überlegen, ob es dann eine gute Idee ist, auf die Tagesordnung noch neue Sachen aufzunehmen, neue Anträge aufzunehmen, die vorher keiner kannte und mit dieser Mehrheit, die dann auch gleich auf der Veranstaltung zu beschließen. Ich sehe da die ziemlich große Gefahr, dass Leute, die sich irgendwie auf die Tagesordnung verlassen, sich dann überfahren fühlen und dass wir vielleicht nicht mehr so sehr hinter dem stehen, was beschlossen wird, wie wir das mit unseren jetzigen schwierigen Verfahren eben hinkriegen. Es wird im Moment nur abgestimmt, was irgendwie bekannt ist, wo jeder eine Chance hatte und so weiter. Und ich glaube, da sollten wir bleiben, auch wenn das dazu führt, dass wir vielleicht irgendwas nicht beschließen können, dass wir gerne hätten. Ich glaube, dass heute 50 Unterschriften eine sehr, sehr hohe Hürde sind, weil es sind nur 105 Akkreditierte. Es sind mindestens schon 10 oder 15 Leute weggegangen. Das heißt, wenn man 50 Unterschriften möchte, braucht man die Mehrheit von den allen Anwesenden. Und das ist eigentlich nicht der Sinn, um noch kurz irgendwas zu kriegen. Ich denke, lasst es uns doch einfach ausprobieren, so wie es vorgeschlagen ist. Und wenn sich es bewährt, können wir es weitermachen. Wenn nicht, überlegen wir uns etwas anderes. Aber immer diese Angst vor dem Neuen. Ich glaube, wir brauchen keine Angst davor haben. Ja, vielleicht auch noch mal ein Stück weit die Angst vor diesen Dringlichkeitsanträgen zu nehmen. Die sind ja explizit auch in der Satzung so geschrieben, dass sie eben nahezu am Ende der Tagesordnung kommen. Und das ist ja auch nicht, weil wir das so toll fanden, sondern das ist ja kommunalpolitischer Alltag mit Dringlichkeitsanträgen, dass halt alles, wer sich rechtzeitig vorbereitet hat, wer rechtzeitig Anträge eingereicht hat, mit der Antragsreihenfolge, die wir einholen, alle Leute, die vorab ordentlich mitgearbeitet haben, sind vorher auf der Tagesordnung. Und der Rest kommt hinten ran. Und wenn wir hinten ran zum Beispiel keine Zeit mehr haben, fallen halt die Dringlichkeitsanträge hinten runter. Ich denke nicht, dass wir da so große Probleme mit Dringlichkeitsanträgen haben. Und wenn wir jetzt hier das mal ausprobieren und dann wieder in der neuen Erfahrung reicher sind, können wir die beiden Systeme nämlich vergleichen, Unterschriften sammeln und der Parteitag entscheidet darüber. Vielleicht kommen wir dann dazu, das ist nicht gut, das ist nicht gut, machen wir einen Mischmast daraus. Du musst irgendwie 20 Unterschriften sammeln und der Parteitag entscheidet immer noch, ob es dringlich ist oder nicht. Aber lasst uns doch einfach mal ausprobieren. Danke. Ich nehme mir mal meine Schlussworte einfach. Ich komme mal auf den Fredo zurück. Du hast recht, Fredo. Als wir diesen Satzungsantrag irgendwann mal beschlossen haben, waren wir glaube ich 170, 180 akkreditierte Piraten und haben damals 50 als wenig empfunden. Bei heute 105 und jetzt noch geschätzt 90 Leuten hier, finde ich das einen ganz schönen Flop zum Heinz-Ulrich, auch wenn wir wenig Leute sind und mit einer Zweidrittelmehrheit das auf die Tagesordnung hieven. Es ist ja bekannt, wann die Dringlichkeitsanträge drankommen und dann kann ja jeder auch kommen und da sein. Das heißt, die Gefahr, dass hier wenig Leute was beschließen, gibt es nicht. Es können eventuell wenig Leute etwas auf die TO schreiben. Das ist alles. Im Übrigen bin ich mir mit Mike einig, das würde ja ab sofort gelten, dass die bisherigen Dringlichkeitsanträge, die eingereicht wurden mit 50 Unterschriften, ihre Gültigkeit behalten. Das heißt, die bleiben dann noch auf der Tagesordnung. Ich hatte noch einen vierten Punkt, den habe ich aber vergessen. Jedenfalls finde ich, zwei Drittel ist bei uns immer eine ganz, ganz tolle Zahl, die irgendwie für Mehrheiten steht, völlig egal, wie viele Leute wir sind und wie gesagt, wir beschließen nichts, wir heben hier höchstens was auf die Tagesordnung und ganz große Gefahren sehe ich nicht, deswegen bitte ich euch, das anzunehmen. Okay, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung des Satzungsänderungsantrags 0.3. Wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Ich stelle fest, dass der, Moment, warte nochmal, da sind viele rote, das müssen wir mal vergleichen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mal. Ich würde lieber zählen wollen eigentlich. Ich glaube, das war auch nicht. Gibt uns einen kleinen Augenblick, bitte, wir zählen mal genau. Also 32 blau und 24 rote. Also wir haben jetzt grob mal gezählt, wir haben 32 blau und 24 rote gezählt, damit ist die Zweidrittelmehrheit nicht erreicht und der Antrag ist abgelehnt. Dann kommen wir jetzt zum Programmantrag 124, Vermeidung der geplanten Obszulenz von Heinz Brümmer und Gernot Köpke. Ja, da bin ich wieder. Vor einem halben Jahr stand ich hier schon mal. Da hatte der Antrag noch ein weiteres Element, wo ein bisschen viel Kritik geübt wurde. Und jetzt haben wir das halt ein bisschen geändert. Mit der neuen Go-Satzung hätte man das vielleicht damals schon machen können. Es gibt also jetzt zwei Module. Das erste Module ist erstmal so eine allgemeine Aussage, dass wir gegen geplante Obszulizzenz sind, also so eine, dass man so Schwachstellen einbaut bei Geräten und so Sachen und das absichtlich macht und die Leute das halt nicht erfahren. Und das zweite Modul bezieht sich darauf, dass man irgendwie einen Fuß in die Tür kriegt mit einer konkreteren Ausformulierung der Idee. Und zwar soll es also eine Bundesratsinitiative möglich geben, wo man halt einzelne Punkte, die da aufgeführt sind, neun Punkte sind es im Einzelnen, dass die da in so einem Gesetz mit eingearbeitet werden sollen. Und möglicherweise muss man das Ganze auch dann auch sogar auf EU-Ebene erheben, um damit etwas erreichen zu können. Das ist dann unten im Abschlusssatz auch nochmal erwähnt, dass unabhängig von der möglichen Zuständigkeitsfrage das eben auch auf EU-Ebene ausgeweitet werden können soll. Ja, ich weiß jetzt nicht, ich denke, die neun Punkte jetzt einzeln anzusprechen, springt vielleicht den Rahmen. Ich hoffe einfach mal, die Leute haben das gelesen. Was noch mal? Ja. Das ist nur ein Antrag. Ihr könnt dann Fragen stellen. Du bist fertig mit einer Antragsvorstellung? Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, diesem Antrag zuzustimmen? Bitte die entsprechenden Stimmkarten dafür oder dagegen. Ich teile dem Antragsteller mit, dass das Meinungsbild stark positiv ausfällt und die Zweidrittelmehrheit erreicht werden würde. Dann kommen wir jetzt zu Fragen. Ich sehe, es gibt eine Frage. Dann bitte. Also, ich habe mich mit dem Thema Nicht-Eingehen beschäftigt, obwohl ich auch schon mehrfach darüber gehört habe und auch Beiträge gesehen habe und so weiter. Ich würde gern von dir wissen, inwieweit das Ganze, also das Gefühl, dass die Geräte irgendwie schneller kaputt gehen und so, das teile ich mit dir und vielen anderen. Aber ich würde interessieren, ob es dazu irgendwelche Untersuchungen gibt, die sowas auch schon belegt haben oder ob das mehr so ein allgemeines Gefühl ist, das wir alle haben. Also, gibt es da Beweise für so Geräte, die absichtlich schneller kaputt gehen? Gibt es da Untersuchungen darüber? Ja, also es gibt zum Beispiel ein ganz klassisches Thema, wie man geplante Obsoleszenz eingebaut hat. Das sind die Glühbirnen. Die haben offiziell immer nur eine Haltbarkeit von, ich glaube, 1.000 Stunden gehabt. Man hätte sie aber so bauen können, dass sie 2.500 Stunden halten. Und dieses Glühbirnen-Kartell, das hat ungefähr, ich glaube, 40 Jahre oder so existiert, von den 30er Jahren bis rund 1970. Und die hätten das also einfach so machen können, dass die Dinger länger halten, haben es aber absichtlich nicht gemacht. Und haben das Ganze geheim gehalten und als verschiedene Firmen haben sich da untereinander abgesprochen. Was es da genau noch für sonstige Untersuchungen gibt, weiß ich persönlich nicht. Aber ich weiß, dass auch es kürzlich bei den Grünen, beziehungsweise bei den Linken da entsprechend was beantragt worden ist und dass die das auch irgendwie so eine Untersuchung in Auftrag gegeben haben bei den Grünen irgendwie auf Bundesebene. Ja, mehr kann ich da auch nicht zu sagen. Ich bin da auch kein... Ja, vielleicht dazu, es gibt nachgewiesene Fälle in der Automobilindustrie, bei den Elektrogeräten. Es gibt da schon etliche Studien, dass das wirklich absichtlich so ist, dass es gerade die Garantiezeit übersteht. Ich finde den Antrag sehr gut. Auch, ich warte mal ein bisschen leiser. Ja, ich bitte die Versammlung um Ruhe. Wenn wir ruhig sind, können wir uns alle besser konzentrieren und dann läuft das ja alles gut. Viele benutzen das Stichwort Nachhaltigkeit, sehr inflationär. Dahinter steckt so einiges. Eben die Obsoleszenz steckt dahinter, auch so etwas wie Effizienz und Suffizienz. Also es bringt beispielsweise nichts, wenn man Motoren hat, die mit immer weniger Treibstoff auskommen. Ich dafür dann aber immer größere Motoren baue und durch die Stadt mit irgendwelchen Pseudo-Geländewagen fahre. Aber das sind alles so Überlegungen, die langsam Einzug halten müssen und wir sind da aufgerufen, gerade zum Thema Nachhaltigkeit, dass wir eben genau auf diese Dinge hinweisen. Deswegen begrüße ich den Antrag sehr. Also ich finde das Thema auch sehr wichtig. Ich finde es ein bisschen unglücklich, das Wort Obsoleszenz zu benutzen. Ich weiß jetzt nicht, also wie viel Prozent der Anwesenden jetzt spontan was mit dem Begriff anfangen können. Ich weiß nicht, also ob man sowas, ich finde das Thema wie gesagt wichtig, aber ob man das als Programmpunkt übernehmen sollte, weiß ich jetzt nicht. Es ist sicherlich ein wichtiges Thema, aber ich denke, dass das auch mittlerweile schon von, also allgemein von der Gesellschaft schon aufgegriffen wurde. Man sollte informieren, also nur wie gesagt, ob man jetzt Verschwendung, also um das ganze Thema jetzt als Verschwendung zu betrachten, als Programmpunkt aufnehmen sollte, das bezweifle ich ein bisschen. So, dann der nächste Rederbeitrag bitte. Ihr schlagt in dem Antrag vor, dass die Überprüfung durch zertifizierte Verbraucherorganisationen stattfinden soll. Welche Zertifizierung schwebt euch da vor? Oha, das ist eine gute Frage. Also es war so gemeint, so im Sinne von halt Verbraucherorganisationen, wie sie auch schon ansonsten existieren, Stiftung Warentest oder sowas. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt persönlich auch nicht so genau, was da der Unterschied zwischen, was ich, ja, kann es dir nicht genauer sagen. Danke. Weitere Beispiele für geplante Obsoleszenz sind zum Beispiel Drucker, die so gebaut sind, dass sie gezielt nach einer bestimmten Anzahl an Seiten aufhören zu drucken, obwohl sie technisch problemlos in der Lage wären, noch etwa das Dreifache zu verarbeiten. Ein weiteres Beispiel sind zum Beispiel neuere Smartphones, die so gebaut sind, dass sich Verschleißteile, namentlich die Batterie nicht mehr austauschen lassen, sodass im Endeffekt das gesamte Gerät nach einigen Jahren definitiv ein Totalschaden ist. Dieser Antrag gehört nicht nur zum Umweltschutz, weil er dafür sorgt, dass wir nicht unnötig Ressourcen verschwenden, sondern auch zum Verbraucherschutz. Dieser Antrag ist uneingeschränkt zu befürworten. Nehmt ihn bitte an. Denkt dran, der hier ist noch relativ zurückhaltend. Wir könnten viel mehr fordern. Das ist ein Minimalkompromiss. Es ist zwar wenig, aber es ist immerhin alles, was wir, also wir sollten das hier alles auf jeden Fall fordern. Vielen Dank. Nehmt es bitte an. Ja, ich möchte nicht selbe Kerbe schlagen, nur weil der Begriff vielleicht geplante Obsoleszenz jetzt noch nicht bekannt ist. Dann lasst ihn uns bekannt machen und auf diesen Umstand halt einfach hinweisen, dass es eine Schweinerei ist. Danke. Dann stelle ich jetzt fest, dass die Liste der Redebeiträge erschöpft ist. Dann, Gernot, bitte ein Abschlussstatement. Ja, also zu dem Begriff geplante Obsoleszenz, das war schon auch eine Diskussion bei uns, ob wir den Begriff nehmen. Aber ich denke, es ist zwar ein wissenschaftlicher Begriff, aber es trifft es halt sehr genau. und eine absichtliche Einschränkung der Produkthaltbarkeit ist auch nicht unbedingt, wenn man das so hinschreibt, so viel klarer. Also letztendlich muss derjenige, der sich mit dem Thema beschäftigt, sowieso ein, zwei Sätze lesen, damit er es versteht. Ja, okay. Ja, und ansonsten, also stimme ich natürlich zu, man hätte das noch weiterfassen können, aber das hatten wir ja bewusst nach dem letzten Mal so nicht gemacht. Also ich denke, wir können jetzt darüber abstimmen. Ich wäre dankbar, wenn er annehmt. Herr Versammlungsleiter. Hallo? Ah, perfekt. So, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Antrag PA 124. Wer ist für respektive gegen den Antrag? Gut, dann stelle ich fest, dass der Antrag mit einer deutlichen zwei Drittel mehr dangenommen ist. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zu einem neuen Themenfeld. Kannst du mal die Uhr machen? Das ist lieb. Wir kommen zum Themenfeld Bildung. Wir haben den P113 A und B. Das sind zwei konkurrierende Anträge. In der Antragsreihenfolge, so wie sie hier ermittelt wurde, ist der 113 B der erste, der jetzt vorgestellt wird. Danach wird der 113 A vorgestellt und wir ermitteln, welcher der beiden konkurrierenden Anträge abgestimmt wird. Darf ich den Antragsteller für die 113 B? Das ist Sepp. So, Sepp. Moin, moin. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Das ist aus der Kritik in Butzbach hervorgegangen, ein etwas überarbeiteter Bildungsantrag, der jetzt noch ein paar Kleinigkeiten neu enthält, ein bisschen Pathos rausgenommen, der in der Einleitung war. Das humanistische Menschenbild wurde von einigen Leuten kritisiert. Wir haben es im Bundesprogramm drin, da habe ich es im hessischen Bildungsprogramm halt rausgenommen. Ja, was neu hinzugekommen ist, ist eine Aussage zu G8, G9. Wir haben den Schulen die Wahlfreiheit gelassen oder würden den Schulen die Wahlfreiheit lassen, etwas mehr zu freier Bildung. Also, dass dieser pädagogische Schwerpunkt, der bisher, dieser Pädagogenschwerpunkt, der bisher im Bildungsprogramm war, dass der ein bisschen eingegrenzt wird. Ach ja, und die Wiederholung von Schuljahren darf nur noch auf Wunsch von Schülern geschehen. Wenn die Altparteien in der Lage sind, sich über das Sitzenbleiben Gedanken zu machen und das abzuschaffen, dann sollten wir das eigentlich auch fordern, dass das abgeschafft wird. Ja, das war es eigentlich. Jetzt bitte einmal den 113a-Antragsteller, der Bastian Zapf, zur Vorstellung seines Antrages. Ich glaube, der ist nicht mehr da. Wie, nicht mehr da? Der ist nicht mehr da, also nicht mehr anwesend. Bastian Zapf ist nicht mehr anwesend? Gibt es jemanden, der den Antrag von Bastian übernehmen möchte? Ja, dann fällt er hiermit weg und wir machen mit dem 113b weiter. Das Mikrofon kann befüllt werden. Ich habe da eine Frage zum Sitzenbleiben, was wir ja effektiv fast abschaffen. Wieso darf darüber nur der Schüler entscheiden und bei minderjährigen Schülern nicht die Eltern? Weil gerade das würde ich zum Teil der elterlichen Entscheidungsfreiheit zählen. Boah, wir haben Anträge gehabt über Wahlrecht ab Geburt. Bei den Juppies gibt es Anträge. Ich glaube, bei den Juppies ist das sogar durch. Ich möchte es den Schüler entscheiden lassen. Tatsächlich, ob er sich zutraut, weiterzumachen und nicht den Eltern. Okay, ich habe da einfach die Befürchtung, dass dadurch die Gefahr entsteht, dass Schüler aus falsch verstandenem Stolz oder aus welchen Gründen auch immer, weil sie nicht sitzen bleiben wollen, weitermachen und dadurch... Jan, das ist ein Bildungsprogramm von der Piratenpartei. Wir kämpfen gerade darum, mit 5% zu erreichen, um in den Landtag zu kommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir das Sitzenbleiben in Hessen in den nächsten 5 Jahren abschaffen, ist relativ gering. Wir können aber in den nächsten Parteitagen sicherlich darüber ringen, ob wir das noch ein bisschen anders ausgestalten. Aber ich glaube, das ist jetzt kein böser Act, wenn das da drin steht. Wir stimmen hier über einen Inhalt ab. Ich finde den Antrag ansonsten auch sehr sinnvoll. Ich würde aber gerne dieses Thema hier diskutiert haben und es nicht anzunehmen, weil wir es ja noch ändern können, sondern das Thema stimmen wir jetzt ab und deswegen sollten wir auch jetzt darüber reden, ob es sinnvoll ist. Ich kann es nachvollziehen. Ich sehe eben die Befürchtung, dass wenn man das Nichtsitzenbleiben sehr leicht macht, dass Leute dann sich für das Nichtsitzenbleiben entscheiden und uns dann drei Jahre später bereuen, weil sie in den zwei Jahren dazwischen auch nur sehr schlecht dem Stoff folgen konnten, weil ihnen die Grundlagen fehlen. Ich habe solche Fälle erlebt, die sitzen geblieben sind und die nur durch das Sitzenbleiben eine Chance hatten, überhaupt in der Schule wieder mitzukommen. Wären die nicht sitzen geblieben, dann hätten die definitiv ihren Abschluss nicht gemacht. Okay. Prost. Also ich finde das wenig problematisch, ob die Entscheidung da dem Kind oder den Eltern überlassen wird, weil die wird sowieso immer zusammen entschieden. Also, dass die Eltern das ohne das Kind entscheiden, ist sehr, sehr unwahrscheinlich und dass das Kind das ohne die Eltern macht. Also, das kann ich mir in unserem Haus auch nicht vorstellen. Da hat man sicherlich immer Einfluss. Von daher sehe ich das hier wirklich unkritisch. Wir können den Antrag meiner Ansicht nach so annehmen. Nach meiner Erfahrung ist es leider nicht immer so, dass Eltern und Schüler gemeinsam entscheiden, aber es sind ganz häufig die Eltern, die nicht wollen, dass ihr Kind sitzen bleibt. Also finde ich dieses Argument nicht unbedingt nachvollziehbar. Ich finde das auch gut, dass es drinsteht. Also ich bin für ein Meinungsbild oder für eine Abstimmung. Ich habe gar kein Problem. Ich weiß es nicht. Warte mal. So. Gut. Dann bitte ich das nochmal kurz um Ruhe. Okay. Wir unterbrechen die Versammlung für fünf Minuten. Jetzt gibt es einmal keine Diskussion zu Bildungsanträgen. Dann sowas. Könnt ihr bitte das VL-Mikrofon ausmachen? Danke. Danke. Gut. Ja, ich bin mal uns selbst. Hallo. Stefan Schimanowski, bitte zur Bühne. Ich wiederhole. Stefan Schimanowski, bitte zur Bühne. Hallo. Ah. Ich bitte euch, eure Plätze wieder einzunehmen und zur Ruhe zu kommen. Wir setzen die Versammlung gleich fort. Dann bitte ich nochmal um Ruhe. Wir setzen die Versammlung fort. Und wir haben jetzt hier noch eine kleine Sache. Also, wir werden doch die beiden Anträge in Konkurrenz zueinander behandeln. Der Antrag 113a, ist der Antragsteller nicht da, niemand möchte den übernehmen, der wird jetzt nicht vorgestellt. Sehr wohl könnt ihr dazu Wortbeiträge abgeben. Dafür wird das Mikrofon jetzt auf. Damit ich schnell weitermachen kann, würde ich sagen, ihr hebt mal kurz die Hand, wenn ihr zum Mikro wollt. Möchte keiner? Irgendeinen Wortbeitrag zu dem 113a? Oh, da haben wir einen, bitteschön. Da Bildung nicht ohne Treuen geht, ist das ja ein Wortbeitrag. Ende des Wortbeitrags. Das lassen wir mal so stehen. Jetzt stimmen wir darüber ab, ob wir über den A, B oder über keinen von beiden abstimmen. Ich habe was vergessen. Ich mache auch Fehler. Super, ne? Wir brauchen noch ein Meinungsbild für die 113a. Also, wer könnte sich vorstellen, den 113a anzunehmen? Der hebe die blaue Karte und bei rot halt die rote Karte. So haben wir den Formalien gerecht getan. So, und jetzt stimmen wir darüber ab, ob wir den A, B oder keinen von beiden möchten. Zumindest, ob wir darüber abstimmen. Das Meinungsbild war überwiegend negativ. Wir machen das jetzt so. Einmal bitte die Karten für den 113a heben, wenn der abgestimmt werden soll. Der A ist der von dem Bastian. So. Ich möchte eigentlich nur blaue Karten jetzt sehen, weil es nur darum geht, welchen wir von denen dann gleich abstimmen. So sieht eure GO das vor. Das heißt also, jetzt den 113b. Das ist der von Sepp. Wer möchte den abstimmen? Da sind deutlich mehr. Und wer möchte denn keinen von beiden abstimmen? Die Option habt ihr auch. Ja, wir sind uns hier relativ... Ja, dann geht es mit dem Antrag von Sepp weiter. Sepp, hattest du dein Abschlussstatement schon? Ja, wenn du dein Abschlussstatement schon hattest, dann können wir jetzt den 113b... Hattest du schon? Na, wenn du es nicht weißt, wer weiß es dann? Dann stimmen wir jetzt den 113b ab. Wer ist dafür? Bitte die blaue Karte. Und wer dagegen ist? Bitte die rote Karte. Der ist angenommen. Der Antrag 121, der Sammelantrag 121 würde jetzt folgen. Johannes Briest und Petra Brandt. Der Timer ist immer noch kaputt. Also der Blocktimer. Wir lassen ihn laufen. Hallo. Hier sind wir schon wieder. Wir haben wieder zwei Module für das Kapitel Bildung. Einmal ein inklusives Schulsystem, dass jedes Kind das Recht hat, auf eine normale Schule zu gehen. Egal welche Behinderung. Und bei den Schulen alle... In den Schulen alle Vorkehrungen getroffen werden, dass diese Kinder auch diese Schule besuchen können. Beim zweiten Modul zum Thema Bildung bei uns geht es darum, dass wir die Vermittlung von Gebärdensprache an den Schulen fördern wollen. Und zwar an den Regelschulen. Aber zusätzlich möchten wir auch einfordern, dass die Gebärdensprache in den Gehörlosschulen, solange sie noch vorhanden sind, als Pflichtsprache eingeführt wird. Und bei den Regelschulen als, sagen wir mal, freiwilliges Wahlfach. Das ist unsere Vorstellung. Also, dann kommen wir jetzt zu einem Meinungsbild über den PA 121. Wer könnte sich vorstellen, diesem Antrag zuzustimmen? Bitte die Ja- und Nein-Karten. Dann stelle ich fest, dass das Meinungsbild, so wie ich das sehe, sogar einstimmig positiv ist. Oder gibt es nur einen? Okay, es gibt nur sehr wenige Gegenstimmen. Aber ist ja egal. Dann... Sorry, ich habe mir diesen Antrag nicht durchgelesen. Ich bin überhaupt nicht parteiisch. Okay, danke. Dann würden wir jetzt die Liste der Fragen und Wortbeiträge eröffnen. Gibt es dazu Fragen? Gibt es Wortbeiträge? Eine Frage? Habe ich das richtig verstanden? Also, es gibt 80.000 Gehörlose. Mindestens. Ja, das ist 0,1 Prozent der Bevölkerung und dafür wollt ihr ein Pflichtfach in der Schule einführen. Habe ich das richtig verstanden? Habe ich das richtig verstanden? Wir haben gesagt, in den Regelschulen als Wahlpflichtfach und an den Gehörlosen-Schulen als Pflichtfach. Okay, dann habe ich es falsch verstanden. Danke. So, dann Wortbeiträge, bitte. Ja, ich stelle mir das einerseits schwierig vor, das in allen Regelschulen anzubieten, weil es halt schwierig ist, wenn da zwei Interessierte sind, dafür ein Wahlpflichtfach tatsächlich anzubieten in der Praxis. Wie stellt ihr euch das in der Praxis vor mit der Finanzierbarkeit? Und warum haltet ihr es für sinnvoll, es als Pflichtfach in den Gehörlosen-Schulen einzuführen? Also, als Wahlpflichtfach, denke ich, ist es kein Problem. Es gibt viele Fächer an den Schulen, die eine Schule unterrichtet, bietet Spanisch an, weil sie die Kapazität haben, weil die Lehrer da sind, die das vermitteln können. Eine andere Schule unterrichtet kein Spanisch. Also, es ist eine Sache, wie man das natürlich auch in die Schulen bringt, das ist das eine. Und warum Gebärdensprache an Gehörlosen-Schulen? Das hat eine historische Geschichte, da müsste ich jetzt halt ausholen. Noch bis vor 20 Jahren war, als die Gebärdensprache noch nicht anerkannt war, an den Gehörlosen-Schulen ist verboten, mittels Gebärdensprache zu unterrichten. Heutzutage geht es zwar auch schon bilingual los in einigen Gehörlosen-Schulen, aber das Problem ist, viele der Gehörlosen-Kinder wachsen nicht unbedingt in einer Gehörlosen-Familie auf, sondern haben hörende Eltern. Aber ihre eigentliche Sprache, mit der sie auch den Rest ihres Lebens kommunizieren, in der Regel, ist die Gebärdensprache. Und die sollte einheitlich gefördert werden. Und man hat in Untersuchungen festgestellt, dass gehörlose Kinder, die mit Gebärdensprache als Erstsprache aufwachsen, in der Bildung besser dastehen, als die Kinder, denen man eigentlich nur Lautsprache einbläut und irgendwann quasi auf dem Schulhof nur die Gebärdensprache lernen. Ich habe noch eine Feststellung gemacht. Also wir haben hier festgestellt, dass der PA 119 tatsächlich konkurrierend zu dem PA 121 ist. Und das bedeutet, wir würden jetzt dem Antragsteller des PA 119 noch mal die Möglichkeit geben, diesen Antrag vorzustellen. Das ist Johannes Pritz und Sebastian Kreiner. Ich zähle den 119er zurück. Du bist auch der Antragsteller selbst gewesen? Sehr perfekt. Gut, dann haben wir kein Problem an der Stelle. Dann kommen wir wieder zu den Wortbeiträgen. Ja, ach so, die formelle Frage will den jemand übernehmen. Also der ist weniger weitgehend als der Antrag. Und dann stelle ich fest, den will niemand übernehmen. Dann kommen wir jetzt zu Wortbeiträgen. Ich würde euch auffordern, diesen Antrag anzunehmen. Das ist der aktuelle Stand der Diskussion. Die UN gibt da auch Vorschläge raus, die viele Länder jetzt umsetzen. Deutschland wehrt sich da noch ein bisschen. Und es ist ja gut, wenn wir mit denen annehmen. Danke. Gut, dann gibt es weitere Wortbeiträge. Das ist nicht der Fall, so wie ich das sehe. Die Rednerliste ist erschöpft. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den PA 121. Der besteht aus zwei Modulen. Modul 1 inklusives Schulsystem und Modul 2 Vermittlung von Gebärdensprache an Schulen. Wir stimmen die beiden Module getrennt voneinander ab oder zusammen? Wie seht ihr das? Zusammen. Zusammen. Gut, dann machen wir das so. Wir kommen über den gesamten Antrag PA 121. Wer ist für respektive gegen diesen Antrag? Der Antrag ist klar angenommen. Danke. Gut, dann haben wir jetzt noch Folgendes. Wir haben festgestellt, dass es im Themenfeld Bildung noch weitere Positionspapiere gibt. Da die Zeit für das Themenfeld noch nicht erschöpft ist, könnten wir diese noch behandeln. Das war der Vorschlag von der Antragskommission. Die standen allerdings nicht in der Liste drin. Gut, das war jetzt der Vorschlag. Aber Stefan ist der Meinung, dass wir das jetzt nicht behandeln. Dann würden wir an der Stelle... Dann machen wir ganz normal in der Tagesordnung weiter. Ich finde, es wäre eine Änderung der Tagesordnung. Genau, weil es eine Änderung der Tagesordnung wäre, würde sich zwar anbieten, es wäre auch noch Zeit da. Aber gut, dann geht es jetzt ganz normal weiter. Dann kommen wir jetzt zum... Erstmal haben wir hier diesen Antrag auf Änderung der Tagesordnung. Der Block ist jetzt rum. Genau, der Block ist rum. Der sagt aus, Behandlungen des Dringlichkeitsantrags 003 nicht unter dem TO-Antrag Dringlichkeitsanträge, sondern konkurrieren zu Satzungsänderungsantrag 4, 5, 18a und 18b. An der Stelle muss man sagen, dass in der Satzung steht, dass Dringlichkeitsanträge im Tagesordnungspunkt Dringlichkeitsanträge behandelt werden müssen. Das bedeutet, dass der Antrag auf Änderung der Tagesordnung im Widerspruch zur Satzung steht und deswegen behandeln wir den jetzt nicht. Gut, dann kommen wir zum Themenfeld 6, Infrastruktur. PA 118 und PA 108 waren beide in den Top-10-Anträgen. Das heißt, das Themenfeld 6, Infrastruktur hat keine weiteren Anträge. Dann kommen wir weiter zum Themenfeld 1, Programmkonsolidierung. Das war der PA 120. Ich glaube, der wurde auch schon angenommen. Das heißt, wir sind mit dem Themenfeld fertig. Dann kommen wir zum Themenfeld 7, Inneres. Dort PA 112 und PA 110 wurden auch schon unter den Top-10 behandelt. Dann kommen wir jetzt zum PA 109. Dann haben wir diesen Antrag von der Julia angenommen. Das war PA 109, PA 103. Moment, das haben wir aber. Ich schaue das gerade mal nach. 103, 104 und 112 war der Antrag von Julia. Das heißt aber, wir haben immer noch den PA 109 aus dem Themenfeld Inneres. Der würde jetzt aufgerufen. Wir kommen zum PA 109. Dann bitte ich den Antrag, der Bastian Zapf ist leider nicht da. Bastian Zapf. Bastian Zapf, der ist nicht da. Wir haben ja schon festgestellt, dass wir, dann können wir fragen, ob die Antragsvorstellung jemand übernehmen möchte. Ja, der Christian Freisner möchte die Antragsvorstellung übernehmen. Ja, ich übernehme die vor allem, weil ich das einen relativ wichtigen Diskussionspunkt finde, unabhängig von meiner eigenen Meinung dazu, die ich jetzt erstmal nicht kundtun möchte. Ist das eine relativ wichtige Frage, ihr könnt den Text selber lesen. Der ist irgendwie mit viereinhalb Zeilen durchaus so weit überschaubar, dass ich ihn vermutlich nicht noch extra vorlesen muss. Es geht letztlich um die Frage, wie werden Richter gewählt, beziehungsweise wer wählt und kontrolliert die, die die Richter wählen. Ziel ist es, bestimmte Einflüsse zu mindern, die aktuell wirksam sind oder für wirksam gehalten werden können und das durch eine Zielsetzung zu schaffen, die eine indirekte Wahl, also eine Wahl derer, die dann die Richter wählen, durch die allgemeine Bürgerschaft herzustellen. War das deine Vorstellung? Das war meine Vorstellung, ja. Gut, dann kommen wir zu einem Meinungsbild. Wer könnte sich vorstellen, diesen Antrag anzunehmen, beziehungsweise ihn entsprechend abzulehnen? Dann die Ja und Nein stimmen. Das Meinungsbild geht positiv aus und würde die Zutrittelmehrheit erreichen, allerdings bei geringer Beteiligung. Gut, dann kommen wir jetzt zu Fragen. Gibt es Fragen zu dem Antrag? Fragen an der Frageschlange, die ist vor dem Protokoll, aber okay. Ich habe meine Verständnisfrage. Richterwahlgesetz verändert. Werden zum Beispiel Richter von einem Amtsgericht auch gewählt? Wer bestimmt das? Ich habe keine Ahnung. Kannst du das mal kurz erklären? Leider nicht. Ich wäre dankbar, wenn wir aus unseren werdenden Juristenkreisen hier eine fachkundige Antwort kriegen können. Weil sonst kann ich darüber nicht abstimmen, weil ich das nicht weiß. Hallo Jurakundige. Darf ich jemanden hier als meinen Einflüsterer auf die Bühne bitten, der mir das kurz ansagen kann, damit ich diese Frage beantworten kann? Gibt es jemanden, der die Frage beantworten kann, dann bitte ans Mikrofon. Du möchtest einen Wortbeitrag dazu machen oder was? Hast du eine juristische Ausbildung? Ja, hat er. Wie werden Richter gewählt aktuell? Beziehungsweise welche Richter werden alle gewählt? War die Frage. Das ist die Frage. Wenn du sie beantworten kannst, dann kannst du uns das Mikrofon geben. Gerne. Das ist jetzt ein bisschen lockerer, wie ich das handhabe, aber das geht ja. Also der Jurist sagt immer, es kommt darauf an. Bundesrichter. Für Bundesrichter ist es meines Erachtens nach so, dass zumindest für die Verfassungsrichter ein sogenannter Richterwahlausschuss, besteht, der wird dann, die werden mehr oder minder politisch besetzt, Bundesrichter. Also Richter, die von... Stefan. Können wir es verstehen? Amtsrichter, also Amtsgerichtspräsidenten, Landgerichtspräsidenten, das ist immer unter der Aufsicht des jeweiligen Landesresidungsministeriums. Das sage ich jetzt mal unter Vorbehalt. Also damit sind die Grundzüge erst mal benannt. Wie es konkret ist, will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen. Also dann möchte ich doch mal was dazu sagen, auch wenn ich kein Jurist bin, aber der Antrag wurde auf dem... Tontechnik könnt ihr das... Ja, die Tontechnik steht leider hier und hat den Antrag übernommen, aber wenn du einfach näher ans Mikrofon rangehst, dann regelt das der Verstärker nicht immer nach. Ja, soweit ich das von der Vorstellung des Antrags im Essen... Ja, meinst du? Hallo, das liegt an dir. Naja gut, also ich glaube nicht, dass das an mir liegt, aber gut. Also es wurde am Hessen Campus vorgestellt von Bastian und danach ist er mit dem Zug schnell weggefahren, nach dem Motto, das wollte ich mal gesagt haben, dass wir das mal diskutieren und dann ist er verschwunden. Das fand ich etwas seltsam, aber diskutiert hatten wir das eigentlich so, dass ich mich jetzt wundere, warum dieser Antrag überhaupt in dieser Form nochmal auftaucht. Also wir hatten diskutiert, ich meine mich zu erinnern, dass ein Drittel der Leute, die den Richter wählen, aus der Politik kommen, mehr oder weniger. Ein Drittel sind, soweit ich weiß, auch Richter und ein Drittel sind Schöffen. Ja, aber ich bin kein Jurist, deswegen meine Erinnerung kann auch trügen. Nur waren wir zu dem Entschluss gekommen, dass es eigentlich unserer Meinung nach, in dem Hessen Campus unserer Meinung nach, dass vielleicht, also der Anteil der politischen Parteien, des Einflusses, dass da verringert werden soll, auch vielleicht ein Viertel oder sowas. Und dass das eigentlich wenig dienlich ist, wenn man sozusagen das Volk wählen lässt, weil das Volk, ja, kennt die Leute nicht, weiß nicht, um was es geht und soll dann irgendwas entscheiden. Das schien uns irgendwie auch nicht sonderlich zielführend zu sein, sondern es sollten die Leute, die sich mit dem Thema und mit diesen Personen beschäftigen, schon auch darüber befinden können. Und das Volk ist im Sinne von Schöffen ja sozusagen auch schon irgendwo da vertreten. Also ich sage mal für Aufklärung, das Richterwahlgesetz, und dieser Antrag bezieht sich ja ausdrücklich auf das Richterwahlgesetz, bezieht sich nach Paragraf 1, Absatz 1. Die Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes werden von dem Bundesminister gemeinsam mit dem Richterwahlausschuss berufen und vom Bundespräsident ernannt. Das bezieht sich also nur auf die obersten Gerichtshöfe, also Bundesgerichtshof und Bundesverfassungsgericht und Bundessozialgericht. Der Richterwahlausschuss besteht aus Mitgliedern Kraftamtes und einer gleichen Zahl von Mitgliedern Kraftwahl. Die Mitglieder Kraftamtes im Ausschuss der Richter, die eines oberen Gerichtshofs wählen, sind Landesminister, zu deren Geschäftsbereich die in diesem obersten Gerichtshof im Instanzzug untergeordneten Gerichte des Landes gehören, also die jeweiligen Minister. Und die Mitglieder der Wahl müssen auch zum Bundestag wählbar sein und so weiter. Also Wahlausschuss bestehend aus den Justizministern und gewählten Leuten. Einfach auch nochmal kurz zur rechtlichen Situation. Das ist ja nach Bundesland jeweils unterschiedlich. In Hessen zum Beispiel ist der Richterwahlausschuss auf Landesebene in Artikel 127 Absatz 3 der Verfassung, oder Landesverfassung geregelt, besteht aus sieben Mitgliedern, die vom Landtag berufen werden und fünf richterlichen Mitgliedern und im jährlichen Wechsel vom Präsidenten einer der beiden Rechtsanwaltskammern des Landes. Die sind also Mitglied Kraftamtes. Und die Richter werden, also jeder Gerichtszweig stellt einen dieser fünf Richter. So setzt sich das bisher zusammen in Hessen für die Richter auf Landesebene. Das geht dabei denen aber nur um die vorläufige Anstellung bzw. Berufung als Richter auf Lebenszeit. Das ist ja was anderes wie bei den Bundesgerichten, wo sie auf eine bestimmte Amtszeit von sechs Jahren zum Beispiel berufen werden. Gut, dann stelle ich fest, dass die Rednerliste erschöpft ist. Dann bitte dein Abschlussstatement. Gut, wir haben jetzt möglicherweise ein, zwei durchaus lehrreiche Dinge gehört über die Richterwahl, die in diesem Antrag unvollständig abgebildet sind. Als Antragübernehmer möchte ich nach wie vor nicht Stellung zu dem Antrag nehmen, also dafür oder dagegen, sondern wollte ihn eben in die Diskussion bringen. Das ist ja zu weit gelungen. Danke. Gut, dann kommen wir zur Abstimmung über den Antrag PA 109. Wer ist für, respektive gegen diesen Antrag? Noch mehr Stimmkarten? Okay, dann stelle ich fest, dass der Antrag abgelehnt wurde. Gut, dann kommen wir jetzt zu einem Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung. Der Antrag wurde von der Versammlungsleitung gestellt. Der geänderte Antrag PA 107 soll vor den Blocksatzungsänderungsanträgen vorgezogen werden. Gibt es dazu eine Gegenrede? Das ist der Antrag zum Thema... Das ist mein geänderter Antrag zu der Leiharbeit. Ja, genau. Wir sind jetzt quasi mit dem Programm durch. Ja, stopp. Entschuldigung. Genau. Dann gibt es dazu eine Gegenrede? Ralf, bitte. Ja, ich denke, der GO-Antrag ist leider nicht zulässig, weil wir in der Satzung beschlossen haben, dass mit dem Tagesordnungspunkt Dringlichkeitsanträge behandelt wird. Moment, ich prüfe das gerade noch. In dem Satzungsänderungsvertrag vom Ralf steht drin, dass es im Unterkunft Dringlichkeitsanträge behandelt wird. Und damit kannst du das mit dem Geschäftsordnung anfangen. Das ist eine geile akademische Frage. Ich weiß, das ist ein Programm, sondern fertig. Ja, ich weiß. Ich weiß. Entschuldigung. Also, dann muss ich auch dem Antragsteller an der Stelle mitteilen, dass der Antrag leider im Widerspruch zur Satzung steht und damit als unzulässig zurückgewiesen wird. Und das müssen wir dann im Tagesordnungspunkt Dringlichkeitsanträge behandeln. Möglicherweise gibt es ja ja die Möglichkeit, dass man den GO-Antrag Dringlichkeitsanträge zumindest teilweise mit einzelnen Anträgen vorzieht oder so. Das wäre ja denkbar. Das müsstet ihr dann halt entsprechend beantragen. Gut, dann kommen wir zum Thema Satzungsänderungsanträge. An der Stelle möchte ich mitteilen, dass ich die Versammlungsleitung hier an der Stelle erst mal abgeben möchte. Das heißt, der Stefan müsse zurück auf die Bühne kommen. Ja, machst du erst mal weiter, aber ich gehe jetzt erst mal weg. Ja, kannst du auch. Michael, weiter, das ist gut. Dann mache ich mir hier drüben mal. Ja, mach mal. Wir machen weiter mit dem 103er. Programmantrag 103. Morgen früh. Ah, okay. Und 104 auch, oder was? Danke. Okay. Also, wir haben hier einen GO-Antrag auf Änderung der Reihenfolge beziehungsweise der Tagesordnung. Und zwar ist dieser Antrag gestellt von Jörg Witzel. Es hilft immer, wenn der Antragsteller das kurz noch mal dann begründet. Der weitestgehende Antrag, Satzungsänderungsantrag 01, soll vor dem 04 abgestimmt werden. Dieser Antrag sollte erst behandelt werden, wenn die Satzungsänderungsanträge sind. Das ist jetzt der Fall. Ansonsten würde ich das nicht fragen. Okay? Das ist jetzt der Fall. Sonst würde ich dich nicht bitten, deinen Antrag zu begründen. Also, wir haben den GO-Antrag, dass der 01er vor dem 04er abgestimmt werden soll. Gibt es da eine begründete Gegenrede zu? Ich dachte, das soll ich ihn erst begründen. Ja, sag erst mal was dazu. Also, es geht darum, dass wir verschiedene Anträge haben, die sich auf die VMBs beziehen. Und die Reihenfolge ist momentan so festgelegt, nach der Zustimmung in der Umfrage. Die ersten beiden, die jetzt drankämen, wären meine Anträge. Allerdings möchte ich zunächst einmal geklärt haben, ob wir überhaupt VMBs haben wollen oder nicht. Und das ist nämlich dieser Antrag. Wenn wir nämlich die VMBs abschaffen wollen, dann können wir das bitte gleich machen, können wir uns den ganzen Rest sparen. Dann ziehe ich meine Anträge zurück. Deswegen möchte ich erst diesen einen Antrag, der darauf hinaus hat, es abzuschaffen, behandelt haben. Dann sparen wir uns nämlich mit dem anderen Kram Zeit. So, Gegenrede? Unbegründet. Gut. Dann stimmen wir ab. Also, die blauen Karten würden bedeuten, wir ziehen es vor, und die roten würden bedeuten, wir tun es nicht. Ja, wenn keiner dagegen ist. Ja, dann wird der vorgezogen. Und wir unterbrechen mal ganz kurz. Die Versammlungsleitung muss sich beraten. Dauert nur einen kleinen Augenblick. Guten Abend. Es geht gleich weiter. Wir haben eine kleine Erklärung. Das betrifft die Satzungsänderungsanträge 4, 5, 18a und 18b. Da geht es ums V und B. Es gibt einen konkurrierenden Dringlichkeitsantrag dazu. Wir würden die gerne natürlich gleichzeitig behandeln. Wie ihr das eben beim Antrag vom H festgestellt habt, können wir satzungsgemäß diesen Dringlichkeitsantrag nicht vorziehen. Wir möchten aber die trotzdem konkurrierend behandeln. Diese formale Verklemmung lösen wir insofern, dass wir die Anträge 4, 5, 18a und 18b auf den Tagesordnungspunkt Dringlichkeitsanträge verschieben. Und wir fangen jetzt an mit den anderen Satzungsänderungsanträgen. Ja, danke schön. Warum? Ist der konkurrierend dazu? Du wolltest den vorziehen. Ich wollte sehen, dass genau alle dazugehörten. Das muss ich ja konkurrieren. Ich glaube, ich mache das, dass wir alle brauchen. Richtig, dann brauchen wir die gar nicht mehr. Andererseits, Jörg. Wir können den auch jetzt behandeln. Wir beginnen jetzt mit Satzungsänderungsantrag 1. So, sobald der Markus anfängt zu reden, läuft die Zeit. Hallo. Ich stehe heute hier, weil ich beantragt habe, dass das positionierende virtuelle Meinungsbild aus der Satzung gestrichen werden soll, meiner Meinung nach. Warum möchte ich das? Bei diesem positionierenden virtuellen Meinungsbild handelt es sich um eine elektronische Abstimmung. Das nennt man auch E-Voting. Dieses E-Voting hat mal grundsätzliche Probleme in der Form, wie wir es durchführen. Es ist nämlich durch alle Personen, die an dem Meinungsbild beteiligt sind, im Prinzip nicht möglich nachzufüllen, ob dieses Meinungsbild richtig gelaufen ist. Man kann es auch nicht von außen prüfen. Es erfüllt nicht die Anforderungen an Transparenz eines Wahlverfahrens, das ja in dem Fall stattfindet. Also, wir können nicht nachvollziehen, wer hat abgestimmt, wie viele haben abgestimmt, ist die Abstimmung richtig, also wurden vielleicht weitere Tickets gefälscht, das heißt, haben Leute doppelt abgestimmt vielleicht, weil sich zum Beispiel ein Ticket, das nicht benutzt wurde, von einem inaktiven Mitglied genutzt wurde. Wir können das nicht nachvollziehen. Und deswegen möchte ich, dass wir diese Form von virtuellen Meinungsbildern nicht dafür nutzen, um Positionen zu bestimmen. Wir können gerne, und das habe ich selbst auch schon gemacht, mit diesen virtuellen Meinungsbildern Positionen abfragen, hinsichtlich dem, dass wir schauen, wie sind Stimmungen in der Partei, was gibt es für Positionen, dass Antragsteller sich Feedback zu ihren Anträgen holen können. Aber ich möchte nicht, dass wir auf Wahlverfahren setzen, die im Prinzip überhaupt nicht nachvollziehbar sind, und komplett intransparent sind und die auch noch von außen mit einem, je nachdem, von welcher Stelle man das System angreift, relativ einfach manipuliert werden können. Bitte nehmt den Antrag an und lasst uns zeigen, dass wir nicht einfach E-Voting verwenden, ohne das kritisch zu hinterfragen. Und dann stimmt bitte für den Satzungsänderungsantrag 01. Dankeschön. Wir kommen zum Meinungsbild. Wer wäre denn für, beziehungsweise gegen diesen Antrag? Du siehst es selbst und du kommentierst es auch, Markus, das ist überwiegend negativ. Auch wenn das Ergebnis abzusehen ist, möchte ich kurz noch was dazu sagen. Wir machen das so, dass wir diese positionierenden Meinungsbilder machen, um eine Position zu beziehen. Andere Parteien machen das ganz anders. Bei denen werden die Positionen einfach vom Vorstand beschlossen, ohne jegliche basisdemokratische Beteiligung. Dieses Meinungsbild ist nicht optimal, aber es ist auch nicht völlig unsicher. Klar, Fälschungen sind möglich. Fälschungen könnten auffallen. Es ist nicht garantiert, dass sie auffallen. Es ist bei bestimmten Arten unwahrscheinlich, dass sie auffallen, wenn sie in kleinem Maße geschehen. Wahrscheinlicher, wenn es in großem Maße geschieht. Was wir aber haben mit dem VMB, ist ein Tool, was eine sehr hohe Akzeptanz hat und eine sehr hohe Beteiligung, die deutlich höher ist als die Beteiligung an allen anderen basisdemokratischen Tools. Deswegen lasst uns dieses System beibehalten. Auch wenn es Schwächen hat, lasst uns die Schwächen gegebenenfalls ausbessern, indem wir zum Beispiel stichprobenartig Mitglieder zur Überprüfung, ob ihr Token richtig erfasst wurde, auffordern. Aber lasst uns dieses System behalten. Lasst uns nicht ein System über Bord werfen, was uns gut gedient hat, was gut funktioniert und mit dem wir, denke ich mal, innerhalb der gesamten Piratenpartei eines der besten Systeme haben, die es irgendwo in einer Piratenpartei gibt. Papierwahlen sind auch nicht perfekt, wie wir am Bundesparteitag gesehen haben. Vielen Dank. So, wie ihr vielleicht wisst, ich betreue ja diese virtuellen Meinungsbilder und ich stimme dem Antragsteller für diesen Antrag zu. Es gibt eine ganze Reihe von Lücken in dem System, die Angriffe auf unser jetziges System ermöglichen. Das sind, also zum Beispiel das Verschicken per E-Mail von diesen Tokens, da müssen wir möglichst schnell von wegkommen. Wir müssen das weiterentwickeln, müssen das sicherer machen. Weil nur, wenn es sicherer wird, können wir es eben wirklich später vielleicht auch mal im Bund einsetzen oder eben auch, sag mal, breitflächlich, vielleicht im kommunalen Bereich oder sowas solche Tools einsetzen. Und dafür ist das, was wir jetzt momentan haben, noch nicht geeignet. Aber wir sind hier in Hessen momentan die Einzigen, die in der Piratenpartei eine geheime Abstimmung machen können. Und ich bin sehr, sehr froh darum, dass wir diese Möglichkeit hier haben und ich werde alles tun, um das System auch sicherer zu machen und da vielleicht auch zu ersetzen durch modernere Systeme, die eine sichere, geheime Abstimmung ermöglichen. Ich möchte an dieser Stelle übrigens einen Preis aussetzen. Ich werde 1.000 Euro an den Landesverband spenden, wenn mir jemand einen einzigen wissenschaftlichen Artikel oder eine Veröffentlichung in einem wissenschaftlichen Journal oder sowas bringt, der auch nur versucht nachzuweisen, dass man keine geheimen Online-Abstimmungen machen kann. Bringt mir irgendeinen Professor irgendeinen Artikel, der auch nur irgendwo veröffentlicht wurde, der beweist, dass es nicht geht. Das ist ein Thema in der Informatik, da wird seit zehn Jahren dran geforscht. Es gibt Dutzende von Ansätzen, das zu machen. Es gibt fertige Systeme, die wir uns installieren können da draußen. Wenn mir jemand einen einzigen Artikel bringt, der beweist, dass es nicht geht oder zumindest versucht, das zu beweisen, spende ich 1.000 Euro von meiner Kohle an den Landesverband. Ich möchte in der Debatte noch einmal den Fokus darauf lenken, dass wir in unserer Satzung nur den Prozess definiert haben und eben nicht das Tool. Das Tool können wir weiterentwickeln. Da gibt es ja auch schon diverse Bestrebungen, dies zu tun, weil das ist sicherlich alles andere als perfekt. Und an dem Prozess und dem Tool können wir beides sicherlich weiterarbeiten, aber das sollten wir eben nicht über das Knie brechen, sondern eben einfach langsam und vorsichtig weiterentwickeln, so wie wir es ja seit dem ersten Beschluss zum virtuellen Meinungsbild oder aus dem der hervorgegangen ist, der führt aus dem Jahr 2009 Frankenau zurück. Danke. Es gibt Sicherheitslücken in diesem Tool, sage ich jetzt mal, die du ja vorhin auch genannt hast. Ein Beispiel war der Token, der könnte mehr oder weniger zweckentfremdet werden, da kann jemand meine E-Mail, sagen wir mal, klauen oder ich kann ihn bewusst weitergeben. Ich bin im September in Urlaub. Ich werde meine Wahlunterlagen per Brief bekommen, das kann mir jemand klauen und ich kann auch die Wahlunterlagen für die Bundestagswahl an jemand weitergeben, absichtlich. Ich würde deshalb nie den Antrag haben wollen, dass es keine Briefwahl mehr gibt und das sehe ich bei einem VNB genauso. Ich finde die Argumentation der Antragsgegner etwas problematisch, so nach dem Motto, ja, das Ding ist nicht nachvollziehbar, man kann dran rummorscheln und sonst was, aber wir wollen es trotzdem behalten, einfach, weil wir damit eins haben. Also das halte ich für problematisch, weil zum einen, wenn die Sicherheit nicht gewährleistet ist, aber bindende Beschlüsse damit erzeugt werden sollen, würde man sich legal angreifbar machen, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den ich für eher schwerwiegender halte, es ist keine Transparenz gegeben und die Piratenpartei steht doch eigentlich immer für Transparenz und würde sich damit letztlich selbst ad absurdum führen. Das ist ja so nicht ganz korrekt. Also A wird bei jedem virtuellen Meinungsbild am Ende eine Tokenliste ausgespuckt, wo jeder nachschauen kann, ob sein Token die Abstimmung hat, die er selbst getan hat. Das heißt, wenn alle es nachprüfen würden und die Gesamtheit der Stimmen das Ergebnis ist, was das VNB ausspuckt, dann ist dies nachgewiesen, dass es keine Manipulation gibt. Das ist eine theoretische Prüfung. Sie kann nur funktionieren, wenn 100% der Leute, die abgestimmt haben, die Token überprüfen am Ende. So, das ist das Erste. Das heißt, Transparenz ist gegeben und auch die Nachprüfbarkeit ist theoretisch gegeben. Das ist immer noch manipulierbar. Ich kann jetzt hier meinen Token irgendjemand anders geben oder sonst weiter. Das hast du bei allen Online-Systemen. Du kannst jeden Account weitergeben und so weiter und so fort. Davor sind wir nie gefeilt. Auch hier könnte jetzt jemand sitzen, der hat so ein Akkreditierungsbändchen, eine Stimmkarte, wo wir es noch nie von jemandem gesehen wurden. Hey, der stimmt mit ab. Also auch an dieser Stelle sind wir offline. Genauso angreifbar wie online. Danke. Ich sehe an dem Antrag ein grundsätzliches Problem, was wir vorhin bei dem anderen Antrag auch gehabt hatten. Nämlich, wir streben so ein bisschen, so habe ich den Eindruck, manchmal die Perfektion an und in voller guten Absicht schütten wir das Kind mit dem Bader aus. Was ich mir wünschen würde, also die Piraten, so wie ich sie kennengelernt habe, waren eine, ich sage jetzt mal in der Vergangenheit, mal überspitzt, ja so ein bisschen, die Bestand aus einem Großteil von IT-Experten. Dieses virtuelle Meinungsbild, das Werkzeug ist ein IT-Werkzeug. Der Ralf Braschack hat in der Vergangenheit immer wieder aufgerufen, an einer Weiterentwicklung des Meinungsbildes mitzuarbeiten. Leider gab es viele Gründe, warum das halt nicht jetzt unterstützt wurde. Aber statt jetzt die Keule rauszuholen und einfach jetzt uns einer, das sagte der Jan vorhin, und ich muss sagen, der Jan ist jemand, der jeder weiß vielleicht, der Jan hatte damals bei dem neuen Personalausweis die Sicherheitslücke rausgefunden, das ist jemand, der sich im Sicherheitsumfeld sehr gut auskennt. Wenn der Jan schon sagt, wir haben hier ein Tool, ja, es ist nicht perfekt, aber trotzdem ist es immer noch viel, viel mehr, als jetzt überhaupt nichts zu haben, sollten wir an der Stelle lieber uns darauf konzentrieren, zu sagen, okay, wir identifizieren die Schwächen und wir gehen sie hier mal geballt an mit allen IT-Experten, wie wir sie hier in der Partei haben. Aber jetzt deswegen zu sagen, wir streichen das mal eben, weil es jetzt nicht unserem superperfekten Anspruch entspricht, muss ich sagen, das ist für mich, sich zu fokussiert und überhaupt nicht, auch wie ich die Piraten wahrnehme, nämlich als progressiv, ja, verbessern und auch als iterativen Prozess zu sehen, was wir jetzt haben, ist nicht gut, aber wir machen es beim nächsten Mal besser, aber nicht, wir machen überhaupt nichts mehr. Danke. Ich möchte nur noch anmerken, dass dem noch nicht Perfekten des Verfahrens und der noch Unsicherheit des Verfahrens ja durchaus Rechnung getragen wird, weil es sind nur Positionen, wir können keine Satzungsänderungen darüber beschließen und wir können keine Wahlprogramme damit beschließen, sondern lediglich Positionen und die eben momentan auch noch im Vorbehalt, dass sie von jedem Landesparteitag wieder gekippt werden können. Von daher sehe ich hier schon eine Abwägung zwischen den Fähigkeiten und der Güte des Systems und dem, was wir über das System machen. Also, ich persönlich bin momentan dabei, einer weiteren Entwicklung und einer Verbesserung des Systems zu arbeiten und würde mich auch über weitere Mitarbeiter freuen. Danke. Also, ich bin grundsätzlich der Meinung, wer einen Status Quo verändern möchte, muss nicht nur die Nachteile des Status Quo aufzeigen, sondern auch die Vorteile seiner Veränderung. Angenommen, wir hätten kein positionierendes Meinungsbild, dann haben wir je nach Geldlage, je nach Zeitlage zwei, eventuell drei Parteitage im Jahr, wo wir eine Position festlegen können. Was passiert denn dann in der Zwischenzeit? Man steht irgendwo und wird mit einer Fragestellung konfrontiert, auf einem Infostand oder wo auch immer. Wie positioniert ihr euch denn da? Und dann trifft jeder Einzelne eine Ad-Hoc-Entscheidung. Ich sage dazu nichts, ich sage dazu meine persönliche Meinung oder ich versuche irgendetwas herzuleiten aus dem Fundus dessen, was wir schon beschlossen haben. Das ist ein erheblich höheres Maß an Unsicherheit und es ist erheblich manipulationsanfälliger hinsichtlich der Frage, welche Position wir eigentlich haben, als das System des virtuellen Meinungsbildes, so wie wir es heute nutzen. Auch die Möglichkeit zu sagen, Moment mal, da will jemand etwas durchsetzen, was ja vielleicht gar nicht mehrheitsfähig ist. Nein, auch in dem virtuellen Meinungsbild muss ja erstmal noch die Mehrheit finden. Haben wir es nicht mehr, haben wir einen großen Zeitraum, wo jeder für sich selbst bestimmt, wie er die Frage, wie positioniert ihr euch eigentlich, beantwortet. Und da Menschen auch Antworten geben, ohne dass drei andere daneben stehen, Protokoll führen, ist das, was wir haben, wenn wir kein virtuelles Meinungsbild mehr haben, was uns eine Position ermöglicht, wesentlich anfälliger. Wir haben überhaupt nicht mehr den Nachweis, dass es eine Mehrheit ist, eine kleine Minderheit, eine große Minderheit. Ich denke also, das Aufzeigen der Schwächen, die das System jetzt hat, das ist vielleicht dem Antragsteller gelungen, aber darzustellen, warum es dann besser wäre, das System nicht mehr zu haben, die Begründung fehlt mir. Deswegen bin ich dringend dafür, diesen Antrag abzulehnen und das virtuelle Meinungsbild auch zur Positionierung im Landesverband weiter einzusetzen. Nur eine kleine Anmerkung, hier soll nicht das VMB abgeschafft werden, sondern nur der 4.8 in der Satzung, der die Positionierung bestimmt. Wenn wir jetzt ein Meinungsbild einreichen und 90 Prozent der Teilnehmer und davon vielleicht 30 Prozent der angeschriebenen Teilnehmer sind und da so eine Rückmeldung bekommen, die weit größer ist als ein Parteitag, dann können wir davon ausgehen, dass das eine Meinung ist, die die Partei vertritt. Die Frage ist, ob das rechtlich sicher ist, was hier steht in 4.8 und das ist einfach der Punkt, das kann man auch streichen, wenn es nicht rechtlich sicher ist. Schaden, dass der Markus jetzt nicht da ist, der könnte das bestimmt noch mal einiges besser erklären, aber das virtuelle Meinungsbild wird durch diesen Antrag an sich nicht abgeschafft. Ja, ich bin ja der vorsitzende Richter des Landesschiedsgerichts und somit einer dieser Bösewichte, der genau diesen Passus aktuell für rechtswidrig erklärt hat in der einstweiligen Anordnung. Jetzt ist es so, dass wir das als solches erstmal auch in der Satzung durchaus stehen lassen können und in die Hauptsache gehen können. Wenn das jetzt rausgenommen wird, dann wird das Landesschiedsgericht darüber natürlich nicht mehr entsprechend verhandeln können und der Streitgegenstand das entfallen. Ansonsten lassen wir es jetzt einfach drin und das Landesschiedsgericht wird dann mit Sicherheit eine entsprechende Rechtsbeurteilung diesbezüglich abgeben. Dann muss hier auch nicht großartig darüber diskutiert werden, was daran jetzt irgendwie rechtssicher ist oder nicht. Die Rednerliste ist jetzt geschlossen. Wer noch was sagen will, bitte jetzt erkennbar zum Mikrofon gehen. Ich habe jetzt, glaube ich, die Möglichkeit, ein Zwischenstatement abzugeben. Genau. Ich habe hier verschiedene Argumente gehört. Es wurde gesagt, ich könne überprüfen, ob meine Stimme richtig abgegeben wurde. Ja, das kann ich. Damit ergeben sich auch noch zwei weitere Dinge. Ich kann nämlich nachweisen, was ich abgestimmt habe. Das bedeutet, die Wahl ist nicht mehr geheim. Zweiter Punkt, also ich meine, Google kennt quasi, weil ich Google Mail benutze, meine Tokens und dann kann Google quasi schauen, wie ich abgestimmt habe. Also geheim ist das nicht. Zweiter Punkt ist, dass ich aber, selbst wenn ich jetzt sage, das war anders und das war manipuliert und bei mir steht bei meinem Token was anderes drin, wie will ich das nachweisen? Was soll ich dann sagen? Wenn ich dann hingehe und sage, ich habe jetzt das andere, das abgestimmt, dann sagen wir alle, ja, du bist doch sowieso dagegen. Was willst du? Du willst es jetzt nur treuen hier. Ich kann es nicht nach, also das ist keine wirklich Überprüfung von Manipulation an der Stelle. Der andere Punkt ist, es wurde gesagt, wir müssen hier, also erstens mal, ich muss Alternativen zeigen und zeigen, was besser ist. Was besser wäre, wäre, dass wir kein Tool haben, das uns quasi über, das überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Das würde dann quasi durch ein Tool ersetzt werden, das nur Positionen abfragt. Warum sollten wir es jetzt hier abschaffen? Wir sollten, denke ich, zeigen, dass wir uns kritisch E-Voting gegenüber zeigen. Ich denke, was würdet ihr denn machen, wenn der Staat jetzt sagt, wir führen das VMB ein mit allen Bürgern? Dann würden doch alle aufschreien und sagen, das ist überhaupt nicht nachvollziehbar. Aber bei uns machen wir das. Ich finde, das ist eine Doppelmoral. Wir führen auf der einen Seite, sagen wir, wir sind gegen Wahlcomputer bei öffentlichen Wahlen. Auf der anderen Seite wollen wir so etwas in unserem innerparteilichen Ding haben. Und ich finde eigentlich, dass wir für beides dieselben grundsätzlichen Ansätze wählen sollten. Deswegen, ja, Dankeschön. Ja, dazu kann man natürlich gleich erwidern, dass, haben wir so etwas auf der Bundesebene, zum Beispiel die E-Petition, 50.000 Unterschriften haben erst letztlich Netzneutralitätspetitionen erreicht. Wir haben das auf der EU-Ebene als EU-Bürgerinitiative, wo man online unterschreiben kann. Das heißt, wir haben ähnlich gestrickte Systeme, die auch so sind, die aber eben auch keine Abstimmung letztendlich so machen. Und wir stimmen damit ja auch keine Programme, keine Satzung, keine Positionspapiere ab, sondern eben einfach nur Positionen, wie zum Beispiel Kinderförderungsgesetz, sind wir gegen das Ding, sind wir für das Ding? Oder wenn jetzt zum Beispiel Tempo 120 als Diskussionspunkt irgendwie in der Landtagswahl kommen würde, unser Landtagsparteitag ist vorbei, wie positionieren sich die Piraten dazu? Da fragen wir die Basis. Und entsprechend, das Lustige ist ja, was der Sepp gesagt hat, wenn 90 Prozent dann dafür sind und so weiter, ja genau, das regelt diese Satzung, oder diese Satzung an der Stelle, mit welchen Kriterien ab, wann denn die Positionierung ermöglicht wird. Und die weiteren Satzungsänderungsanträge zollen ja auch dem Gerichtsurteil ein bisschen entsprechend, dass halt der Landesvorstand als Organ damit hineinkommt und so weiter und so fort. Und wir haben den Vorbehalt des Landesparteitags, das Ding verfällt. Also alle Positionen, die wir damit beschlossen hätten, hätte das Landesschiedskrieg sich nicht gekippt, wären sowieso heute obsolet gewesen. Also wir haben das Ding schon möglichst vorsichtig, möglichst so weit, wie es gerade noch geht, um halt eben genau diese Problematik E-Voting, dass wir keine Personen damit wählen, dass wir keine Satzung damit bestimmen, dass wir keine Programmpunkte damit bestimmen, sondern das machen wir hier im Landesparteitag. Und das Ding ist einfach dafür da, dass wir das zwischen Landesparteitag, wie jetzt zum Beispiel im Wahlkampf, weil wir davor haben, weil wir keinen Landesparteitag mehr, eben Dinge positionieren können, einfache Dinge. Und dafür ist es da. Und das möchte ich keinem Vorstand und keinen Kandidierenden sonst irgendwas überlassen. Das soll die Basis entscheiden. Bezüglich der von selbst angesprochenen rechtlichen Unsicherheiten ist noch anzumerken, dass es ja weitere Satzungsänderungsanträge gibt, die versuchen genau das zu heilen und deswegen ist das kein Argument dafür, das komplett abzuschaffen. Deswegen plädiere ich auch dafür, diesen Antrag abzulehnen. Schlussworte? Ja, ich denke, ich habe schon viel gesagt. Bitte nehmt den Antrag an und zeigt, dass wir nicht einfach blind der Technik folgen, sondern dass wir weiterhin kritisch uns mit Technik auseinandersetzen und dass wir an der Stelle auch mal sagen, okay, wir haben was ausprobiert. Es haben sich Probleme ergeben. Es ist vielleicht doch nicht der richtige Weg, gewesen und lasst es uns was anderes versuchen. Wir haben viele Möglichkeiten, gerade diese Sache mit, es gab ja viele Ideen, auch Offline-Verfahren, vielleicht auch Hybrid-Verfahren zu nehmen. Das heißt ja nicht, dass wir das nicht machen müssen jetzt überhaupt, sondern dass wir vielleicht einfach einen anderen Weg gehen als diesen Weg über dieses E-Voting, sondern ich bin da durchaus offen, aber bitte halt nicht so. Vielen Dank. Stimmt bitte für den Satzungsänderungsantrag. Wir kommen zur Abstimmung. Wer ist für beziehungsweise gegen diesen Antrag? Der Antrag ist abgelehnt. Dann kommen wir zum Satzungsänderungsantrag 7, Mindestvoraussetzungen für Kreisverbände. Der ist von Bernhard Kern. Wie bekannt ist Bernhard nicht da. Möchte jemand anderes diesen Antrag vorstellen? Das ist nicht der Fall. Gibt es Redebeiträge? Du willst ihn vorstellen? Aber gerade so, Ruben, aber gerade so. Hopp, hopp, Gas, Gas, Gas hier. Ja, es geht eben darum, dass keine Kreisverbände gebildet werden sollen. Und zwar gilt das halt für zukünftige, die nicht mindestens 42 Piraten in ihrem Kreis haben. Das ist als solches sehr sinnvoll, da wir eben uns unfassbar viel mit Selbstverwaltung beschäftigen. Und es tut mir wirklich leid, aber wir haben Besseres damit zu tun, als unsere Kraft dafür zu vergeuden, irgendwie die Zeit und Geld und so weiter in Selbstverwaltung zu stecken. Und daher bin ich ganz klar dafür, eine entsprechende Hürde da einzubauen. Es kann sein, dass auch eben ein kleiner Kreis sinnvoll ist. Deswegen ist in dem Antrag meines Wissens nach auch, man sieht dann ja jetzt nicht hier ganz, was drin, dass im Antrag dann der Vorstand, glaube ich, darüber entscheidet. Ist das richtig? Kannst du nochmal runterscrollen? Ich habe den schon vor einer Zeit gelesen. Ah, genau. Der Vorstand entscheidet es dann und der Landesparteitag muss es dann bestätigen. Deswegen ist es als solches auch unkritisch. Da muss man keine Angst haben, dass eben diese Hürde dann vor allem alte Kreisverbände oder so verhindert, die vielleicht weniger Mitglieder haben als 42. Meinungsbild. Wer ist denn dafür beziehungsweise gegen diesen Antrag? Ich stelle fest, das ist kaum definierbar, dank 20 Abstimmungen, aber tendenziell negativ. Redebeiträge. Ich habe eine Verständnisfrage. Es gibt bereits Kreisverbände, die in ihrer Satzung das geregelt haben, wie die das mit Ortsverbänden machen wollen. Inwieweit sind diese Paragraphen dann weiterhin gültig? Das ist für Kreisverbände. Ja, ja, aber Kreisverbände haben bereits in ihrer eigenen Satzung schon eine Regelung zu den Ortsverbänden. Das ist ja für die Landessatzung. Ja, aber es geht um Kreisverbände, nicht um Ortsverbände. Ach so, danke. Ja, also diese Hürden, die hier drinstehen, sind derartig hoch. Wenn wir weiterscrollen, sehen wir, da steht irgendwas noch von 23 Leuten. Ich vermute, dass kein Kreisverband von Hessen das erreichen würde, mit Ausnahme von Frankfurt vielleicht, und dass damit, ja, und dass damit die Kreisverbände praktisch tot wären und die, die jetzt noch sich gründen müssten oder die sich jetzt noch gründen wollen, durch diese Hürde praktisch tot gemacht wären. Deswegen der Antrag ist abzulehnen. Ja, ich bitte auch darum, diesen Antrag abzulehnen, weil dieser Antrag ist die Bankrotterklärung für die Kommunalpolitik. Wie wollen wir Kommunalpolitik machen, wenn wir keine Kreisverbände haben, keine Ortsverbände? Wir brauchen die Ansprechpartner vor Ort. Die werden eben auch von der Bevölkerung dort benötigt und angesprochen. Und wenn wir das alles nur noch auf Landesebene machen wollen, dann findet keine Kommunalpolitik mehr statt. Was auch hier drin ist, wieder diesen sinnlos hohen Hürden. Also wenn wir doch die Dinger verbieten wollen, schreiben doch gleich rein, wir verbieten die Kreisverbände und machen keine sinnlos hohen Hürden da rein. Die aussehen, als ob man sie schaffen könnte. Danke. Ja, also ich halte den Antrag für die Kreisverbände gelinde gesagt für eine Frechheit. Denn wir stehen für Freiheit. Wir haben fast alle Kreise in Hessen bereits Kreisverbände und hier sitzen primär Piraten, die in Kreisverbänden organisiert sind. Und ihr wollt jetzt den letzten fünf Regionen, die wir haben, sei es Limburg, Weilburg, Vogelsberg, Hersfeld, Rothenburg und da oben noch einer der anderen Kreise, verbieten noch Kreisverbände zu sein, wo alle anderen dies seit 2009, ich gehöre zu denen, die den zweiten Kreisverband hier in Hessen gegründet haben, das geht nicht. Lasst doch die Basis vor Ort dies entscheiden und ob sie diese Verwaltungsarbeit, ich meine, man kann Kreisverbände auch relativ verwaltungsfrei führen, wenn man das möchte und lasst sie das auch vor Ort entscheiden. Letztendlich, dafür stehen wir und das haben wir bisher die letzten Jahre gemacht, wir haben keinen anderen Kreisverband gegängelt, sich nicht zu gründen. Und wir müssen vielleicht ein Stück weiter hingehen, Kreisverbände zu konsolidieren, dass sie sich zusammenschließen und so weiter und so fort, ein bisschen Overhead abzubauen und auch zu hinterfragen, ob wir unsere Verwaltungsstrukturen so ausnutzen, wie wir das wollen. Ja, definitiv, aber bitte nicht auf diesem Weg. Danke. Ich muss sagen, ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Zum einen haben wir schon Kreisverbände und es ist ein bisschen blöd, wenn wir in den Gebieten, wo die noch nicht existieren, höhere Hürden aufbauen als dort, wo sie schon existieren. Andererseits, mir ist gerade heute jemand aus einem Kreisverband entgegengekommen und hat mir gesagt, eventuell werden sie auf dem nächsten außerordentlichen Kreisparteitag keinen Vorstand zusammenbekommen. Das im Wahlkampf. Da ist es besser, keinen Kreisverband zu haben, als einen nicht handlungsfähigen. Von daher bin ich eigentlich eher dafür, diesen Antrag anzunehmen, dass man auch da sozusagen ein bisschen Anreiz schafft, dass sich dann eventuell zwei Kreise zu einem Kreisverband zusammentun, um dann entsprechend eher handeln können. Ja, ich möchte mich da dem, was Lothar gerade gesagt hat, anschließen, sogar, was den Zwiespalt betrifft. Ich finde auch, ja, ich bin aus dem Kreisverband Gießen-Lahn-Dill. Wir haben uns vor einigen Monaten zusammengeschlossen zu einem gemeinsamen Kreisverband, der alte Kreis Gießen und der Kreis, der bis dahin verbandsfreie Kreis-Lahn-Dill. Wir haben, ich bin Schatzmeister dort geworden und zwar deswegen, weil überhaupt niemand anderes den Schatzmeisterposten machen wollte. Wir hätten sonst den Kreisverband, wenn ich das nicht gemacht hätte, hätten wir keinen Vorstand wählen können, der Kreisverband wäre gescheitert. Martin Zindl hat vorhin seine Kandidatur zum Schiedsrichter zurückgezogen, weil er Schatzmeister in Marburg bleiben wollte, weil sonst dort niemand den Schatzmeister machen will. Gabi, die in Marburg die neue Vorsitzende ist, ist in Marburg Vorsitzende und arbeitet deswegen kaum noch im AK Soziales mit. Sie ist dort Vorsitzende, weil irgendwie sonst vermutlich kein Vorstand zusammengekommen wäre. Mir fallen noch etliche Bereiche ein, wo Leute einfach in Verwaltungsarbeit gebunden sind, nur weil wir so kleine Strukturen haben, dass lauter Leute besetzt sind, die uns für wichtige inhaltliche Arbeiten wegfallen. Ich bin total dafür, auch wenn mir das für die verbleibenden Gebiete leidtut, die Bildung von zu kleinen Einheiten zu unterbinden. Das ist einfach gegen unser eigentliches Parteiziel, dass wir inhaltlich arbeiten wollen. Deswegen kann ich nur dafür plädieren, diesen Antrag anzunehmen. Also ich sehe die Piraten als so flach organisiert, dass wir keine Gliederungen brauchen, sondern dass wir auch ohne eine Gliederung vor Ort genügend Aktivität aufbauen können. Es gibt die Möglichkeit, Beauftragungen durch den Landesvorstand für örtliche Arbeit zu machen. Es gibt die Möglichkeit, auch an der Stelle auch Gelder zu bekommen, um irgendwas zu machen. Das ist doch kein Hindernis. Aber lasst uns den Antrag annehmen. Im Zweifel kann man fusionieren. Wir haben in Darmstadt-Dieburg und in der Stadt Darmstadt zusammen einen gemeinsamen Kreisverband und das funktioniert gut. Wir haben einen großen Vorstand, der viele Themen bearbeiten kann. Ich wüsste nicht, wenn wir jetzt noch weniger Leute wären, wie wir das dann hinbekommen sollten, diesen riesigen Aufwand an Arbeit, der letztlich darauf zukommt, wenn man sowas ordentlich und gescheit machen will und jedes Thema bearbeiten will, was in der Verwaltungsarbeit notwendig ist, wenn man im Prinzip nur wenige Leute hat und dann auch sich immer darauf verlassen muss, dass diese Leute am Ende wieder quasi weitermachen und in diese Arbeit gebunden sind. Lasst uns Grenzen setzen. Wir haben immer noch die Möglichkeit, an der Stelle, dass, wenn Leute wirklich begründen können, dass sie eine gute Arbeit vor Ort machen können und dass sie es wirklich stemmen können, dass wir das beantragen können und dass es die Möglichkeit gibt, das zuzulassen, auch auf anderem Wege außerhalb der Satzung, also da sind ja genügend Ausnahmeregelungen drin und ansonsten würde ich sagen, das kostet ja auch Geld, also alles Buchhaltung, die dahinter steht, muss geführt werden, jedes Mal müssen da Eintragungen gemacht werden, ich kenne mich damit jetzt nicht so gut aus, aber wir brauchen Grenzen an der Stelle. Ich finde die Zahlen ganz cool, weil die so schöne Zahlen sind und das passt aber auch von der Höhe her insgesamt, also nehmt den Antrag bitte an und dann haben wir an der Stelle eine gute Hürde. Danke. Es ist viel gesagt worden, auch vieles Gutes von den Vorrednern gerade. Ich möchte mich nur kurz fassen, bitte nehmt den Antrag an, es polarisiert unheimlich, wie viele Leute hier sind, es gibt Kreisverbände, die gründet worden sind, vor denen hört man von den Aktiven nichts mehr, weil die Aktiven in den Vorstand sitzen. Das finde ich sehr schade, gerade im Wahlkampf brauchen wir Leute, die was machen, auch Vorstände, aber wenn zu wenig Vorstände sind, sollen sie irgendwie, wie Markus sagte, eine Beauftragung bekommen für den Bereich und so. Deshalb nehmt ihn an. Danke. Ja, ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass wir als, sagen wir mal, bottom-up basisdemokratische Partei einen Vorstand, einen Kreisverband als verwaltungstechnische Struktur brauchen, wenn zu viele Mitglieder an einem Strang ziehen müssen. Wenn sich kleine Gruß gründen, wie es in Bayern jahrelang der Fall war, dann kann man so genauso Arbeit leisten. Man braucht dazu keinen Kreisverband. Der Kreisverband ist im Prinzip einfach nur eine Verwaltungsstruktur, die Geld kostet und die nur dann notwendig ist, wenn es ausufert, also wenn es zu viele Mitglieder sind, die irgendwie organisiert werden müssen. Man braucht bei kleinen Kreisen keinen Kreisverband, um vernünftig Piratenarbeit zu machen. Ich verstehe Lothars Zwiespalt recht gut. Ich kann auch inhaltlich die Position meiner Vorredner gut oder prima nachvollziehen und möchte euch deshalb bitten, den Antrag abzulehnen, und zwar aus dem Grund, weil wir hier, oder ich nicht hingehen will und mir darüber Gedanken machen will, ob andere Landkreise es Sinn macht oder keinen Sinn macht, dass sie einen KV gründen. Das ist denen ihre Entscheidung und da würden wir uns mit so einer Regelung darüber hinwegsetzen und wie gesagt, die Sinnfrage ist eigentlich eine ganz andere. Das sollen aber die Leute vor Ort entscheiden, wollen sie einen gründen oder nicht, macht es Sinn oder nicht. Und dann habe ich noch eine konkrete Frage an den Antragsteller, den ich nicht mehr... Ah ja, doch, der ist er. Der Antrag auf Gründung ist von mindestens 13 Piraten zu unterzeichnen, die innerhalb des Gebiets der Gemeinde ihren Wohnsitz haben, der Kreisverband gegründet werden soll. Wenn ich also zum Beispiel in Marburg-Bieden komme, ich hätte und würde das in Marburg machen, würde ich 13 Leute zusammenkriegen, mache ich es außerhalb von Marburg, wohl aber noch im Landkreis, kann ich durchaus eine Gemeinde haben, wo keine 13 sind. Also das verstehe ich überhaupt nicht, was dieser Satz soll. Ich habe gerne mal eine Nachfrage, das mal zu erläutern. Es gibt einen Kreis, sehr viele Gemeinden. Wenn ich mir eine kleine Gemeinde raussuche, habe ich da keine 13 Leute. Also das ist... Da muss ich mir die größte nehmen vielleicht. Was soll das? Ich wollte nur mal ganz kurz sagen, eure kleinen Nebengespräche schallen bis hier oben. Also ich meine nur so, ist eure Versammlung vielleicht ein bisschen leiser, das wäre lieb. Wir sind eh gleich fertig. Bezüglich der Gemeinde bezieht sich das ja an sich auf den Kreis, in dem sich die Mitglieder gründen. Das ist jetzt ein wenig unglücklich formuliert, aber es ist von dem Sinn her, ganz klar, der Gesamtkreis zu betrachten. Also die Mitglieder, die in dem Gesamtgebiet wohnen. Und das ist auch mit dem Text vereinbar. Nein, also Gemeinde und Kreis sind zwei grundsätzlich unterschiedliche Dinge. Das ist also auch in der Gemeindeordnung in Hessen geregelt. Das wäre wieder so ein klassischer Fall, wo ich dringend darum bitten würde, den Begriff Gemeinde durch den Begriff des Kreises zu ersetzen, weil es sind zwei unterschiedliche Dinge. Nichtsdestotrotz, selbst wenn das inhaltlich an der Stelle jetzt gefixt werden würde, wir haben ja die Möglichkeit dafür geschaffen, würde ich dringend dafür werben, das Ding abzulehnen. Und zwar aus folgendem Grunde. Wir geben oben einen numerischen Wert vor und glauben damit, eine Anzahl an Aktiven erfasst zu haben. 20 Aktive sind alle mal mehr wert als 42 Inaktive. Das heißt also, da eine Relation herzustellen, hat überhaupt nichts mit dem Kontext zu tun. Ich möchte mal so ein bisschen aus unserem Kreis berichten. Ich war ein Jahr im Landesvorstand. Ich bin jetzt im zweiten Jahr im Kreisvorstand. Ich kann wirklich für mich in Anspruch nehmen, festzustellen, wie wenig Arbeit es macht für die Verwaltungsarbeit im Vorstand. Sehr häufig hat man die Situation so, dass die Aktiven im Kreis mit den Vorstandsmitgliedern deckungsgleich sind. Wenn man sie dann fragt, wie viel Zeit bringst du für die Piraten auf, kommen da sehr hohe Werte zurück. Stellt man die Frage aber präziser, wie viel Zeit bringst du für die Verwaltungsarbeit auf, dann ist das wenig. Ich bin das zweite Jahr in Folge Schatzmeister bei uns im Kreis und ich brauche deutlich weniger als eine Stunde für die Schatzmeisterei im Monat. Das sind zwölf Stunden im Jahr. Daran scheitert es nicht. Wir sehen es bei uns auch so, wir hatten in dem Gründungsvorstand Abgänge. Wir konnten sie durch Nachwahlen ersetzen. Wir hatten durch eine Satzungsänderung die Möglichkeit, den Vorstand zu vergrößern. Wir sind jetzt mehr Vorstandsmitglieder, als wir es waren bei der Gründung. Und wir sind ein Landkreis. Wir sind im Hochtaunuskreis wirklich über sehr viele Gemeinden verteilt. Wir haben genau eine Gemeinde, die zwei Vorstandsmitglieder stellt. Die anderen kommen aus anderen Gemeinden. Es geht. Die numerische Anzahl, wir sind bei Weitem nicht der größte Kreisverband in Hessen. Wir sind eher ein kleiner. Nichtsdestotrotz haben wir kein Problem damit, einen Vorstand zustande zu kriegen. Selbst ein Vorstand, der dann noch Beauftragungen übernimmt. Michael, deine Zeit ist um. Ich habe gehofft, wir kommen heute durch, ohne dass einer die Zeit überzieht. Aber du hast es wieder geschafft. Dankeschön. Bitte gern. Die Rednerliste ist damit geschlossen. Wer jetzt noch was sagen möchte, bitte jetzt anstellen. Das macht keiner. Dann endet die Redeliste beim Volker. So, ich darf jetzt auch noch mal dazwischen. Es ist mir zu Ohren gekommen. Es kamen jetzt sehr verschiedene Punkte, die zu dem Antrag kritisiert wurden. Und zwar erst mal, dass wir ohne Kreisverbände keine Kommunalpolitik mehr machen könnten. Ich bitte euch, warum haben wir denn, selbstverständlich können wir da Stammtische haben. Selbstverständlich können wir da kommunalpolitisch irgendwie aktiv sein. Und das ist ja genau der Punkt. Erst ohne diese Kreisverbände können wir sogar eigentlich effektive Kommunalpolitik machen, da wir sonst unsere Arbeitskraft in Scheißverwaltung stecken. Das Weitere kostet das erst mal unfassbar Geld. Das heißt, die Bundesschatzmeisterin wird sich auch noch zusätzlich persönlich bei uns bedanken, wenn wir das so machen, da sie eben für jeden Kreisverband natürlich auch noch mal extra Leute drüber braucht, die über den Bericht schaut und so weiter und so fort. Das ist falsch. Nein. Und da hat sie selbst dazu mal noch was geblockt gehabt, kann man mal nachlesen. Es ist so, dass normalerweise im Schnitt, wir kennen das bei uns, wir haben 10% Aktive normalerweise. Das heißt, wenn wir jetzt 42 Mitglieder brauchen, die in diesem Bereich wohnen und da was gründen wollen, dann sind davon potenziell gerade mal vier bis fünf Leute im Schnitt aktiv. Das heißt, wir haben dann so eine Situation wie vor kurzem im Odenwald, das tut mir leid, wenn ich das jetzt so als Beispiel heranziehe, denn im Odenwald ist es so, dass gerade da der Vorstand nicht mehr handlungsfähig war, weil sie zu wenige Mitglieder hatten. Und das heißt, da muss jetzt ein neuer Kreisparteitag einberufen werden und da gab es auch die Befürchtung, dass eben kein Vorstand zusammenkommt. So was brauchen wir nicht. Wir brauchen eben dann eher irgendwie aktive Stammtische, Crews, wie auch immer man das nennen möchte, aber etwas ohne Verwaltungsaufwand. Dann ist dieser Kritikpunkt mit der Gemeinde, ich bin nicht der Antragsteller, deswegen kann ich das, also ich weiß nicht genau, wie sich das bezieht, aber es ist letztlich so, dass sich der Kreis gesamt bildet. Auch deine Zeit ist um, Ruben. Oh, shit. Ich habe ihn nochmal später. Liebe Leute, wir erhalten Parteien Teilfinanzierung und das ist auch nicht zu wenig. Und unter anderem ein Grund, warum wir diese erhalten, ist, damit wir Politik in die Bevölkerung tragen. Und das Ganze passiert auf der untersten Ebene. Und ein Nachweis dafür, dass wir das machen, ist die Existenz von Kreisverbänden. Und aus diesem Grunde ist es wichtig, auch wenn es Geld kostet, auch Geld, was wir vom Staat extra dafür bekommen, dass wir bis runter in die niedersten Ebenen durchgründen. Das ist Formalfig. Und zwar, damit kann man Leute abhalten, die motiviert sind, ein Kreisverband zu gründen und gerade nicht diese Anzahl haben. Ich möchte ein Beispiel geben, Waldeck Frankenberg, als der 2008 sich gegründet hat. Da war noch nicht mal ein Lacher davon da. Und es ist trotzdem ein erfolgreicher Kreisverband. Wir sollten uns, wir sollten davon ausgehen, dass das an der Motivation der einzelnen Leute hängt. Und wenn Sie das machen wollen, dann sollen Sie das machen. Ich möchte nicht die Aktivitäten von Piraten einschränken. Und erst recht nicht durch, ich sag mal, solche Formalien. Ich bitte euch, diesen Antrag definitiv abzulehnen. Danke. Ich will jetzt weder pro oder kontra dem Antrag reden. Ich will nur ein paar Hinweise geben. Der Peter Löwenstein hat mich darauf hingewiesen, dass da die Formulierung drin ist, ein Kreisverband innerhalb des Landes, des Landes, Moment, jetzt bin ich, ach so, ein Kreisverband kann nur in Landkreisen gegründet werden, wenn blablabla. Das bedeutet ja aber, wenn ich einen Kreisverband gründe, der über meinen Landkreis hinausgeht, wie beispielsweise jetzt Darmstadt-Dieburg oder wenn ich einen Bezirksverband gründen würde, dass diese Regelung dann nicht mehr greifen würde. Das ist die eine Sache. Dann wurde jetzt hier auf den Odenwald schon verwiesen. Wir sind ein sehr, sehr kleiner Kreisverband. Wir haben im Moment 28 Mitglieder offiziell und im Moment liegen wir uns ziemlich in den Haaren und wie er schon gesagt hat, sind wir handlungsunfähig. Ich würde es aber nicht verallgemeinern. Also es ist jetzt erst mal so der Nachteil von kleinen Kreisverbänden, das haben wir an der eigenen Haut erfahren, ist schlicht und einfach, es können schnell die Mehrheiten kippen, es kann schnell so eine Situation auftreten, dass es zwei kleinen Gruppen gibt, die überhaupt nicht miteinander können und das Ganze ist blockiert. Es kann aber auch komplett anders laufen. Ich würde es jetzt auch nicht an 42 Piraten festmachen. Wir haben beispielsweise im Odenwald, haben wir dafür, dass wir 28 Mitglieder haben, haben wir relativ viele Aktive im Vergleich hat beispielsweise die Bergstraße ungefähr fünfmal so viele Mitglieder insgesamt wie wir, aber ungefähr genauso viele Aktive. Vielleicht haben wir sogar ein bisschen mehr Aktive als die Bergstraße. Ich weiß es nicht genau. Aber das bedeutet schlicht und einfach, man kann es nicht an der Absolutzahl am Piraten festmachen, sondern wenn dann an der Zahl der Aktiven. Ja, es wurde immer wieder gesagt, dass man auch ohne Kreisverbände toll Politik machen kann und wenn dann gerade ohne Kreisverbände vielleicht toll Politik machen kann, das stimmt alles schon, aber man kann trotzdem als Kreisverband in der Außenwirkung nochmal ganz anders auftreten. Das ist nochmal was ganz anderes, wenn ein Brief von einem Kreisverband kommt, als von irgendeiner Gruppe, die halt Piraten sind. Man hat einfach ein anderes Auftreten und kann doch nochmal anders politisch auftreten. Dankeschön. Ja, ich möchte mal den Fokus auf eine andere Ebene legen, weil wenn es heißt, wir wollen keine Kreisverbände mehr, dann liegt das alles am Landesvorstand. Ich war 2011 im Landesvorstand, als die Kommunalwahl anstand und von den 33 Mandaten, die wir gewonnen haben, sind zwei aus einer Region, die keinen Kreisverband hat. Wir waren arschfroh, dass wir die Kreisverbände hatten, die uns geholfen haben, die gesamte Kommunalwahl, Unterschriftensammlungen, Listenerstellung, Plakatverteilung und den ganzen Krams auf viele, viele Schultern zu verteilen, damit wir es geschafft haben, mit 33 Mandaten einzuziehen, während noch andere Landesverbände halt eben leider nicht in die Landtage eingezogen sind. Das ist das Erste. Dass man natürlich Kommunalpolitik auch ohne Kreisverband machen kann, klar, das hat Offenbach gezeigt, die haben jetzt einen Kreisverband. So, das ist das Nächste. Und die Diskussion jetzt hier hat länger gedauert, als die Wahrscheinlichkeit ist, dass einer von den fünf übrig gebliebenen Landkreisen ohne Kreisverband ein Kreisverband gründet. Das heißt, wir probieren, eine Lösung für ein Problem zu finden, das nicht existiert. Lehnt diese Scheiße ab. Danke. Es wurde gesagt, dass die Motivation von Leuten darunter leiden könnte, dass sie dann keinen Kreisverband mehr gründen können. Ehrlich gesagt wage ich, das zu bezweifeln, weil wenn Leute politische Arbeit machen wollen, dann brauchen sie meines Erachtens nach nicht unbedingt die Motivation, auch bürokratisch zu arbeiten. Wenn wir das ernst meinen damit, dass unsere ganzen Organisationsstrukturen nur der Verwaltung dienen, dass Vorstände nur verwaltend sind, dann frage ich mich, wofür wir so viele davon brauchen, um unsere inhaltlichen Anliegen unterzubringen. Oder Kreisverbände sind vielleicht doch für was anderes da, als wir offiziell behaupten. Ja, dann muss man den Antrag ja ablehnen, weil dann brauchen wir Kreisverbände zur Identitätsbildung oder so was. Und dann brauchen wir auch ganz kleine. Ja, klar, finde ich Ressourcenverschwendung. Ja, schön, Ruben, dass du das Thema Geld eben nochmal angesprochen hast. Ich habe den Antrag durchgelesen, habe gefragt, seit wann bin ich hier bei der neoliberalen FDP gelandet, wo Politik vom Geld abhängt. Und jeder sagt, es kostet uns zu viel, wir können keine Politik machen, keine Gruppen bilden, weil wir so viel Geld dafür bezahlen müssten. Danke. Schlussworte. Ja, also der Antrag, erst mal zum Beispiel 2008, das ist nicht 2013. Ich meine, 2008 hatten wir, glaube ich, ungefähr 800 Mitglieder in der Bundespartei gesamt. Von daher ist das, glaube ich, nur schwierig mit dem heutigen Status Quo zu vergleichen. Es behindert auch letztlich keine Gründung, wenn es dafür triftige Gründe gibt. Denn es ist so, dass da ganz klar drin steht, dass die Möglichkeit besteht, wenn diese aktive Gruppe in diesem Gebiet den Antrag an den Landesvorstand stellt, dann hat dieser darüber zu entscheiden. Und ich bin mir sicher, dass wir einen Landesvorstand haben, also warum sollte ein Landesvorstand etwas ablehnen, wo es triftige Gründe dafür gibt? Deswegen denke ich, es ist als solches keine Behinderung. Und nochmal wegen den gemeinten Dingen, es bezieht sich ja auf den Gesamtkreis, in dem sich gegründet wird. Als solches muss man da nochmal nachschauen. Und ich müsste da auch Bernhard selbst nochmal fragen, inwiefern das ist, weil das ist etwas zu spezifisch. So, ein bisschen Ruhe bitte. Wir kommen zur Abstimmung dieses Antrags. Wer ist denn für, beziehungsweise gegen diesen Antrag? Dieser Antrag ist abgelehnt. Damit sind wir mit dem Satzungsblock erstmal soweit durch. Den Rest machen wir morgen. Jetzt haben wir erstmal ein Meinungsbild. Es geht um das Champions-League-Finale heute. Ich bin vom Christos beauftragt worden als Bayern-Fan. Wer nachher für Dortmund ist, der möchte bitte die rote Karte heben. Und wer für den FC Bayern ist, der möchte bitte fünf Purzelbäume machen. Ich stelle fest, wir haben keine Bayern-Fans. Das gefällt mir schon mal. So, der nächste Punkt. Die Nicole läuft gerade hier rum. Die Nicole hat ein Handtuch. Das wird sie jetzt gleich nass machen. Jeder, der hier nicht hilft beim Aufräumen, kriegt dann hier ordentlich was drauf. Falls ihr vor der Nicole keine Angst habt, der Age hat auch ein Handtuch. Also, hier vorne liegen noch ein paar Müllsäcke. Hilft bitte beim Aufräumen. Wir werden jetzt hier das unterbrechen und morgen um 10 Uhr weitermachen. Die... Zehn. Morgen wird erneut gegrillt. Wir machen um zehn weiter. Wir können noch mal fragen. Um zehn. Zehn sind zehn Finger. Acht und zwei Daumen. Ich unterbreche die Versammlung bis morgen früh. Kommt gut nach Hause. Drückt der Dortmund die Daumen. Räumt schön auf. Trinkt nicht zu viel. Feiert nicht zu viel. Vielen Dank an alle, die hier mitgemacht haben. Kann einer oben den Ton abschalten. Da sitzt nämlich niemand mehr. Ich rede immer weiter. Wo ist denn der Jürgen? Ich brauche eine Tischtennisplatte. Hat jemand Würfel dabei? Ich möchte kniffeln. Ach immer diese Insider.